Hier ist der Mann, der alles weiß, aber nichts verreckt. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Plaumer. Herzlich willkommen zu Kaum zu glauben XXL. Eine besondere Sendung, besonders viele Geschichten, besonders unglaubliche Geschichten. Ich würde mir ja mal wünschen, dass man mich am Anfang der Sendung vorstellt, mit einem Mann, der vieles kann, aber nichts richtig. Das wäre treffender, als das, was wir gerade gehört haben. Ihr wisst auch sehr viel und wir werden sehen, ob es euch heute Abend weiterhilft. Unser Ratheteam, meine Damen und Herren, begrüßen Sie Bernhard Hohecker. Einen wunderschönen guten Abend. Hubertus Meier-Burkhard. Stephanie Stumm. Und einen herzlichen Applaus für Jocky Lava. Guten Abend. Jeder von euch hat sich natürlich für heute Abend wieder viel vorgenommen. Ihr wollt natürlich die Geschichten unbedingt herausfinden. Ihr wollt euch feiern lassen mit Halleluja. Aber wir wissen noch nicht, ob es euch gelingen wird. Herzlich willkommen, unserem ersten Gast. Hier ist Andi Hotzer. Andi, grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Nein, dass ich jetzt einfach. Und wir werden als allererstes Andis Geschichte einblenden, damit Sie zu Hause und auch unser Publikum im Studio weiß, worum es geht. Diese Geschichte gilt es zu erraten. Das ist eine Möwentröte. Achtung. Bitte deutlich lesen. Ja, das war, finde ich, Informationsgehalt gleich neun Prozent. Ich glaube, wir haben was Falsches eingeblendet. Das scheint aber sehr beeindruckend zu sein. Ja, beeindruckend. Wie immer ist Bernhard der Erste, der in die Fragerunde einsteigt. 45 Sekunden hat jeder von euch Zeit. Für jeden, der es nicht schafft, deine Geschichte zu erraten, gibt es für dich 200 Euro. Es könnten 1.000 werden. Am Ende dürfen wir alle nochmal beraten und einen letzten Tipp abgeben. Aber ihr bekommt natürlich auch heute wieder einen Ratehinweis, der euch vielleicht eine Hilfe ist, zur richtigen Lösung zu kommen. Der Ratehinweis lautet, Andi hat seine ganz eigene Sicht der Dinge. Bernhard, los geht's. Hat es etwas mit einer Eigenschaft zu tun, die du hast? Im Grunde schon, ja. Sicht wirklich im Sinne von sehen? Nicht unbedingt schon. Wir sagen ja oder nein, das ist immer schwer. Ja, sichtvoll ja. Okay, handelt es sich immer ein Hobby? Nein. Um den Beruf? Ja. Du machst etwas beruflich und siehst die Dinge anders. Hast du, bist du blind? Ja. Aber du kannst trotzdem auf irgendeine Art sehen? Nein. Ist es ein Beruf, den man kennt? Ja. Würde ich sagen, schon. Gute Nachricht. Ich habe hier das erste Sektion mit den ersten 200 Euro. Und die kann dir keiner mehr nehmen. Auch Hubertus Mayer-Burg hat nicht. Mir hat vor einiger Zeit eine blinde Drehbuchautorin gesagt, sie schreibt bessere Drehbücher, weil sie blind ist. Würden Sie sagen, Sie können Ihren Beruf besser ausüben, weil Sie nicht sehen können? Nein. Es ist ein Beruf, den viele ausüben? Nein. Es ist ein Lehrberuf? Nein. Es ist ein Beruf, wo ich zu Ihnen komme als Kunde? Nein. Kommen Sie zu mir? Schon eher, aber auch nein. Wo trefft ihr euch das? Es ist ein Beruf, es ist ein Beruf, es ist ein Beruf, der mit einem Handwerk einhergeht? Nein. Eine Dienstleistung? Nein. Was machen Sie denn? Ja, Geld verdienen macht er. Nein? Hier. Ja, hier. Das mache ich. 400 Euro. Es gibt den Beruf kein Mal. Kein anderer macht den hat den Beruf. Jetzt kommt Stefanie Stumpf. Okay. Hat es was Medizinisches? Nein. Bauen Sie etwas? Nein. Machen Sie etwas mit Ihren Händen? Ja. Benutzen Sie Werkzeug? Nicht klassisches Werkzeug. Nein. Nein? Wenn er sagt nein, dann ist es nö. Hilfsmittel, ja, aber nicht Werkzeug. Das, was Sie bauen, kann man das kaufen? Nö. Stellen Sie das aus? Nein. Wird das zu etwas verwendet? Er maut nichts, dann wird er auch zu nichts verwendet. Ich dachte. Das ist logisch. Ach so, okay. Also, aber, hä? Ich dachte, da war es was. Machen Sie etwas an Menschen, an einem Körper? Nein. Anfass das mit Ihnen. Wahrscheinlich hat Felix Hintaus abgerufen. An den Schlusskommen könnte sich der Andi immer gewöhnen. Jedes Mal, wenn der ertönt, gibt es wieder Kohle. Das geht jetzt so weiter. Tomjörg, leg los. Also, wenn Sie hier sitzen und als Blinder etwas machen, was außergewöhnlich ist, dann muss es ja etwas sein, was man normalerweise einem blinden Menschen nicht zutraut. Hat es was mit Sport zu tun? Ja. Fahren Sie Rad? Nein. Früher mal. Laufen Sie? Nein. Spielen Sie Tennis? Nein. Hat es mit einem Ball zu tun? Nein. Was gibt es da noch? Es ist eine Mannschaftssportart? Klassische Mannschaftssportart? Nein. Was gibt es da noch? Hat es was mit Bergsteigen zu tun? Ja. Sie sind Bergsteiger. Und, ja. Pass auf. Andi, eigentlich müssen wir Folgendes sagen, weil viel mehr gibt es nicht zu lösen. Also, das war ja quasi eine Sekunde nach dem Schlussgong. Ich zahle die 200 Euro aus. Wir sind bei 800. Und ich muss sagen, Andi ist blind und professioneller Bergsteiger. Das heißt, das war richtig hier. Andi sagt gerade nochmal ganz richtig, einer von Zweien auf der Welt, die es gibt. Aber Bergsteigen, das konnte ich mir bis vor kurzem ehrlich gesagt nicht vorstellen, bis ich diese Bilder gesehen habe. Andi Holzer im und auf dem Berg. Andi Holzer auf dem Gipfel seiner Träume. Ach, geil. Was mich in die Berge zieht, ist, dass ich mich selbst finde, ja. Dass ich selbst verstehe, wie groß ich bin, unter Anführungszeichen, aber in Wahrheit, wie klein ich bin. Der Tiroler ist von Geburt an blind. Trotzdem besteigt er die höchsten Berge der Welt. Um sie zu erklimmen, hat er eine spezielle Methode entwickelt. Es läuft akustisch und es läuft taktil. Diese zwei Sinne sind für mich das Wichtigste. Schnalzlaute zum Beispiel. Pst, 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 pst. Dann höre ich einfach doll bis herant, was passiert rundum. Mit diesen Techniken macht mir das Wahrnehmungszentrum im Gehirn über alles Bilder. Also ich kletter eigentlich wirklich Bilder nach, die mein Gehirn für mich produziert. Die Sucht nach Bergen beginnt für Andi schon mit neun Jahren. Seine Eltern nehmen ihn mit auf Wander- und Bergsteigertouren. Und auch wenn er die Gipfel nicht sieht, er kann sie spüren. Wenn ich so eine Felswand hochklettere, in der senkrechten Wand hänge und quasi die Masse vor mir habe, wenn sie sich dann neigt Richtung Gipfel hin. Tolles Gefühl, ja. Freiheit nach oben, nach hinten, nach vorne, nach rechts, nach links. Es ist alles nur noch unter dir. Das ist spannend. Kaum zu glauben. Ein Blinder, der sich selbst in extremen Höhen orientieren kann. Na ja, fast. Mein Mann traut sich sehr viel zu. Nur das Einkaufen, das überlasst er noch mir. Da schickt er mich, ja. In diesen Kaufhäusern sind doch diese Regale so hoch. Nö, das schaffe ich nicht. Das mache ich lieber nicht. Das ist mir zu gefährlich. Was ist denn schwieriger? Der Aufstieg oder der Abstieg? Das Schwierigste ist, wenn man es gar nicht macht. Du musst einfach die schwierige Route hochsteigen und die einfachere absteigen. Das ist eine Logistik. Ja, natürlich ist der Abstieg der halbe Weg und wahnsinnig anspruchsvoll auch. Speziell auf ganz hohen Bergen. Ich habe ja auf allen Kontinenten bis auf Asien die höchsten Berge jetzt schon erstiegen. Ich weiß schon, wovon ich spreche, wenn du nach 20 Stunden deinen Abstieg antreten musst. Ja, absolut. Du hast ja auch noch verschiedene andere Sportarten, die du ausübst. Da frage ich mich natürlich auch, wenn ich Mountainbiken höre oder Surfen, wie orientierst du dich da? Mein Gehirn macht keinen Unterschied oder auch dein Gehirn macht keinen Unterschied, woher die Informationen von außen kommen. Es macht sich einfach Bilder von der Welt und meines eben auch so. In dem Fall nicht vom optischen Eindruck, sondern vom taktilen und vom akustischen. Und das habe ich von klein auf gelernt, mich so zu orientieren. Mountainbike-Fahrradfahren, um die Frage vorher richtig, ist ja gestellt worden, ob ich Fahrrad fahre. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist mir viel zu gefährlich. Also das waren Geschichten in meiner Jugendzeit. Die wolltest du einfach ausprobieren. Das wolltest du dir auch selber überweisen. Ich habe 18 Jahre lang, ich habe 200 Kilometer lange Touren gemacht mit dem Rad. Teilweise allein. Für mich stellt es mir jetzt die Haare auf. Jetzt sind sie lang genug, jetzt stellt sie nicht mehr auf. Ich würde mich das jetzt nicht mehr trauen. Jetzt zum Everest zu steigen ist für mich wesentlich definierter und einfacher, wie Fahrrad zu fahren. Also wir wünschen dir viel Erfolg bei all den Projekten, die als nächstes für dich anstehen. Ja, und es ist sehr spannend, dich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du unser Gast bist. Andi, es sind 800 Euro geworden. Andi Holzer, meine Damen und Herren aus Österreich. Sendung könnte auch unglaublich aber wahr heißen. Was ich so toll finde, es gibt die Extremsportlerin Verena Benthil, die auch blind ist. Und die hat gesagt, ich akzeptiere keine Grenzen, weil ich seit Kindesbeinen anhöre, dass es nur Grenzen gibt. Und dieser Mann, der eben da saß, das war, mich daran erinnert. Ich glaube, wir werden Andi Holzer irgendwann nochmal in der NDR Talkshow wiedersehen, oder? Von mir aus gerne. Ich finde diese Entscheidung, glücklich zu sein, so toll. Ich sage, ich könnte von solchen Leuten in die Knie gehen. Wirklich. Ja, wir sind glücklich, dass wir einen nächsten Gast bei uns haben. Und ihr werdet euch auch über Sie freuen. Herzlich willkommen, Doris aus Mackenroth. Guten Abend, Doris. Und ich bin mir ziemlich sicher, Doris, auch unser Publikum wird seinen Spaß an deiner Geschichte haben. Hier ist sie eingeblendet. Das war aber spontan. Das ist wieder ein bisschen Schweinkram. Ich bitte euch, unseren Gästen nichts zu unterstellen. Nein, man kommt ja manchmal in Situationen, die wollte man gar nicht. Manche Dinge klingen ja nur nach Schweinkram, sind aber seriös. Hubertus Meyerburg hat beginnt. Er wird die ersten Fragen stellen, die ersten 45 Sekunden. Der Ratehinweis für euch. Frag langsam. Er hat ein bisschen gedauert, aber er ist gut. Hubertus, bitte. Doris, suchen wir nach einem Ereignis. Ja. Ist Ihnen was widerfahren? Ja. Haben Sie das angestrebt? Nein. Es ist etwas, was Sie der Lächerlichkeit preisgegeben hat? Nein. Hat es eine, um Jörg Pilawa-Rechnung, hat es eine frivole Dimension? Hat es was mit einem Mann zu tun? Ja. Hat es was mit Ihrem Mann zu tun? Nein. Sie haben einen Mann kennengelernt? Ja. Ja. Das ist ja kaum zu glauben. Und war das bei Ihnen zu Hause? Ja. Wussten Sie, dass der Mann dort ist? Nein. Aha, ein Einbringling. Die ersten 200 Euro. Ein Einbringling. Stefan. Hat ein Einbrecher was damit zu tun? Nein. Ist es wichtig zu fragen, wer dieser Mann war? Ja. Ist dieser Mann uns allen bekannt? Ja. Aus dem Bereich Politik? Nein. Aus dem Bereich Entertainment? Ja. Musik? Nein. Film? Ja. Ein Schauspieler? Ja. Ein Deutscher? Nein. Ein Amerikaner? Ja. Ein amerikanischer Schauspieler. War plötzlich bei Ihnen zu Hause? Ja. Ist dieser Schauspieler über 60? Ja. Ist der Schauspieler heute noch aktiv? Ja. Also Schauspielerei ja. Ja. Ist der Schauspieler ein Oscar-Preisträger? Nein. Nein? Wie ist der erste Schauspieler? Ja, bitte. Okay, ein amerikanischer Schauspieler, der bei Ihnen zu Hause war? Ja. In Deutschland? Ja. Gut. Welcher amerikanischer Schauspieler war schon mal in Deutschland? Leonardo DiCaprio hat Wurzeln hier? War er das? Nein. Wer denn noch? Wie heißt der? War ich zu? Ja, weil ich... Nein, mir fehlt nur der Name. Ich kenne keine amerikanischen Schauspieler. Ü60. Ü60. Ähm, kenne ich nicht. Wollten Sie den treffen? Ab, nein. Ab, 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 ab. Das war... Das war eher zufällig. Zufällig. So. Hat er mehrere Filme hintereinander gemacht, wo ein Teil des Tipps drin vorkommen? Vielleicht kannst du die Frage noch mal... Er stirbt langsam. Hat er stirbt langsam mitgemacht? Ja. Ja, stark langsam. Bruce Willis. So, Bruce Willis war bei Ihnen zu Hause. Ja. Und Sie wussten es nicht. Sind Sie mit Bruce Willis verwandt? Nein. Der war bei Ihnen zu Hause. Ja. Und Sie wussten nicht, warum. Ich wiederhole einfach, was wir schon wissen. Und jetzt ist die Frage, was ist das Besondere daran? Ja, genau. Ja. Das ist schon besonders. Er hat eine Flasche kontaktiert. Haben Sie eine Gemeinsamkeit? Nein. Sie sind nicht verwandt, Sie haben keine Gemeinsamkeit. Kannte Bruce Willis Sie? Ja. Kannten Sie Bruce Willis? Also außer vom... Ja. Also später, ja. So. 800 Euro. Ich meine zu erinnern, dass Bruce Willis aus Rot-Westen stammt bei Kassel. Das meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Der Vater war ein einfacher Soldat und hat seine Knochen. Vielleicht hat er bei ihr gewohnt. Und sie war vielleicht die Marketenderin. So, jetzt könnt ihr. Das ist ja nicht verwandt. Jeder darf noch einen Tipp abgeben. Ja, vielleicht aber... Bruce Willis ist ja der Hasardeur der Herzen. Er hat gesagt, nach Mackenrod kommt man nicht so häufig. Ich gehe in das Haus, wo die schönste Frau von Mackenrod... So heißt doch der Ort Mackenrod, ne? Mackenrod, ja. Und hat dann angeklopft und hat gesagt, hier ist die schönste Frau von Mackenrod. Guten Tag. Ich bin Bruce Willis. Und er kam abends und ging morgens. Nein! Steffin? Ich glaube, der war da einfach unterwegs und musste mal auf Toilette. Das war jetzt eine zufällige Begegnung. Dann hat er geklingelt und sie... Nein, stimmt auch nicht. Jörg, dein letzter Tipp. Sie haben mit Bruce Willis zusammen im Sandkasten gespielt. Im Sandkasten. Nee, das nicht. Jetzt, oh Bernhard. Ich glaube, Sie wohnen einfach im Geburtshaus von Bruce Willis. Und Sie kamen nach Hause und der Kollege aus Amerika war etwas vorzeitig da und dachte, ich will doch mal sehen, wo ich das Licht der Welt erblickt habe. Und dann kamen Sie rein und dann stand er da. Ja, es war gut, aber einen hast du noch. Sie sind in dem Haus geboren, wo Bruce Willis wohnt. Nein, Sie, Bruce Willis hat Sie geboren. Nein, jetzt müssen wir... Jetzt ist es vorbei, jetzt hast du deine Schott. Was ist das denn? Und das heißt, aus, 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 für Doris aus Mackenrod. Es war so knapp, aber es hat nicht gestimmt. Wie denn jetzt? Die Eltern von Bruce Willis waren Untermieter bei Doris im Haus und haben da im Keller gewohnt. Und Bruce Willis ist bei ihr im Haus im Keller zur Welt gekommen. Das stimmt, so ist die richtige Geschichte. Nein, da habe ich ja lange klar komplett damit. Unglaublich, aber wahr, meine Damen und Herren, Bruce Willis ist in Deutschland geboren. Die Adresse klingt wenig exklusiv. Ida-Oberstein, Keltenstraße 41. Doch hier erblickte tatsächlich ein Hollywood-Star das Licht der Welt. Bruce Willis. Hautnah dabei Doris Benoit. Mit ihrer Familie lebte sie über der Kellerwohnung der Familie Willis. Als Bruce geboren wurde, war hier Aufregung im Haus. Wir wurden als Kinder dann rausgeschickt. Und auf einmal schrie dann das Baby. Und da waren sie alle happy. Hier auf diesen 15 Quadratmetern im Keller ist der kleine Bruce auf die Welt gekommen. Und Doris mittendrin. Ich durfte den Bruce dann immer als Kind spazieren fahren. Er ist immer schnell eingeschlafen. Also von Action weit und breit keine Spur. Ich bin der Babysenter von der ganzen Stadt. Nach zwei Jahren zieht Familie Willis in die USA. Kontakt besteht nur noch sporadisch mit Bruce Mutter Marlene. Die Mutter hat uns zwei, dreimal hier besucht. Und wir haben auch gefragt, was ist aus Bruce geworden? Und sie sagte, der ist beim Film beschäftigt. Ja, ich dachte, vielleicht ist er Kulissenschieber oder sowas. Aber nicht, dass er so ein Weltstar ist. Und durch Zufall haben wir eines Tages eine Zeitung gesehen, wo die Mutter mit abgebildet war. Und meine Mutter ganz erschrocken, das ist doch die Marlene. Die hat doch bei uns gewohnt. Und da kamen wir erst dahinter, dass das der berühmte Bruce Willis ist. Unser kleiner Bruce, der hier unten im Keller geboren wurde. Kaun zu glauben, hier wuchs Bruce Willis auf und sprach seine ersten Worte. Yippie, yippie, schweine Backe. Es gab ja dann später nochmal eine Begegnung. Ja, am Samstag stand er vor der Tür. Da wollte er dann tatsächlich mal sehen, wo er früher gewohnt hat, wo er zur Welt gekommen ist. Und wie war das, als er dann plötzlich, ich meine, da wussten die, er war ja wahrscheinlich ein Heidentrubel, ne? Nee, eigentlich gar nicht, nö, das wusste ja niemand, als er kam. Oh, Geheimbesuch. Ja, er hat an der Tür geklingelt. Das heißt, die wussten das auch nicht? Nein, nein. Der hat wirklich irgendwann, die geht die Tür auf. Ja, der finde ich nicht, wir waren im Garten. Das stimmt, das ist Tatsache. Wir kaufen nichts, wir kaufen nichts. Das ist Tatsache. Meine Mutter rief in den Garten, komm mal schnell hoch, der Bruce Willis steht vor der Tür. Ich dachte, Moment, doch, das kann ja gar nicht sein, ne? Und das ist fantastisch. Liebe Doris, es war ein großer Spaß mit Ihnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Eine wunderbare Geschichte, Doris aus Mattenroth und Gärin Keller, Bruce Willis zur Weltfragen. Ja, schauen Sie noch mal gut in die Fotoalben von früher, meine Damen und Herren, und gleichen Sie das mal mit den Bildern in der Zeitung ab. Wer weiß, worauf Sie da noch so kommen. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Geschichten. Sie können sich im Übrigen auch bei uns bewerben. Also wenn Sie glauben, eine unglaubliche Geschichte zu haben, dann schreiben Sie uns, ja? Also jetzt darf ich euch unseren nächsten Gast vorstellen. Er ist 13 Jahre alt. Max, herzlich willkommen. Grüß dich, Max. Ja, Max. Alles gut? Ja. Alles cool? Dann schauen wir doch mal. Hier ist die Geschichte von Max. Sie wissen, wenn Sie mitraten wollen, schließen Sie jetzt die Augen. Ganz im Ernst? Ein Missgeschick. Also, und das in dem Alter. So, ist wieder ausgeblendet. Sie können die Augen wieder aufmachen, meine Damen und Herren. Und Steffi beginnt. Der Ratehinweis, Stefanie, an Max kann man sich ein Beispiel nehmen. 45 Sekunden laufen ab jetzt. Hallo Max, du machst also etwas sehr vorbildlich. Ja, also nein. Schule ja, sonst nein. Okay, aber wir sollten das auch tun. Nein. Du bist also kein Vorbild. Nein. Okay, du hast Mist gebaut. Nein. Ist dir etwas zugestoßen? Nein. Hast du was erfunden? Nein. Okay. Hat das was mit deinem Hobby zu tun? Nein. Hat das was mit Beruf ja nicht, mit der Schule zu tun? Nein. Hast, äh... Es läuft, es ist total gut. Weiter. Kannst du was besser als andere? Nein. Ihr habt mir kein einziges Ja. Aber kein einziges Ja dabei. Also, ich möchte das nur insofern konkretisieren, der Max kann bestimmt Dinge besser als andere, aber es hat nichts mit der Geschichte zu tun. Wir haben noch nie so wenig so viele Sachen ausschließen können in 45 Sekunden. Du hast nicht alles gefragt, wir können nichts mehr fragen. Vielleicht gelingt dir jetzt der große Wurf. Hast du überhaupt was gemacht? Nein. Bist du vielleicht ein bis dato unbekannter Sohn von Bruce Willis? Nein. Okay, hat das was mit Sport zu tun? Nein. Musst du, um das getan zu haben, dich bewegen? Nein. Was ist das denn? Wenn du... Hast du vielleicht, hast du vielleicht einen bekannten Verwandten, für den du gar nichts kannst? Nein. Ja, schön, dass du da warst, Max. Nimm das Geld und geh nach Hause. Was habe ich denn noch? Mit Wissen hat das auch nichts zu tun? Nein. Beispiel, frag mal, ob er irgendwie für ein Model ist. Ja, bist du ein Model? Nein. Nein. Ich finde dich toll, Max. Ich finde dich toll. Max? Ähm... Vereinschaft. Vereinschaft. Pass auf, wir machen eine Vereinbarung, Max. Wenn du es schaffst, ohne ein einziges Jahr durch die Runde zu kommen, dann verdoppeln wir den Mittag. Danke, 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 danke. Ich bin ja der... Ja, toll. Ey, wehe, du machst ihm das kaputt. Ja. Also, nicht jetzt irgendwie heiß, du wirklich magst oder so. Okay. Ähm... Ist das eine Eigenschaft von dir? Nein. Hat es mit deiner Person zu tun? Geht es um ein... Ja, entschuldige bitte. Geht es um ein Verwandtschaftsverhältnis? Nein. Geht es um eine Fähigkeit, die du hast? Nein. Also, kannst du mit deinen Augen Eis zum Schmelzen bringen? Nein. Es geht um deine Person. Du hast nicht... Hast du was gemacht? Nein. Kannst du etwas? Nein. Ist an dir irgendwas Besonderes? Nein. Ja. An deinen Körper. Aber an ihm ist irgendwas Besonderes. Ich war selten so dicht dran. Ich war selten in der so desolaten Lage. Jetzt ist es kein Geschenk, als vierter Fragen zu müssen. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Nur auf der falschen Hälfte. Also, ich versuch's aber dennoch. Es ist eine Eigenschaft. Nein. Es ist ein Charakterzug. Nein. Es ist eine Gewohnheit. Nein. Es ist eine erworbene Fähigkeit. Nein. Hat es was mit dem Gehirn zu tun? Nein. Hat es was zu tun mit einer bestimmten Artistik? Mit einer bestimmten... Nein. Hat es... Wiederum eine Fähigkeit. Bist du insofern ein Beispiel für uns, weil du einfach nichts kannst? Und die Welt wäre einfach friedlicher, wenn wir alle sagen können, wir sind wie Max, wir wollen nix, wir können nix, aber wir sind nix. Aber Max, hier läuft bei dir, 800 Euro, was kriegst du das Taschengeld? 700. 10 Euro die Woche. 10 Euro die Woche. Ja, da kannst du... Das sind 80 Wochen. Ja, da kannst du... Mit der Person. Ja. Mit ihm. Steffi? Ich habe das wie Vermutung, dass es irgendwas mit uns zu tun hat hier. Nein, Steffi, es hat nix mit euch zu tun. Jörg? Ein Beispiel nehmen. Max. Bevor ich... Bevor ich was sage. Ja, ich glaube ich hab's. Ja, du bist noch nicht... Ich hab's. Dein Nachname ist es. Du bist Max Mustermann. Das stimmt. Ja, das ist Max Mustermann und zwar der einzige, den es in Deutschland gibt. Nein. Max Mustermann, ich glaub das nicht. Ja. Ich dachte immer das wär... Das wär ne Frau. Wie heißt die denn? Wie heißt die denn? Erika. Erika Mustermann. Seine Mutter. Seine Mutter. Aber Max, jetzt sag mal, wie alt warst du, als du das erste Mal begriffen hast, was Max Mustermann bedeutet? Deine Eltern haben dir angetan. Fünf glaub ich. Und das ist aber natürlich, das ist ja heute noch was ganz Besonderes. Ich kann mir vorstellen, du hast bestimmt ab und an was zu lachen und einige wollen das da nicht glauben. Und du hast einen Personalausweis dabei? Das kennst du ja wahrscheinlich schon. Ja, kontrollier das mal Kai. Ja, das ist der Personalausweis hier von Max. Ich hab auch so einen Personalausweis, wo Max Mustermann draufsteht zu Hause. Aber nicht mit meinem Bild drauf. Ja, also absolut, alles korrekt. Gab's da mal Probleme an der Grenze oder sowas? Nein, also ich hatte mal beim Snowboardfahren einen Unfall und dann waren wir im Krankenhaus und dann waren da schon so Formulare zum... Also die waren schon fertig sozusagen. Da hast du dich gewundert, warum dein Name schon drinsteht. Also die Leute in deiner direkten Umlebung, die werden das ja alle wissen und kennen und so. Aber wenn man irgendwo hinkommt oder wenn man irgendwo anruft, dann kann ich mir vorstellen, ist das manchmal komisch. Ja. Hast du noch Geschwister? Ja, ein Bruder. Wie heißt der? Tom. Das ist dann unverfänglich auf jeden Fall. Also Max, eine wunderbare Geschichte. Sie hat dir 800 Euro eingebracht und uns allen ganz viel Spaß gemacht. Hier hoffentlich auch. Der einzige Max Mustermann in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Aber der Ratehinweis war natürlich tückisch. Ein Beispiel nehmen. Ja. Das war raffiniert. Das war sehr raffiniert. Das war sehr raffiniert. Das war sehr raffiniert. Aber irgendwann hat man dann plötzlich, ne? Da ist wie so ein Kurzschluss. Ich hatte dann überlegt, dass es irgendwann das geht, wofür er irgendwo mal hätte. Wofür er nichts kann. Wofür er nichts kann. Und plötzlich hast du Jörg damit angesteckt. So geht's. Wir haben da eine Verbindung hier zwei. Ich glaube, bei unserem nächsten Gast wird's nicht einfacher für euch. Hier ist Sadiel aus Berlin. Willkommen bei Kaum zu glauben. Hallo. Achtung für alle Mitratewilligen. Hier wird die Geschichte eingeblendet. Tiefes Erschrecken im Publikum. So, Jörg beginnt. In diesem Falle lautet der Ratehinweis, Sadiel ist der Einzige im Swingerclub. Keine Reaktion bei ihm. Nein, nein, doch, doch. Ist schon, ist gut. Ich bin der Einzige im Swingerclub. So, Jörg, bitteschön. Sadiel, erst mal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Ich gucke neidvoll auf deinen Körper. Du siehst sehr durchtrainiert aus. Hat es was mit Sport zu tun? Ja. Wir müssen die Sportart erraten. Nein. Nein. Gut, dann fang ich noch mal von vorne an. Ist es dein Beruf? Ja. Aha. Ist es ein Beruf, wo du sagen würdest, das könnte Hubertus auch? Achtung, Achtung, Achtung. Bei der Antwort. Doch, ja. Hubertus, was kannst du sportlich? Mach mit Federballball. Hat es was mit Bällen zu tun? Nein. Mit Gymnastik? Jein. Jein. Akrobatik? Nein. Jein. Wir müssen überlegen, wie es dann weitergeht. Okay. Oh, ja, aber... Dann mach weiter. Du bist Sportler? Nein. Tänzer. Nicht klassisch, ne? Tänzer. Ja. Es hat was mit Swing zu tun? Nein. Ich frag noch mal. Vielleicht hast du es verstanden. Es hat was mit Swing zu tun. Ich dachte, Swing, die Musik... Du hast eine besondere tänzerische Leistung? Ja. Du hast einen Weltrekord im Tanzen geschafft? Nein. Aber ein Rekord im Tanzen? Nein. Du tanzt etwas, was andere nicht machen? Ja. Ja. Du bist der Einzige, der im Swingerclub tanzt. Und... Und die anderen nicht schwart, macht der Typ. Okay, also du bist der Einzige, der so tanzt, wie du tanzt. Ja. Du tanzt mit Tieren. Nein. So, ich bin schon bei 400 Euro. Gut, oder? So, Bertus. Du könntest es auch. Tanzen Sie im Ballett. Nein. Tanzen Sie in einem Ort, wo es eine erotische Komponente gibt. Hey, jetzt mal keine Selbstübersetzung, ja? Ja, ja, ja. Das muss man auch. Hat es was mit Erotik zu tun? Jein. Tanzen Sie nackt? Jein. Ja, ein bisschen schon. Tanzen Sie unbekleidet? Hallo. Tanzen Sie unbekleidet? Ich hab das an. Tanzen Sie mit Requisiten? Ja. Aber nicht mit lebenden Requisiten? Brennen die Requisiten? Arbeiten Sie mit Feuer? Sind Sie der einzige Balletttänzer, der mit brennenden... Frauen. Haben Sie das Ballett festgelegt? Das war Ballett, was ich dann festgelegt habe. Nein. 600. Die Requisiten könnt ihr wieder vergessen. Das ist nicht das, worum es geht. Aber brennen war gut. Okay. Brennen Sie? Nein. Es brennt nichts. Aber es brennt um Sie herum? Nein. Und das nicht mehr vorhandene Requisit brennt auch nicht? Vergesst die Requisiten. Andere Richtung. Aber es brennt? Ja, auch egal. Auch egal. Tanzen Sie einen Paartanz, aber alleine? Nein. Ja, das weiß ich. Nur Sie machen das alleine? Ja. Gibt es noch andere Menschen auf der Welt, die das machen? Gibt es, ja. Gibt es dafür Schulen zur Ausbildung? Und ist es gefährlich? Nein. Sieht es schön aus? Ja. Sieht man das in einem Theaterhaus? Ja. Ah. In einem Musical? Gibt es. Geht überall. Hier, 800. 200 gehen noch. Wenn Sie jetzt nicht drauf kommen. Also jetzt? Jetzt dürfen Sie noch einmal, dann darf jeder noch einen Tipp abnehmen. Wechseln, wechseln. Und ich glaube, im Musical heißt nicht sogar, die ersetzen. Ja. Er ersetzt andere Balletttänzer, die müde geworden sind. Pass auf, er swingt, weil er den Damenpaar macht. Jörg? Ich bin. Ja. Du bist. Okay, ich versuch's mal. Also du swingst quasi das Geschlecht und tanzt. Ja, in der Rolle. Swingst das Geschlecht. Nein. Swing, nicht schwingst. Was erzählst du da? Was erzählst du da? Was erzählst du da? Ich habe einen Sprachfehler seit 25 Jahren, seitdem ich im Fernsehen mache. Du tanzt quasi in einer Formation den Part einer Frau. Und damit bist du ziemlich einzigartig auf dieser Welt. Ja! Halleluja! Ne. Ne. Ich bin mindestens genauso entsetzt wie du. Er ist entsetzt. Bernhard? Du bist der beste Seil am Seiltänzer und tanzt die Rolle der Jane im Tatsang-Musical in einer Grazie, die ein weiblicher Körper auch nicht annähernd in der Lage ist zu erzählen. Ich habe mal vor einiger Zeit was gelesen, vielleicht ist es das. Ich habe gelesen, dass in den großen alten Bahnhofshallen Seiltänzer und Artisten akrobatische, klassische Tänze machen an Seilen selbstverständlich. Das ist selbstverständlich falsch, aber ich wollte es mal sagen, dass es mir Mühe gegeben hat. Und dass du mal was gelesen hast. Genau. Ja. Das ist falsch. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Nein, das ist nicht so. Das ist falsch. Steffi, du hast den letzten Tipp in der Runde. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht der einzige Mann ist, der burlesque tanzt. Nein, das ist falsch. Und damit ist Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr werdet euch jetzt ärgern, weil man hätte vielleicht drauf kommen können. Es hat natürlich was mit Tanzen zu tun, mit einer speziellen Art von Tanz. Sadiel ist der einzige Mann in Deutschland, der Profi-Bauchtänzer ist. Und viele glauben immer, das können nur Frauen, aber es kann ganz mit Sicherheit auch ein Mann Bauchtanz machen. Nur ein Hüftschwung, aber was für einer. Wenn meine Hüfte los vibriert, dann brennt die Luft. Es ist ein Rhythmus, wo er mit muss. Sadiel Sasmas aus Berlin. Deutschlands einziger professioneller Bauchtänzer. Wie aber kommt man auf so einen Beruf? Meine Leidenschaft in Tanz hat begonnen aus meiner Kindheit. Ich war 7, 8 Jahre alt, habe ein Video gesehen mit Bauchtanz und war total hin und weg. Ja, mittlerweile ist es mein Beruf. Und Sadiel setzt sich durch. Seine Shows sind mittlerweile absolute Publikumsrenner. Und seine Familie ist begeistert. Ich finde es cool, dass er es macht. Wir als Familie sind sehr stolz auf ihn. Egal, was die anderen Menschen sagen oder sich lustig machen. Ich finde es einfach gut. Es ist seine Sache, sein Ding. Das, was ich mache, ist tatsächlich ernste, harte Arbeit. Und sehr exotisch und sehr ästhetisch. Und das möchte ich auch so rüberbringen. Und wer glaubt, nach dem Training ist Schluss, der irrt gewaltig. Rhythmus ist nicht nur wichtig bei mir auf der Arbeit und in der Tanzschule, sondern auch in meinem Alltag. Die Hausarbeit wird dann einfach schnell zum zweiten Training. Ganz schön clever. Klar, der Bauchtanz kommt aus dem Orient. Aber kann man eigentlich auch zu anderer Musik die Hüften schwingen, Sadiel? Doch, du kannst auf jede Musik Bauchtanzen. Es ging ja auch, dass man es auf Hardrock und Heavy Metal tanzt. Ja klar, es sieht nur ein bisschen komisch aus. Echt? Komisch? Finden wir überhaupt nicht. Passt doch super. So putze ich auch von mir zu Hause. Ist das immer noch so, dass die Menschen komisch reagieren, wenn du als Mann Bauchtanz machst? Weil es ist ja doch eher noch ungewöhnlich. Ist halt sehr exotisch. Und wir haben ja vorhin gesehen, ich meine, du hast ja tatsächlich einen sehr durchtrainierten Körper. Man denkt natürlich bei Bauchtanz immer erstmal irgendwie daran, dass man irgendwie einen besonders dicken, breiten Bauch haben muss, den man schwingt. Aber das ist natürlich gar nicht so. Nee, es ist tatsächlich so, dass man möglichst schlank sein sollte, um die Akzente am Körper auch zu sehen. Allerdings kann es natürlich auch bei einer völligeren Frau auch sehr schön aussehen. Also man muss jetzt nicht ein bestimmtes Klischee erfüllen. Also vielleicht werdet ihr euch ja irgendwann nochmal wiedersehen, Hubertus. Dann kannst du schauen, ob da wirklich etwas in dir schlummert, was du noch nicht entdeckt hast. Ja, ich danke dir für das Vertrauen. Diese Fürsorge irritiert mich, du. Samuel, herzlichen Dank für den Besuch. Viel Spaß mit den 1000 Euro und alles Gute für die nächsten Auftritte. Danke, dass du unser Gast bist. Dankeschön. Aber du hast es auch raus. Bist du Tänzer? Ich bin ein totaler Tänzer. Aber eher Solist. Du tanzt gut. Du hast mich schon mal tanzen lassen? Nein, aber ich weiß es. Woher hat es sich rumgesprochen bis in den Norden? Du tanzt doch die Flure runter. Also wenn man die hinter dir her geht, hat man das Gefühl. Ich habe sie schon tanzen sehen. Doch, doch, doch. Bei einer Aftershow-Party habe ich schon tanzt. Spielt mal Musik an, wir wollen das nicht sehen. Aber so. Hör auf, sie zum Kratzer erzählt. Geht mal aus sich raus. Nein, ich muss jetzt sofort ablenken, meine Damen und Herren. Und überleiten zu unserem nächsten Gast. Ganz wichtig. Ja, herzlich willkommen, Tarek Helmi. Hallo. So, es geht wieder bei Bernhard los. Danke. Und natürlich gibt es vorher Tareks Geschichte. Das haben Sie nicht verstanden, oder? Einige sind immer noch am Lesen, haben wir das Gefühl. Das ist ja schon unsere komplette Runde. Die brauchen 45 Sekunden zum Lesen. Okay, okay, okay. Ich bereite das mal vor. So, Bernhard beginnt und der Hinweis lautet, Tareks Kindheit hatte Folgen. Bei wem nicht, also. So. Und auf geht's. Geht es um ein Hobby? Nein. Um deinen Beruf? Nein. Ist es eine Eigenschaft? Eine Fähigkeit? Nein. Eine Fähigkeit, die du hast? Nein. Es ist etwas in deiner Kindheit passiert, wovon du heute noch profitierst? Ja. Ja. Ist es etwas, was dir im Alltag hilft? Nein. Was du im Alltag nutzen kannst? Nein. Hatte Folgen deine Kindheit? Ja klar, hatte deine Kindheit Folgen. Mit Kindheit, nur so grob einordnen, ist damit gemeint bis sieben Jahre, weil er gerade sieben Sekunden steckt? Nein. Generell, Dane, bist du verwandt mit jemandem? Nein, nein. Ja. Ja. Bist du verwandt mit jemandem? Ja. Aber, Kai hat das, Kai hat das sehr schnell sehr richtig verstanden. Worauf deine Frage abzielte, ne? Geht es um ein besonderes Verwandtschaftsverhältnis? Nein, ja, aber er ist natürlich mit jemandem verwandt, aber darum geht es nicht. Die ersten 200 Tarek. Super. Hubertus. Was in der Kindheit passiert ist, war das ein Ereignis? Ja. Das war ein zufälliges Ereignis? Nein. Das war ein angestrebtes Ereignis? Nein. Ist es passiert durch eine günstige Konstellation der Eltern? Nein. Ist es passiert durch einen Schulfreund? Nein. Ist es passiert durch, mein Gott, woher soll es, durch die Ausbildung in der Schule? Nein. Hat es was mit Ihrem Körper zu tun? Nein. Hat es was mit Ihrem Geist zu tun? Es war alles dabei, sagen wir mal so. Gab es einen unglaublichen Lottogewinn? Nein. Materielle Folgen hat es nicht? Doch. Doch. Also sind Sie wohlhabender als andere? Nein. Sind Sie ärmer als andere? Auch nicht. Sind Sie begabter als andere? Nein. Ja. Ja. Stefanie. Ist dieser Mann in unserer Runde? Nein. Ist ja keiner. Ist der Mann neben dir? Nein. Okay. Dieser Mann, ist der bekannt? Ja. Hast du noch Kontakt mit dem Mann? Nein. Lebt der Mann noch? Ja. Ja. Ähm. Dieser Mann hat was mit Kunst zu tun? Ja. Aber es geht auch nicht nur um den Mann. Jörg, ich versuche das ein bisschen einzuordnen, ob ich das Gesicht kenne. Kennt ihr das Gesicht? Bist du der Junge von der Tafel Schokolade? Nein. So was hab ich auch gedacht. War es ein vergleichbares Ereignis, dass du als Kind etwas gemacht hast, was wir gesehen haben? Ja. Ah. Ja. Gut. Ist es Werbung? Nein. Musik? Nein. Schauspiel? Ja. Das ist Lessie. Kann man sagen, dass du dann ein Kinderstar warst, so wie Tommy Orner damals? Ein Kinderstar? Ja. In einer Serie? In einer Serie? Ja. Gut. Ich durfte als Kind nicht fern gucken. Liebes in der ARD. Liebes im ZDF. Ja. 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 Das ist Eifer. Gott, nein. Nein, Sie steigen. Nein, nein. Nein, nein. So, ich durfte ja noch einmal untereinander. Ich hab wirklich, ich hab keine Serie gesehen. Im ZDF. Ja, im ZDF. Kennt keine ZDF Serie. Komm, Ubertus, das ist doch auch dein Mädchen. Ja, was heißt man denn alles? Tentaler. Temi, das Mädchen vom Hausboot. Das war ein 50er. Das Erbe der Guldenburgs fällt mir ein, zum Beispiel. Spaßwaldklinik, ich heirate eine Familie. Ich heirate an der Jüngste aus der Ich heirate eine Familie zum Beispiel. So, Bernhard. Du warst der jüngste Sohn aus Ich heirate eine Familie. Ja. Das ist richtig. Oh, ein Schuss ins Blauen, der wirklich mitten rein ins Tier getroffen hat. Aber echt, wie geil. Das ist ja lustig. Ja, Tarek war das Nesthäkchen Tom aus Ich heirate eine Familie. Und in der Tat, eines muss man sagen, wirklich zu erkennen, ist Tarek heute nicht mehr, wenn man ihn von damals kennt. Ich will aber kein anderes Meerschweinchen. Ich will mein Bommel. Ach, ist er nicht süß, der Lockenkopf. Und so hat ihn ganz Deutschland geliebt. Da hast du noch mal Schwein gehabt, Werner. Als der Hype um mich hinter der Familie losging, konnte ich kaum noch einen ruhigen Schritt auf der Straße gehen, ohne erkannt zu werden. Ich wurde umringt. Omas wollten unbedingt meine goldenen Löckchen berühren. Und vor allem haben die Leute sich gewundert, wo meine Filmmutter und mein Vater sind, weil sie uns wirklich für eine echte Familie gehalten haben. Tarek alias Tom im ZDF-Klassiker Ich heirate eine Familie. Die Kultserie über eine Patchwork-Familie mit ganz gewöhnlichen Alltagsproblemen. Tareks Fernsehkarriere als Tom ist ein großer Zufall. Er ist acht und geht in die dritte Klasse, als 1983 alles beginnt. Ich bin damals vor der Schule aus dem Schulbus ausgestiegen und eine Dame vom Casting hat mich da angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, beim Film mitzuspielen. Und ich hatte damals noch keinerlei Erfahrung, aber fand das natürlich super cool, diese Vorstellung. Heute ist Tarek übrigens selber Vater von zwei Kindern und Synchronsprecher. Und nach dem ganzen Chaos in der Serie steht für ihn fest. Also obwohl ein großer Teil meines Lebens eine Familie war, habe ich meine eigene Familie doch lieber selber gemacht. Wenn du heute so auf deine Kindheit zurücklegst, war das ein Zugewinn für dich oder war das eine Belastung, also auch diese Bekanntheit? Also wenn ich jetzt das alles betrachte, war es ein riesen Zugewinn. Ich hatte in meiner Pubertät, in meiner Jugend eine Phase, da war es mir peinlich darüber zu reden oder noch darauf angesprochen zu werden. Aber heutzutage bin ich super stolz drauf. Gibt es noch Kontakt zur alten Familie, zu irgendjemand von damals? Mit meinem Firmenbruder Timo bin ich nach wie vor sehr gut befreundet. Wie viele Folgen gab es da? Weil ich meine es wären unfassbar wenige. Ja, aus heutiger Sicht sehr wenig. Ich glaube wir hatten 16, 17 Folgen, drei Staffeln, vier Staffeln. Heute guckt man ja in die 2378 und denkt so und jetzt geht es los. Aber damals haben dafür fünfmal so viele Menschen geguckt wie heute. Insofern war auf jeden Fall natürlich eine riesige Aufmerksamkeit. Und du warst danach Rapper? Ich war lange in der Musikindustrie unterwegs, war Rapper, Musikproduzent und solche Geschichten. Wollte man da auch so ein bisschen weg so von diesem süßen, blonden, locken Kinderstar? Ich denke heute, aus heutiger Sicht ja. Ich habe da ein bisschen rebelliert, aber es hat mir auch viel Freude gemacht. Und ich bin immer noch gerne in dieser Szene auch unterwegs. Tarek, vielen Dank. Alles Gute. 800 Euro sind es geworden. Tarek, Hänge aus Berlin meine Damen und Herren. So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich fahr' es nicht so. Hier hast du mich gefunden. Weihnacht von 80 Nuss. Gucken Sie mal, wie er sich freut, dass er die Geschichte hat. Ja, habe ich, finde ich auch. Ich habe ja nur eine Sache gesehen damals, wir hatten ja nichts. Ich war überrascht, dass das in Farbe war. Aber vielleicht gelingt dir ja das Double. Und du knackst gleich die nächste Geschichte noch hinterher. Unser nächster Gast, Jan-Peter Malstedt. Herzlich Willkommen. Welcher Letzte? Hallo, reicht es, wenn du Jan sage? Oder ist Jan-Peter gebräuchlich? Fiete ist eigentlich mein richtiger Name. Okay, dafür sagen wir jetzt mal gar nicht so viel mehr. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ja, weil ihr irgendwas sappelt. Ja, zuhören. Was? Das war kurz. Das hat er recht. Ja, hier so. Ja, 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 ja. Das war was Intellektuelles. Ja, ja, muss er, 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 muss er. Ja, einer muss es machen. Jan, wir beginnen mit Hubertus. Und der Ratehinweis lautet, Jan, ein Mann mit Tiefgang. Schön, dass wir Ihnen eine Freude machen konnten. Ja, bitteschön, auf geht's. Sind Sie Sportler? Nein. Suchen wir nach einem Beruf? Ja. Einen Lehrberuf? Nein. Ein Handwerk? Nein. Ein Dienstleistungsberuf? Ja. Komm ich zu Ihnen? Ja. Ja. In eine Praxis? Wirst du schon wieder krank oder was? Nein. Nein. In eine, in eine, in ein Büro? Nein. Wenn ich das hätte, wohin ich komme, wüsste ich, was Sie machen? Definitiv. Ja. Üben diesen, üben diesen Beruf viele aus? Nein. Ähm, weniger als zehn in Deutschland? Ja. Oh. Ja. Ja. Okay. Geh mal tiefe, höhle, höhle Wasser. Jetzt, jetzt, jetzt tiefe. In die nächste Raterunde geht Stefanie. Hat das was mit Psychologie zu tun? Nein. Hat es was, gehen Sie in den Menschen tief rein? Ja? Nein. Nein. Gehen Sie irgendwo runter? Nein. Weil im aller, aller, aller weitesten Sinne. Nur das ist, weil sonst... Also im räumlichen Sinne gehen Sie irgendwo in einen Keller? Nein. In eine Höhle? Nein. Nein. Ist es dunkel? Nein. Hat... Danach ist man aber geheilt? Nein. Es kann helfen, aber es ist... Okay. Nur ja oder nein nehmen Sie mal. Also es haben wenige Menschen leiden an dieser, an diesem Bedürfnis, an dieser Krankheit? Nein. Also es ist eine... Nein? 400? Habt euch da jetzt ein bisschen verrannt, glaube ich gerade. Ich hab mich. Ja, hoffe ich. Na ja, Hubertus ist in die Sackgasse rein und du bist weitergelaufen. So, Jörg. So. Also, hat es was mit Tauchen zu tun? Nein. Mit dem U-Boot? Nein. Schade. Tiefgang, meint das intellektuellen Tiefgang? Nein. Also ist der Hinweis vergessen? Nee, überhaupt nicht. Würde ich zu Ihnen kommen? Ja. Brauche ich das? Ja. Brauchen? Nein. Brauchen. Braucht jeder. Bringt es Spaß? Ja. Lacht man? Ja. Ja? Hängt ein bisschen vom Typ ab. Du. Alles gut. Können Sie mich zum Lachen bringen? Nein. Das schafft keiner. Wie schade. Wie viel kommt es denn auf Frauen vielleicht? So, 600 Euro. Bernhard. Sind Sie Akademiker? Nein. Der Tiefgang. Reden wir von einem tiefen Gang? Also ein Weg, der tiefer liegt? Nein. Gehen Sie tiefgebeugt? Nein. Es sieht nicht gut aus. Sind Sie in einer heruntergekommenen Gang? Früher. Nein. Okay. Okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ähm. Gut so. Wir gönnen Sie. Aber Sie können auch mir helfen? Nein. Helfen im klassischen Sinne ist der falsche Weg. Wohnen Sie in einem Bunker? Nein. Irgendwas? Unter der Erde? Nein. Nein. Ach, tun wir. Wenn wir zusammenfassen. Wenn wir zusammenfassen. Fass mal zusammen. Wir wissen gar nichts. Er ist kein Akademiker. Es ist kein Handwerk. Es ist eine Dienstleistung. Es gibt sie weniger als zehnmal in Deutschland. Und es würde Jörg gut tun, wenn er mal hinginge. Jetzt guckt mich nicht so erwartungsvoll an. Also gut tun im Sinne, man sollte es mal erlebt haben. Alle. Ihr alle. Auch zusammen? Ja, wir alle. Aber Steffi, auch eine Frau. Ich war auch noch nicht da, aber wir gehen da mal zusammen hin. Ernsthaft? Okay, abgemacht. Was immer es ist. Jeder darf noch einen Tipp abgeben. Ja. Sie sind der einzige Dienstleister, der eine rollende Schülerbibliothek hat und mit diesem munteren Gefährt durch Deutschland reist und sind im Bildungsauftrag unterwegs. Verbreitet Tiefgang. Und verbreitet Tiefgang bei den Schülern dadurch. Sehr schön. Weil die sollten alle mal wieder... Ja. Leider nicht. Guter Ansatz, aber... Nein. Bestens ein kleines Kompliment. Ja. Stefanie. Ich weiß nicht, ob das mit Gehen was zu tun hat. Also ich meine, ich hätte es wirklich nötig auf jeden Fall, dass mir mal jemand zeigt, wie man ordentlich läuft. So. Was du meinst? Ja, mit gerade Haltung und alles. Eine Gangschule. Eine Gangschule. Leider nicht. Jörg, du solltest es wissen. Tiefgang. 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 Ähm. Sie sind... Kellerkind. Ein Mann mit Tiefgang. Halleluja. Tja. Ganz ehrlich, das habe ich selten. Ne, Sie sind... Sie sind... Ah. Ja, aber ich verrate es nicht. Nein, Sie sind... Sie sind Ur-Urenkel von Freud. Oh. Das wäre ja was. Nicht schlecht. Und in der Vergangenheit... Tiefgang, ein Mann. Psychologie. Sie sind mit Sigmund Freund, äh, nicht befreundet, aber verwandt. Das ist richtig, aber das ist nicht die Geschichte, die wir suchen. Schön, dass er mir das zutraut. Bernhard, der letzte. Sie sind einer der wenigen Kapitäne auf See, die eines der schwersten Schiffe und größten Schiffe der Welt fahren dürfen, mit dem größten Tiefgang, den Schiffe haben können. Und das kann Jörg dringend gebrauchen. Mal mit so einem Frachter fahren, mit so einem Schiff mal fahren, mit so einem großen Tiefgang. Also, so durch war noch keiner dran. Aber es ist falsch. Es ist falsch. Und damit, Jan, Glückwunsch zu 1.000 Euro. Jan, Peter oder Fiete. Fiete, ne? Fiete, ja. Fiete, sagen die in Hamburg hier. Der Mann hat Tiefgang, der Mann hat ein besonderes Fortbewegungsmittel. Der Mann ist im Grunde genommen zwei Sachen in einer Person. Er ist Kapitän. Sag nicht der Busfahrer, der ins Wasser fährt. Oh, jetzt auf einmal kommt hier. Genau das ist er! Das ist wirklich ein Wunder. Hammerteil. Und das ist ganz wunderbar und das ist wirklich was ganz Besonderes. Und wir freuen uns, dass wir das heute hier mal vorführen können. Denn dann werden noch viel mehr Menschen in Zukunft damit fahren. Unter anderem ja auch wir alle gemeinsam. Wie geil ist das denn? Herzlich willkommen zu Hamburgs außergewöhnlichster Stadtrundfahrt. Rund 80 Minuten dauert die Tour. Aber was ist denn daran jetzt so besonders? Der Hafen City River Bus ist ein ausgewachsener Reisebus. Der etwas kann, was gar kein anderer Bus in Deutschland kann. Der kann nämlich schwimmen. Aha, also eine Stadtkreuzfahrt. Das Highlight, die Fahrt in und aus dem Wasser über eine Rampe. Gib Gummifiete! Ja, die Wasserung. Inzwischen bin ich da so routiniert, dass ich auch gerne im Rückspiegel die Menschen, die hinter mir sitzen, beobachte. Und das ist schon ein schöner Moment für mich. Ich weiß, was kommt. Die wissen nicht, was kommt. Es ist also wirklich ein großes Aha-Erlebnis für die meisten. Alle haben sich irgendwo ein Grinsen im Gesicht. Und wenn wir das verursachen, ist das nichts Schlimmes. Ne, schlimm ist das nun wirklich nicht. Heißt also, du machst gerne eine große Welle, oder was? Als Mensch jetzt nicht unbedingt. Mit dem Fahrzeug macht das natürlich schon Spaß. Man hat eine Menge Aufmerksamkeit. Es wird auf uns gezeigt. Kameras werden gezückt. Und es macht schon Spaß. Super. Fehlt eigentlich nur noch, dass der Bus fliegen kann. Dann wäre Vita auch noch Pilot. Das ist ein Prototyp, den wir insgesamt gebaut haben, ja. Was ist da das Schwierige überhaupt? Ich meine, Abdichtung wahrscheinlich? Ne, das Schwierige ist, einen Reisebus zugelassen zu bekommen, der gleichzeitig ein Passagierschiff ist und umgekehrt. Oh, ich wollte gerade sagen, ja. Wir sind in Europa, da gibt es Bauverordnungen, die sind so dick für beides. Und das miteinander zu kombinieren. Technisch ist eine echte Herausforderung. Und hat lange gedauert. Blutschweiß und Tränen gekostet. Und am Ende, nach vierjähriger Vorbereitungs- und Bauzeit, dann schlussendlich hier in Hamburg tatsächlich zugelassen worden. Das war dann die allergrößte Hürde zu guter Letzt. Also du hast einen Personenbeförderungsschein, also bist Busfahrer und hast auch ein Kapitänspatent. Ja, ich bin von Haus Kapitän mein Leben lang Jachten geführt auf allen sieben Weltenmeeren. Und dies ist dann letztlich entstanden mit meinem Geschäftspartner zusammen. Es ging einher mit meinem Wunsch, heimatverbunden mal zu arbeiten und nicht mehr als Zigeuner der See unterwegs zu sein. Und dann ist diese Idee jetzt nicht unsere Idee gewesen. Es ist nicht exklusiv. Es gibt drei Stück davon, die wirklich als Reisebusse schwimmfähig sind. Einen Budapest, einen Rotterdam und wir sind die dritten in Europa zumindest. Man darf ja üblicherweise im Bus während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Wie ist das in dem Moment, wo Sie zum Kapitän werden? In dem Moment darf man das dann tatsächlich. Aber das ist sehr gut. Ich habe ein Schild über mir tatsächlich während der Fahrt. Nicht mit dem Fahrer sprechen. Wir haben auch Haltestellenknöpfe, wo man klingeln kann, um eine Haltestelle anzusteuern. Aber ich halte nicht an. Das sind aber alles Dinge, die den Vorschriften entsprechen müssen. Da muss ein Halteknopf drin sein? Ja, Klingelknöpfe, die jeder kennt. Und all so ein Quatsch. Und solange Fiete im Wasser ist, darf er auch Trauungen vornehmen, meine Damen und Herren. Also, falls Sie sich mal spontan entschließen auf einer besonderen Stadtrundfahrt. Vielleicht meine eigene mal. Ja. 1.000 Euro sind es geworden. Sehr schön. Viel Erfolg weiterhin. Aber machen wir da wenig Sorgen. Herzlichen Dank für den Besuch. Jan-Peter, Fiete Malstedt. Und ich lege sie nach den Füßen auf die Tanzen. Lass sie tanzen, lass sie tanzen. Lass sie tanzen, lass sie tanzen. Lass sie tanzen, lass sie tanzen. So, wir müssen gleich mal in den Kalender gucken, wann wir... Das machen wir. Wann wir Bus fahren gehen. Wir gehen Bus fahren. Wir gehen uns Mühe. Ja, jetzt müsst ihr euch auch Mühe geben, damit ihr die nächste Geschichte herausfindet. Wobei Jenny hätte nix dagegen, wenn das nicht gelingt. Jenny aus Stuttgart. Hallo Jenny. Hallo Kai. Ja, schaut sie euch an. Um was könnte es gehen? Um eine hübsche Frau. Es geht um folgendes. Oh, das ist was langes. Oh, das ist ja ewig lang. Ah ja, das scheint ja was ganz Spektakuläres. Ja. Wow. Wow. Das ist so. Oh. Stefanie beginnt. Mit dem Hinweis, bei Jenny weiß man nie, woran man gerade ist. Du kannst wann immer du willst. Okay. Bist du ein Chameleon? Im übertragenen Sinne. Ja, du kannst dich verändern. Ja. Ähm, äußerlich? Ja, logisch. Nein. Hä? Wie innerlich? Nein. Kannst du deine Stimme verstellen? Ja. Kannst du... Hast du was mit Synchronsprechen zu tun? Nein. Trittst du auf Volksfesten auf? Nein. Nutzt du es einfach privat? Ja. Auch. Hast du eine bestimmte Werbung gesprochen? Nein. Hast du aber was mit Fernsehen zu tun? Nein. Bist du die Tagesschau-Stimme? Bist du nicht die Tagesschau-Stimme? Ähm... Na ja, die sich manchmal so redet oder was man nicht verstellen kann. Das sind 200. Okay. Also, es hat mit der Stimme zu tun. Du kannst deine Stimme verstellen. Ja. Du bist aber hoffentlich nicht die furchtbare Stimme aus dem Navigationssystem. Nein. Hast du Glück gehabt jetzt? Okay. Kannst du Stimmen nachmachen? Ja. Und dein Talent besteht darin, dass du viele Stimmen nachmachen kannst? Ja. Von Menschen, die wir kennen? Ja. Du machst also prominente Stimmen nach? Ja. So, was ist jetzt das Außergewöhnliche? Du kannst mehr als fünf Stimmen nachmachen. Ja. Muss ich jetzt was noch erraten? Die Anzappen. Die Zahl. Mehr als zehn. Ja. Elf. Zwölf. Mach weiter. Die Zahl reicht noch nicht. Die Zahl reicht noch nicht. Danke. Du bist deutsche Meisterin im Stimmen imitieren. Nein. Bist du eine Meisterin? Nein. Hast du einen Rekord damit geschaffen? Nein. Kannst du eine besondere Stimme nachmachen, die wir spannend finden? Ja. Bitte schön. Ist das eine von unseren Stimmen? Nein. Aber es ist eine besondere Stimme, die du nachmachen kannst? Mhm. Ich könnte der Stimme auch stimmen. Sprichst du eine bekannte Stimme? Nein. Nein. Aber wir müssen rausfinden, wir suchen die Person, deren Stimme du nachmachst und das ist etwas Besonderes. Wir suchen das Besondere. Ja. Aha. Das ist ja ein ganz neues Spielprinzip. Wir suchen was Besonderes. Was Unglaubliches. Ich hab was kaum zu glauben. Es geht um eine, ihr müsst suchen eine Person. Wir suchen wahrscheinlich mehr. Das auch. 600. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Hat sich das schon gelohnt. Wir suchen... Guten Tag. Wir suchen eine Gruppe, die du nachmachen kannst. Zum Beispiel die Bundesregierung. Alle Stimmen der Bundes... Nein. Oder alle Stimmen der Fußball-Nationalmannschaft. Nein. Nein, das suchen wir nicht. Na gut. Eigentlich schade, dass wir das nicht suchen. Das Besondere ist, sind es Dialekte? Nein. Sind es... Wir suchen die Eigenart der Prominenten. Also was haben die Prominenten gemeinsam, die du nachmachst? Ja. Sie kann alle Stimmen von... von allen deutschen Serien-Hauptdarstellern, die gerade im Fernsehen eine Serie machen. Nein. Nein. Ah. Wahnsinn. So. 800. So kann das manchmal gehen. Ich hatte vorhin das Gefühl, wir sind schon ganz nah dran. Und jetzt kreist ihr immer schön drum herum und bewegt euch immer wieder auch ein Stück weg. Wir gönnen ja einfach das Geld. Auch klar. So, jetzt dürft ihr jetzt nochmal... Das heißt, dass es eine bestimmte Gruppe von Menschen gibt, die alle kann, wie zum Beispiel... Politiker. Das wäre was gewesen. Oder Säger. Schauspieler. Sie kann Schauspielern auch mal. Aber das reicht nicht. Aber die Anzahl ist es nicht das Besondere. Sondern es ist die Gruppe. Letzter Tipp. Jetzt bist du als Erste dran. Ja, ja. Ich hab... Vielleicht kann sie alle Stimmen der Darsteller von Game of Thrones nachsprechen. Das ist eine bekannte amerikanische Fernsehserie. Ich hab sie auch noch nicht gesehen. Ich hab sie auch noch nicht gesehen. Ich hab sie auch noch nicht gesehen. Sollen wir die Ferien durchgehen? Ich hätte... Okay, also wir hatten deutsche Schauspieler, die waren es nicht. Du kannst die Stimmen von zahlreichen Oscar-Preisträgern nachmachen. Nein. Es geht um besondere Figuren. Du kannst Cartoons nachsprechen. Du kannst alle Figuren von Simpsons... Das ist zu wenig. Die hat mehr als 11. Von Simpsons nachsprechen. Sowas in der Art. Nein. Nein. Man sagt ja bei Filmgöttern immer, dass sie unsterblich sind. Alle verstorbenen deutschen Weltstars. Also verstorbene deutsche Film- und Fernsehstars. Kaum sind sie, ist die Trauerfeier vorbei, sagt unsere wunderbare Kandidatin. Die kommt jetzt in mein Repertoire. Und so bleiben sie immer lebendig. Deutsche Weltstars? Deutsche Weltstars. Aber da gibt's da mehr als... Nein. Deutsche populäre Stars bleiben lebendig durch ihre wunderbare Stimme. Nein. Nein. Und damit gratulieren wir Jenny zu 1.000 Euro. Und jetzt sag ich euch erstmal, worauf ihr nicht gekommen seid. Und das wäre vielleicht noch zu erraten gewesen. Jenny ist Sängerin. Jenny ist Sängerin und sie kann in Perfektion die größten internationalen, aber auch nationalen Stars nachmachen. Live gesungen. Ja. Und ist damit zu einem absoluten Hit im Internet geworden. Wie heißt das? Und wir werden euch das gleich mal zeigen. Hier erstmal im Film und dann live hier im Studio. Das ist ja toll. Jenny Masala aus Stuttgart. Das ist Jenny Masala aus Stuttgart. Und sie hat nur eines im Sinn. Musik, Musik, Musik. An ihrer Leidenschaft feilt sie täglich zu Hause in ihrem eigenen Tonstudio. Es war schon immer mein Traum, professionelle Musik zu machen. Also seit ich denken kann, habe ich gesungen als kleines Kind mit meiner Schwester, habe mir auf Kassetten aufgenommen. Vom kleinen Mädchen mit Kassetten ist sie nun zum Internetstar avanciert. Denn dieses Video This is one girl and thirteen voices. Schlägt im Netz weltweit hohe Wellen. Dass es nicht nur durch ganz Deutschland geht, sondern sogar durch die ganze Welt. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist einfach der Wahnsinn. So, hören Sie mal genau hin. Das ist alles Jenny. Ramma, ramma, ma, ga, ga, oh la la. Let's go all the way tonight. Oh baby, baby, oops, I did it again. Hello from the outside. 13 Weltstars imitieren? Wie macht man das eigentlich genau? Zum einen braucht es schon eine gewisse Zeit, bis man sich in diesen Star hineinfühlt. I'll be there and you'll be near. Ich nehme das wirklich ernst und recherchiere den Star dann auch. Und schaue, was sagt dieser Star in Interviews. Wie bewegt er sich? Wie schaut er? Wie klingt die Stimme? Ist es eine helle, eine dunkle Farbe? Und so habe ich jeden Star als Charakter studiert. Wirklich kaum zu glauben. Und wer es immer noch nicht glaubt, den überzeuge ich jetzt live im Studio. Absolut. Hört euch das gut an. Und ich muss es natürlich dazu sagen, weil das so wichtig ist heutzutage im Fernsehen. Absolut live gesungen. Ja. Und ich glaube, jetzt gibt es das von Shakira, oder? Ja. Auf. 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 Wir haben ja gesagt, international ist das, aber natürlich auch die Großen aus unserem Lande. Auf. 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 Achso. Auf. Ahma. Auf. Auf. Da bist du direkt hergekommen, das kann natürlich sein. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Das kam eigentlich so aus Spaß. Immer mal wieder mitgesummt und meine Family und Freunde dann so, ey cool, mach das nochmal, das klingt wirklich einfach genauso. Und dann dachte ich so, jetzt halte ich es mal fest und lade es aus Spaß hoch. Und wir haben es ja gesehen, also so ein paar Millionen Mal im Internet bereits geklickt, das Video, das ist unglaublich. Hast du irgendeine Ausbildung gemacht? Ja, ich studiere Jazz-Pop-Gesang an der Musikhochschule in Stuttgart und da lernt man das Imitieren nicht. Also da lernt man eben schön zu singen, das ist dann schon was anderes, aber ja. Wie war das bei dir, als so ein kleines, als so ein ganz kleines Mädchen warst, da wolltest du immer sein wie, gab es da irgendjemanden, den du besonders toll fandst? Ja, als ich zehn Jahre alt war, wollte ich schon sein wie Britney Spears. Das war schon so. Das hat dich zum Glück geändert. Das hat sich geändert, ja, ja, genau. Also man hat natürlich so seine verschiedenen Idole und natürlich ganz, ganz alte Jazz-Stars auch. Gibt es ein neues Video irgendwann, also arbeitest du an neuen Stimmen? Ich habe was in Planung, ja, aber ich starte jetzt keine Imitationskarriere, also meine eigenen Songs stehen schon. Und ich hoffe, wenn du dann ganz oben angekommen bist, dann wirst du dich nochmal an den heutigen Abend erinnern und wirst sagen, Mensch, der Flowman, der hat schon mal bei mir im Background getanzt. Gleich holst du mich dann nochmal zurück. Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Janine Meister aus Stuttgart. Tolle Geschichte. Aber da geben sich die Gäste ja im Grunde genommen die Klinke in die Hand, denn eine Geschichte ist unglaublicher als die andere. Fantastisch. So auch die von Friedhelm aus Bonn. Herzlich willkommen. Guten Abend. Danke. Freuen uns sehr. Und ja, ich glaube, der eine oder andere wird was mit der Geschichte anzufangen wissen. Bitte schön, meine Damen und Herren. Du hast doch noch gar nicht gelesen gehabt. So stick. Ich bin geschockt, dass du das hast. Entschuldigung. Friedhelm ist der Erfinder der Möwentröte. Ja, erst mal, ich wollte das Wort verantwortlich, möchte ich gerne benutzen mit diesem Geräusch. Jörg beginnt. Ah, und der Ratehinweis lautet, Friedhelm hat eine Tippgemeinschaft ins Leben gerufen. Vielen Dank. Jörg, du darfst dich der Aufgabe stellen. Gut, ist es ein Beruf? Ja, schneller, 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 meine Zeit. Nicht das, was wir suchen. Eigentlich nicht. Nein, nicht das, was wir suchen. Ist es eine Begabung? Ja. Okay. Gehört dazu. Haben Sie was erfunden? Ja. Aha, den Lottoschein. Sie haben den Lottoschein erfunden? Nein. Tippgemeinschaft. Äh, tippen mit auf etwas tippen? Ja. Worauf tippt man? Tipp. Sie haben die Tastatur erfunden? Nein. Oh, Schreibmaschine, das ist einfach vor Ihrer Zeit. Friedhelm, Sie haben... Äh, ich weiß es nicht. Die ersten 200 Euro. Ich kann Sie auch halten. Ja. Kommt auch an, wie viel noch dazu kommt. Aber Sie können das auch so machen, das steht Ihnen gut. Ja. So, Bernhard. Sie kommen aus Bonn? Ja. Ich auch. Haben Sie im öffentlichen Dienst gearbeitet? Ja. Bei der Deutschen Telekom, bei der Bundespost damals noch? Ja. Haben Sie etwas mit Handys zu tun? Ja. Haben Sie die SMS erfunden? Ja. Ja. Ja, das ist großartig. Ja. Sie haben mit meinem Vater zusammen gearbeitet. Denn der war auch beim Postministerium. Allerdings war der Sachbearbeiter für Fahrzeugunfallbearbeitung. Wie hieß der? Hoäcker. Das ist aber auch gefallen, oder? Du sagst, die ist kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Haben Sie den inzwischen mal? Sie sind daran schuld, dass alle Leute hier durch die Gegend laufen und so machen? Sie sind... Ja, er hat zumindest den Grundstein gelegt, das muss man sagen. Friedhelm Hillebrandt, der Erfinder. Mieterfinder, es waren auch ein paar andere Leute beteiligt. Der SMS mit 160 Zeichen. Eine Fußgängerzone irgendwo in Deutschland. Und was ist typisch? Richtig, wir schreiben gerne SMS. Wenn wir uns vermissen zum Beispiel, schreiben wir SMS. Und nur so ganz kurz und knapp, also okay, ja, ja, okay, ich komme gleich, ja. Die schönste SMS war, als mein Sohn geboren worden ist. SMS, Short Message Service. Und er hat's mit erfunden. Friedhelm Hillebrandt aus Bonn. Da waren Buchstaben auf der Tastatur, ein Display war da. Und dann lag für mich nah, warum soll man denn mit den Dinger nicht Texte senden können? Und da musste ein Konzept her, wie das technisch ging. Und das habe ich dann entwickelt. Und dann haben wir das in die Standardisierung eingebracht. Da passt es gut, dass Ende der 80er Jahre ein Team aus Ingenieuren den Standard für den europäischen Mobilfunk festlegen möchte. Dieser Standard beinhaltet auch das Texteschreiben. Friedhelm ist mittendrin. Als die SMS dann in allen Netzen vorhanden war, wurde sie nicht benutzt. Wie ist das dann die jungen Leute, die sie gefunden haben? Mittlerweile ist die SMS für viele wichtiger als Telefonieren. SMS, eine tolle Erfindung. Aber das Schreiben hat auch für Friedhelm seine Grenzen. Es gibt wohl eine SMS-Verwendung, die ich überhaupt nicht mag. Und das ist, wenn jemand seine Partnerschaft damit beendet, dass er eine SMS schreibt. So, ey, mit uns passt nicht, sondern ich hab ein Neues. Das ist doch völlig der Neue. Stimmt. Wie war die erste Reaktion Ihrer Kollegen damals auf Ihre Idee? Es war ja ein Konzept, dass man mit dem Telefon jetzt auch Texte senden können sollte. Aber es war natürlich, weil das auf jedem Telefon gehen sollte, hat es diese Einschränkung mit den 160 Zeichen. Und das gab es in keinem einzigen Telekommunikationsdienst. Und die haben mich alle für verrückt erklärt. Das ist, haben gesagt, damit kann doch kein Mensch was machen. Das ist doch total unnütz. Ich kann mich noch gut erinnern, 93, da hab ich mit Fernsehen angefangen. Und da hatte ich mein erstes Handy. Das konnte aber noch keine SMS. Das war so ein großes Orange-Braun. Das wurde dann erst später eingeführt. Ja, das ging in Deutschland mit der Hannover Messe 94 los. Aber es waren natürlich nicht viele Leute. Und das benutzte keiner. Da hat ja ein Direktor einer großen Telefongesellschaft gesagt, warum soll ich das tippen, wenn ich den Menschen doch anrufen kann. Und heute sagen die Menschen, warum soll ich anrufen, wenn ich auch tippen kann. Also so kann es gehen. Und das ist wirklich eine bahnbrechende Erfindung, die unser aller Zusammenleben in der Tat ja sogar beeinflusst und teilweise auch verändert hat. Also unglaublich. Kommt aus Deutschland. Und wir haben es heute Abend hier einmal mehr besprochen. Danke schön. Vielen Dank für den Besuch. Friedhelm Killebrand aus Bonn. Es sind 200 Euro geworden. Aber das passt. Auch gut. Dankeschön. Gibt es ja sogar schon Krankheitsbilder inzwischen. Absolut. Handy, Daumen und ich glaube so vom Tippen kann man auch sowas wie ein, früher nannte man das Tennisellenbogen. Ich glaube Sehnenverkürzungen gibt es. Au. Ja, las ich. Irgendwann wird die Natur das alles wieder anpassen. Ich glaube, ich bin dazu fertig. Freut euch auf unseren nächsten Gast. Herzlich willkommen, Mirko aus Geldern. Mirko ist natürlich nicht grundlos bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Achso. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Der arme Kerl. Bernhard beginnt. Echt? Das, was auf dich zukommt, Mirko rutscht gelegentlich die Hand aus. Bernhard, let's go. Hat es etwas mit, suchen wir nach einem Hobby? Ja. Hat es etwas mit Sport zu tun? Ja. Ist es eine Sportart im Freien? Ja. Hat es was mit Bergen zu tun? Nein. Mit, benutzt du dafür ein Gerät? Ja. Ist das ein etwas ungewöhnlicher Sport? Ja. Ist es etwas, wo du, Moment, dir rutscht die Hand aus, wo du dich festhalten musst? Nein. Wo du zuschlagen musst? Nein. Wo du die Hand, die benutzt? Was? Benutzt du deine Hände dabei? Ja. Gut. Ich mache bei ungewöhnlicher Sport weiter. Die Zeit geht? Sehr gerne. Jetzt. Ist es eine Sportart, die hier jeder kennt? Nein. Ist es eine Sportart, die eine regionale Verwurzelung hat? Nein. Ist es eine Sportart, die Sie selber erfunden haben und Sie sind der Einzige, der Sie ausübt? Ja. Weiter, jetzt ist gleich. Okay, jetzt bin ich ja quasi... Wir sind fast da. Wir suchen, wir suchen, okay. Also Sie haben keinen weiteren gewonnen, der noch da teilnehmen will? Doch, ja, mittlerweile schon, ja. Aha, aber ganz wenige. Ja. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Weil die alle Menschen die Gefahr fürchten? Ja. Ihr seid euch schon einig, wer ihr wisst, was geht. Ja, ja. Draußen, üben Sie diese Sportart nachts aus? Nein. Im Winter? Wann sind die Sport? 400? So, Stefanie? Spielen Sie auf einem Seil balancierend Federball? Nein. Hat das was mit Höhe zu tun? Nein. Ist der Untergrund rutschig? Nein. Ist der auf... Kein Wasser? Nein. Kein Eis? Nein. Auf Rasen? Nein. Ist der Untergrund wichtig? Ja. Auf Beton? Ja. Ist das, was Sie in der Hand halten, was Besonderes? Nein. Wird es sonst etwas anderem verwendet? Wird es in der Hand haben, was etwas anderem verwendet? Ein Schuh zum Beispiel? Ja. Ja, ein ganzes Stück weitergekommen? Ein Schuh zum Beispiel? 600? 600? Und Jörg ist der Vierte im Bunde. Ich arbeite mich mal an diesem Hinweis nochmal. Rutscht gelegentlich die Hand aus. Man rutscht eigentlich mit den Füßen aus, aber Sie rutschten mit den Händen aus. Das heißt, Sie machen mit den Händen etwas, was man mit den Füßen tut. Ja. Fahren Sie Skateboard auf den Händen? Nein. Fahren Sie Rollerskates auf den Händen? Ja. Das ist richtig! Mirko Hansen fährt Inlineskates oder Rollerskates, wie auch immer man will, auf den Händen, kopfüber, absolut spektakulär. Aber nie weit. Die totale, oh, das denkt ihr, die totale Körperbeherrschung. Und wer hat es erfunden? Der Mirko hat es erfunden. Sein Leben ist im wahrsten Sinne auf den Kopf gestellt. Mirko Hansen. Nach dem Aufstehen. Im Badezimmer. Beim Frühstück. Ich bin seitdem ich acht bin schon auf den Händen unterwegs. Das hat mir mehr Spaß gemacht, so kopfüber. Und ich dachte mir, das muss ja auch irgendwie schneller gehen. Und so kommt der 21-Jährige aus der Nähe von Düsseldorf auf die Idee, auf seinen Händen zu skaten. Also bei den ersten Versuchen, da bin ich eben schon öfters auf die Fresse geflogen und auch in meiner Stereoanlage gelandet. Aber wie man sieht, bin ich heil geblieben. Nach einem halben Jahr Training ist Mirko standfest. Durch Kraft, Ausdauer und Geschick. Ein echtes Ass. Einen Traum immer vor Augen. Ja, anziehender Profi zu werden, wäre natürlich schon so ein Traum und natürlich ziemlich cool. Aber ich werde schon noch was Vernünftiges lernen. Doch, bodenständig. Aber so ein Hobby kommt doch sicher auch bei den Mädels gut an, oder? Also ich habe damit jetzt mit dem Handsgate noch nicht angegeben, sag ich mal. Die meisten, die das von erfahren, die finden es natürlich verrückt. Besser als langweilig, sag ich mal. Mirko's Welt steht jeden Tag Kopf. Kaum zu glauben. Also Mirko, ich muss sagen, ich bewundere ja jeden schon, der einen Handstand kann. Jetzt habe ich gesehen, du kannst das länger auch auf einer Hand und dann auf einem beweglichen Untergrund, sprich mit den Skates. Wie trainierst du dafür? Ganz unterschiedlich. Also ich mache einem zum einen nur das Handstandtraining natürlich. Und mit den Skates, das habe ich so unterteilt in zwei Trainingseinheiten. Also eineinhalb Stunden auf den Händen und dann auf den Skates. Und auf den Skates ist natürlich relativ schwer, weil man halt kein Vorbild hat. Du kannst dir niemanden angucken, der das vorher gemacht hat. Und dann musst du dir halt selber alles erlernen, ausdenken. Sind die Skates umgebaut? Also bist du da jetzt so auf den Händen drin? Nein, ganz flach. Also die sind auch normal geblieben, weil das war so ein bisschen Anreiz für mich, dass sie unverändert sind, dass ich ganz normale Skates verwenden kann. Und ja, es ist halt relativ schwer zu trainieren, weil Bundestraße oder so, hat meine Mutter auch schon gesagt, das will die lieber nicht. Weil sonst bist du auch zu schnell, da wirst du noch geblitzt. Genau, das ist ein hinten drauf. Ja, eine letzte Frage. Du hast gerade im Film gesagt, dein Traum wäre es, Profi-Handskater zu werden. Was wäre da der Beruf? Wo verdient man da das Geld? Wie soll das aussehen? Ja, vor allem mit Videos, sag ich mal. So Shows, Videos, sowas. Und dann halt auch Sachen machen, die noch niemand vorher gemacht hat. Mit Fallschirm runterspringen und dann auf den Händen landen und weiterfahren und sowas. Ich sehe, es gibt noch Pläne. Gibt es schon Sponsoren? Nee, noch nicht. Noch nicht? Also vielleicht ab morgen. Ab jetzt, genau. Ja, jetzt haben dich eine ganze Menge Leute gesehen. Und das ist wirklich eine coole Sache, die du da machst. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Nicht einfach so, nicht ohne Training. Mirko Hansen aus Geldern. Profi, vielleicht bald Profi-Handskater. Danke für den Besuch. Heute sind es 600 Euro. Glückwunsch, Mirko. So, wer beginnt morgen mit dem Training? Ich nicht. Mein Traum ist es, vom Kopf in den Handstand zu gehen. Und ich habe es mal geschafft. Und dann eine Woche später mir die Schulter gebrochen. Und dann ist mein Training etwas eingeeppt. Das mit dem Schulterbruch, war das bei mir in der Sendung? Nein, das war eine, bei dir in der Sendung war eine Schulterprellung. Da ist er mit dem BMX-Fahrrad gestürzt. Hat sich aber auch dämlich angestellt. So, freuen wir uns auf unseren nächsten Gast. Herzlich willkommen, Nicole aus Büdingel. Hallo Nicole. Hey. Oh, da kriegt der Hubertus doch gleich Schnappatmung. Oder? Hubertus steht auf Frauen mit Hut. Darum geht's. Oh Gott, oh Gott. Das war so, oh, oh, oh. Zuschauer jeden Alters haben das verstanden. Hubertus, du beginnst ja jetzt auch noch. Aber ich muss dir einen Ratehinweis mit auf den Weg geben, der dich sehr enttäuschen wird. Es geht nicht um Gesundheit. Was wäre es? An Nicole ist nur schwer ranzukommen. Das wollen wir doch mal sehen. Bitteschön. Suchen wir nach einem Beruf? Nein. Nach einem Hobby? Ja. Das Hobby üben nur Sie aus oder haben Sie auch Freunde, die das machen? Ich habe auch Freunde, ja. Das Hobby findet draußen statt? Auch. Draußen und drinnen. Das Hobby, man trifft sich abends? Zeitunabhängig. Nur ja oder nein? Aber man muss ordentliche Fragen stellen. Und dann nein. Hat das auch was mit, hat das was mit Männern zu tun? Ja. Kommen Sie Männern nah, aber die kommen dann nicht an Sie ran. Das ist schön. Wo ist die Frage? Können wir noch eine Antwort abfragen? Verkauf beginnt, wenn der Kunde nein sagt, sag ich immer. So, ist es musikalisch? Nein. Ist es Sport? Ja. Oha. So schlecht war ich nicht. Die letzten zwei Fragen waren nicht die schlechtesten. 200 Euro, Nicole. Und Stefanie. Schwer ranzukommen heißt das, weil Sie es einfach viel besser können? Nein. Im räumlichen Sinne kommt man schwer an Sie ran. Ja. Auch Frauen? Ja. Ähm, Sport. Ist es, hat der Sport was mit Musik zu tun? Nein. Hat der Sport was mit einem Ball zu tun? Nein. Hat der Sport, brauchen Sie nur sich? Für den Sport? Nein. Achso, haben Sie ein Seil dabei? Nein. Einen Reifen. Nein. Etwas, was, entfremden Sie einen Gegenstand für Ihren Sport? Nein. Nein. Wenn ich da mal einspringen darf. Hat das was, kaufen Sie dafür ein Spielfeld? Ja. Spielen noch mehrere mit? Mehrere spielen auch mit, ja. 400. Und Jörg? Okay, ich arbeite mich mal wieder an diesem Wort schwer ab. Hat das was mit Kraft zu tun? Ja. Ist es ein typischer Männersport eigentlich? Nein. Aha. Das Spielfeld, ist es so groß wie ein Fußballfeld? Nein. Also kein klassisches Spielfeld? Kein klassisches Spielfeld? Okay. Ist der Untergrund wichtig? Nein. Also es geht auf Rasen und Sand genauso? Ja. Aha. Gibt es Abgrenzungen bei dem Spielfeld? Begrenzung. Begrenzung, ja? Begrenzung? Ja. Aha. Werden Sie gejagt? Das hätten Sie gejagt. Nein. Ja. Das hätte ich ehrlich sind, Nicole. Ja. Ja? Nein. Ja, nein. Nein. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass du nicht gefragt hast, könnte ich es auch machen. Diesmal habe ich mich nicht getraut. Okay, Bernhard. Wir waren beim Sport, ne? Ist das ein Kampfsport? Ja. Ist es sowas wie Wrestling? Nein. Ist es ein bekannter Kampfsport? Nein. Ist es ein historischer Sport? Ja. Sowas wie Schwertkampf? Mittelalter? Ja. Sind Sie Schwertkämpferin und kämpfen mit einem Beithänder und mit einer Streit-Axt? Mit einer Lanze? Nein. Also nicht unbedingt. Muss noch ein bisschen was kommen. Die Ritterkämpfe? Das ist die Ritterin. Richtig. Echt? Sie ist Nicole Ritterkämpferin. Das ist ja cool. Und nur der Vollständigkeit halber, Frau Dr. Nicole Friedersdorf. Ja, also promovierte Mikrobiologin, aber eben in ihrer Freizeit Ritterkämpferin. Und hat Deutschland gerade wieder bei der WM vertreten. Ja, nur dass ihr wisst, mit wem das zu tun hat. Ja, und dem einen oder anderen, dem der Ritterkampf noch nicht so vertraut ist, Sie sollten sich das gut anschauen. Dr. Nicole Friedersdorf ist im wahrsten Sinne des Wortes die eiserne Lady aus Hessen. Ein bisschen Jeanne d'Arc. Von der Jeanne d'Arc hat man schon immer gehört, aber was die jetzt wirklich geleistet hat im Schwertkampf weiß kein Mensch. Ich sag auch mal so, wenn jetzt ein Ritter nur Mädels gehabt hat als Töchter, der wird ja einen Teufel getan haben, die nicht ausgebildet haben, oder? Ähm, genau. Warum also nicht eine Frau in Rüstung? 25 Kilo schwer. Puh, anziehen ohne Knappen? Keine Chance. Und so ausgestattet kämpft sich Nicole als eine von Deutschlands tapfersten Ritterinnen durchs Turnierleben. Zu dem Sport bin ich gekommen durch meinen Mann, der den Sport damals schon, als wir uns kennenlernten, so fünf, sechs Jahre praktiziert hat. Und diese Gemeinschaft, diese Community, die es gibt, die möchte ich nicht wissen. Es ist ein spezieller Lebensstil, es sind ganz spezielle verrückte Leute, die das machen und da fühle ich mich auch sehr aufgewogen drin. Seit gut vier Jahren tauscht die Mikrobiologin aus Büdingen nach Feierabend Akten gegen Schilder, um dann mit ihrem Ritterrost zu trainieren. Tja, da geht's ganz schön zur Sache. Ich bekomme von meiner Frau sehr oft einen drauf, weil ich, es ist unglaublich, sie ist so der Löcherfinder. Also die Stellen in meiner Rüstung, die nicht perfekt sind, die findet sie regelmäßig und da kriege ich regelmäßig blaue Frecke. Nicole ist auch immer wieder auf internationalen Turnieren und kämpft um Ruhm, Ehre und einen Titel. Also wir hätten da schon einen für Sie, die Ritterin der Kokosnuss. Was es nicht alles gibt. Wie viel und vor allen Dingen, was muss man denn für den Ritterkampf trainieren? Ins Fitnessstudio gehen. Muckibode, Ausdauer, ich laufe auch auf dem Laufband in Rüstung, um das zu trainieren. Also es ist so, ja, man tut, was man kann. Stell mir gerade vor, ich bin im Fitnessstudio und neben dir ist auch ein Laufband in Ritter, da sagst du, ich muss mit Alkohol mal eine Weile aufhören. Gibt es bei diesen Ritterkampf Regeln, also ein Regelwerk, bestimmte Dinge darf man nicht, wie Spucken, Kratzen, Beißen oder bestimmte Schläge. Ich schmier mich mit dem Helm mit dem Spucken. Also das ist das Regelwerk, ich war jetzt auch auf der WM, das heißt es ist international aufgestellt, das Regelwerk ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, so wie beim Boxen. Also es gibt drei Runden und wer in den drei Runden die meisten Treffer erzielt, hat dann eigentlich gewonnen. Die sind so eineinhalb Minuten lang und man darf nicht auf die Füße hauen. Es gibt Tabuzonen, ganz klar. Also es ist ganz klar, richtig fett, feste, durchdekliniert, dass da auch bloß nichts schief ist. Und nicht Mannfrau getrennt, sondern ihr kloppt euch gegenseitig? Nein, also bei den offiziellen Turnieren ist es wirklich noch getrennt und bei kleineren oder Spaßturnieren war jetzt erst wieder auf einem Turnier, da hatten wir keine Frauen, mich gegen die Männer angetreten, auch ins Viertelfinale gekommen, also es geht. Aber die Rüstungen werden alle neu hergestellt, ne? Ja genau, die sind wie maßgeschneidert letztendlich von Schmieden, die das sich richtig drauf geschafft haben, sonst können sie sich nicht da drin bewegen. Das ist wirklich auch hell maßgeschneidert, der dann richtig fest sitzt, sonst klingelt es halt doch zu sehr, wenn einer drauf flächelt. Nicole, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Wenig schmerzhafte Verletzung, natürlich auch für euch beide gemeinsam. Ja, danke, dass du unser Gast bist. Nicole Fiedershoff aus Blüdingen. Bleib bei uns, 600 Euro, viel Spaß. Ja, das war kaum zu glauben für heute, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie bei unserer speziellen XXL-Ausgabe dabei waren. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, sind Sie herzlich eingeladen, am Sonntagabend wieder einzuschalten, dann gibt es eine neue Folge, kommt sie glauben, hier im NDR Fernsehen. Und garantiert wieder mit dabei ist unser Rateteam, Bernhard Hohäcker. Schönen Abend. Hohkartus Meier-Hohkart. Stefanie Stumpf. Und natürlich auch Jürg Kielauer. Tschüss. Wir sagen Dankeschön und viel Spaß heute noch. Einen schönen Abend. Bis Sonntag. Tschüss, machen Sie es gut. Gute Woche noch. Tschüss. Das hat was mit Swing zu tun. Nein. Ich frag noch mal, vielleicht hast du es auch verstanden. Es hat was mit Swing zu tun. Ich dachte, Swing, die Musik... Du hast eine besondere tänzerische Leistung. Ja. Du hast einen Weltrekord im Tanzen geschafft. Nein. Aber ein Rekord im Tanzen. Nein. Du tanzt etwas, was andere nicht machen. Ja. Ja. Du bist der Einzige, der im Swingerclub tanzt. Und die anderen nicht. Ja, was macht der Typ? Okay, also du bist der Einzige, der so tanzt, wie du tanzt. Ja. Du tanzt mit Tieren. Nein. So, wir sind schon bei 400 Euro. Gut, oder? So, Bertus. Du könntest es auch. Tanzen Sie im Ballett. Nein. Tanzen Sie in einem Ort, wo es eine erotische Komponente gibt. Jetzt mal keine Selbstübersetzung. Ja, das musst du auch. Hat es was mit Erotik zu tun? Jein. Tanzen Sie nackt? Okay, jein. Ja, ein bisschen schon. Tanzen Sie unbekleidet? Hallo. Tanzen Sie unbekleidet? Schaffe es ab. Tanzen Sie mit Requisiten? Ja. Aber nicht mit lebenden Requisiten? Brennen die Requisiten? Arbeiten Sie mit Feuer? Sind Sie der Einzige Balletttanzer, der mit brennenden... Frauen. Frauen. Hat das jetzt Ballett festgelegt? Das ist ein Ballett, was ich da festgelegt habe. Nein. 600. Die Requisiten könnt ihr wieder vergessen. Das ist nicht das, worum es geht. Aber brennen war gut. Okay. Brennen Sie? Nein. Es brennt nichts. Aber es brennt um Sie herum? Nein. Und das nicht mehr vorhandene Requisit brennt auch nicht? Vergesst die Requisiten. Aber es brennt. Ja, auch egal. Auch egal. Tanzen Sie einen Paartanz, aber alleine? Nein. Nein. Ja, das weiß ich. Nur Sie machen das alleine? Ja. Gibt es noch andere Menschen auf der Welt, die das machen? Gibt es, ja. Gibt es da für Schulen, für die Ausbildung? Ja. Und ist es gefährlich? Nein. Sieht es schön aus? Ja. Sieht man das in einem Theaterhaus? Ja. In einem Musical? Gibt es. Geht überall. Hier, 800. 200 gehen noch, wenn Sie jetzt nicht drauf kommen. Also jetzt dürfen Sie noch einmal, dann darf ich wieder nach einem Zipper gehen. Wechseln, wechseln und ich glaube, im Musical heißt nicht sogar, dass es sich da ersetzt. Ja, er ersetzt andere Balletttänzer, die müde geworden sind. Er swingt, pass auf, er swingt, weil er den Damenpaar macht. Jörg, ich bin. Ja, du bist. Okay, ich versuch's mal. Also du swingst quasi das Geschlecht und tanzt. Ja, in der Rolle. Ich swing das Geschlecht. Nein, swing nicht schwingst. Ich habe einen Sprachfeder seit 25 Jahren, seitdem ich Fernsehen mache. Du tanzt quasi in einer Formation den Part einer Frau und damit bist du ziemlich einzigartig auf dieser Welt. Ja, Halleluja. Nee. 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 Ich bin mindestens genauso so entsetzt wie du. Er ist entsetzt. Bernhard? Du bist der beste Seil am Seiltänzer und tanzt die Rolle der Jane im Tatsang-Musical in einer Grazie, die ein weiblicher Körper auch nicht annähernd in der Lage ist zu erzählen. Nein. Nein. Ich probiere mal was, ich habe mal vor einiger Zeit was gelesen, vielleicht ist es das. Ich habe gelesen, dass in den großen Frankfurter, so in den großen alten Bahnhofshallen Seiltänzer und Artisten akrobatische klassische Tänze machen an Seilen selbstverständlich. Das ist selbstverständlich falsch, aber ich wollte es mal sagen, dass ich mir Mühe gegeben habe. Und dass du mal was gelesen hast. Ja, genau. Das ist falsch. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Nein, das ist nicht so. Das ist falsch. Was ist das für ein Tipp in der Runde? Also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht der einzige Mann ist, der burlesque tanzt. Nein, das ist falsch. Und damit, Sariel, herzlichen Glückwunsch zu Eintracht. Und ihr werdet euch jetzt ärgern. Weil man hätte vielleicht drauf kommen können. Es hat natürlich was mit Tanzen zu tun, mit einer speziellen Art von Tanz. Sariel ist der einzige Mann in Deutschland, der Profi-Bauchtänzer ist. Und viele glauben immer, das können nur Frauen, aber es kann ganz mit Sicherheit auch ein Mann Bauchtanz machen. Nur ein Hüftschwung. Aber was für einer. Wenn meine Hüfte los vibriert, dann brennt die Luft. Es ist ein Rhythmus, wo er mit muss. Und Sariel Sasmas aus Berlin, Deutschlands einziger professioneller Bauchtänzer. Wie aber kommt man auf so einen Beruf? Meine Leidenschaft für den Tanz hat begonnen aus meiner Kindheit. Ich war sieben, acht Jahre alt, habe ein Video gesehen mit Bauchtanz und war total hin und weg. Ja, mittlerweile ist es mein Beruf. Und Sariel setzt sich durch. Seine Shows sind mittlerweile absolute Publikumsrenner. Und seine Familie ist begeistert. Ich finde es cool, dass er es macht. Wir als Familie sind sehr stolz auf ihn. Egal, was die anderen Menschen sagen oder sich lustig machen. Ich finde es einfach gut. Es ist seine Sache, sein Ding. Das, was ich mache, ist tatsächlich ernste, harte Arbeit. Und sehr exotisch und sehr ästhetisch. Und das möchte ich auch so rüberbringen. Und wer glaubt, nach dem Training ist Schluss, der irrt gewaltig. Rhythmus ist nicht nur wichtig bei mir auf der Arbeit und in der Tanzschule, sondern auch in meinem Alltag. Die Hausarbeit wird dann einfach schnell zum zweiten Training. Ganz schön clever. Klar, der Bauchtanz kommt aus dem Orient. Aber kann man eigentlich auch zu anderer Musik die Hüften schwingen, Sariel? Doch, du kannst auf jede Musik Bauchtanzen. Es ging ja auch, dass man das auf Hardrock und Heavy Metal tanzt. Ja klar, es sieht nur ein bisschen komisch aus. Echt? Komisch? Finden wir überhaupt nicht. Passt doch super. Ja, ja, ja. Ist das immer noch so, dass die Menschen komisch reagieren, wenn du als Mann Bauchtanz machst? Weil es ist ja doch eher noch ungewöhnlich. Ist halt sehr exotisch. Und wir haben ja vorhin gesehen, ich meine, du hast ja nun tatsächlich einen sehr durchtrainierten Körper. Man denkt natürlich bei Bauchtanz immer erstmal irgendwie daran, dass man irgendwie einen besonders dicken, breiten Bauch haben muss, den man schwingt. Aber das ist natürlich gar nicht so. Nee, es ist tatsächlich so, dass man möglichst schlank sein sollte, um die Akzente am Körper auch zu sehen. Allerdings kann es natürlich auch bei einer völligeren Frau auch sehr schön aussehen. Also man muss jetzt nicht ein bestimmtes Klischee erfüllen. Also vielleicht werdet ihr euch ja irgendwann nochmal wiedersehen, Hubertus. Dann kannst du schauen, ob da wirklich etwas in dir schlummert, was du noch nicht entdeckt hast. Ja, ich danke dir. Diese Fürsorge irritiert mich. Sariel, herzlichen Dank für den Besuch. Viel Spaß mit den 1000 Euro und alles Gute für die nächste Hauptfritte. Danke, dass du unser Gast warst. Danke schön. Aber du hast es auch raus. Bist du Tänzer? Ich bin totaler Tänzer, aber eher Solist. Du tanzt gut. Du hast mich schon mal tanzen sehen? Nein, aber ich weiß, dass du... Doch, ich habe ja schon mal tanzen. Er hat sich rumgesprochen bis in den Norden. Nein, aber du tanzt doch die Flure runter. Also wenn man die hinter dir hergeht, hat man das Gefühl, man sieht... Ich habe ihn schon tanzen sehen. Doch, doch, doch. Auf einer Aftershow-Party mal habe ich schon tanzt super. Spielt mal Musik an, wir wollen das nicht sehen. Hör da auf, sich zum Katschen zu erzählen. Nein, ich muss jetzt sofort ablenken, meine Damen und Herren. Und überleiten zu unserem nächsten Gast. Ganz wichtig. Ja, herzlich willkommen, Tarek Helmi. Hallo. So, es geht wieder bei Bernhard los. Und natürlich gibt es vorher Tareks Geschichte. Das haben Sie nicht verstanden, oder? Was ist denn los? Einige sind immer noch am Lesen, haben wir das gefühlt. Das ist ja schon unsere komplette Runde. Sie brauchen 45 Sekunden zum Lesen. Okay, okay, okay. Ich bereite das mal vor. So, Bernhard beginnt und der Hinweis lautet, Tareks Kindheit hatte Folgen. Bei wem nicht, also. Und auf geht's. Geht es um ein Hobby? Nein. Um deinen Beruf? Nein. Ist es eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, eine Fähigkeit, die du hast? Nein. Es ist etwas in deiner Kindheit passiert, wovon du heute noch profitierst? Ja. Ja. Ähm, ist es etwas, was dir im Alltag hilft? Nein. Was du im Alltag nutzen kannst? Nein. Ähm, hatte Folgen, deine Kindheit, ja klar, hatte deine Kindheit Folgen. Ja, ich muss sagen. Ähm, mit Kindheit ist, also nur so grob einordnen, ist damit gemeint, bis sieben Jahre, weil er gerade sieben Sekunden stellt? Nein. Generell deine, bist du, bist du verwandt mit jemandem? Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Bist du verwandt mit jemandem? Aber, Kai kann das, Kai kann das sehr schnell, sehr richtig verstanden, äh, worauf deine Frage abzielte, ne? Geht es um ein besonderes Verwandtschaftsverhältnis? Nein, ja, aber ist natürlich mit jemandem verwandt, aber darum geht's nicht. Die ersten 200, Tarek. Super. Hubertus. Was in der Kindheit passiert ist, war das ein Ereignis? Ja. Das war ein zufälliges Ereignis? Nein. Das war ein angestrebtes Ereignis? Nein. Ist es passiert durch eine günstige Konstellation der Eltern? Nein. Ist es passiert durch einen Schulfreund? Nein. Ist es passiert durch, mein Gott, woher soll's, durch eine, durch die Ausbildung, als Schule, in der Schule? Nein. Hat das was mit ihrem Körper zu tun? Nein. Hat das was mit ihrem Geist zu tun? Hat das was damit zu tun? Es war alles dabei, sagen wir mal so. Hat das was, gab es einen unglaublichen Lottogewinn? Nein. Nein. Materielle Folgen hat das nicht? Nein. Also sind sie wohlhabender als andere? Nein. Sind sie ärmer als andere? Nein. Auch nicht. Sind sie begabter als andere? Nein. Nein. Ja. Das kennen wir aus der Kindheit. Ja. Das kennen wir aus der Kindheit. Ja. Stephanie. Hat das was mit Intelligenz zu tun? Nein. Hast du was entdeckt? Nein. Nichts gefunden. Ähm. Wir waren bei Ereignissen. Ja, ein Ereignis. Bist du jemandem begegnet? Ja. Einem Mann. Oh. Und dieser Mann hat dein Schicksal bestimmt? Nein. Nein. Ist dieser Mann in unserer Runde? Nein. Ist ja keiner. Ist der Mann neben dir? Nein. Okay. Dieser Mann, ist der bekannt? Ja. Hast du noch Kontakt mit dem Mann? Nein. Lebt der Mann noch? Ja. Ähm. Dieser Mann hat was mit Kunst zu tun? Ja. Also. Ja. Im weitesten Sinne. Nicht mit. Aber es geht auch nicht nur um den Mann. Achso. Jörg. Ich versuch das ein bisschen einzuordnen, ob ich das Gesicht kenne. Kennt ihr das Gesicht? Bist du der Junge von der Tafelschokolade? Nein. So was hab ich auch gedacht. So was hab ich auch gedacht. Ähm. War es ein vergleichbares Ereignis, dass du als Kind etwas gemacht hast, was wir gesehen haben? Ja. Ah. Gut. Ist es Werbung? Nein. Musik? Nein. Schauspiel? Ja. Das ist Lessi. Kann man sagen, dass du dann ein Kinderstar warst, so wie Tommy Orner damals? War es ein Kinderstar? Ja. In einer Serie? Oder in einer Serie? Ja. Gut. Ich durfte als Kind nicht fern gucken. Lieb es in der ARD. Lieb es im ZDF. Ja. Das Alter. Nein, nicht dein. Nein, nicht dein. Nein, nicht dein Alter. So, jetzt dürft ihr ja noch einmal untereinander. Im ZDF. Ich kenn keine ZDF-Serie. Bartos, das ist doch auch dein Mädchen. Ja, was hat man denn alles? Tim Thaler. Tammy, das Mädchen vom Hausboot. Das war ein 50er. Ja. Das Erbe der Guldenburgs fällt mir ein, zum Beispiel. Schwarzwaldklinik? Ich heirate eine Familie. Der Jüngste aus der Ich heirate eine Familie zum Beispiel. So, Bernhard. Du warst der Jüngste Sohn aus Ich heirate eine Familie. Ja. Das ist richtig! Oh, ein Schuss ins Blauen, der wirklich mitten rein ins Tier getroffen hat. War echt nie geil. Das ist ja lustig. Tarek war das Nesthäkchen Tom aus Ich heirate eine Familie. Und in der Tat, eines muss man sagen, wirklich zu erkennen ist Tarek heute nicht mehr, wenn man ihn von damals kennt. Ich will aber kein anderes Meerschweinchen. Ich will mein Bommel. Ach, ist er nicht süß, der Lockenkopf. Und so hat ihn ganz Deutschland geliebt. Da hast du noch mal Schwein gehabt, Werner. Als der Hype um mich hinter der Familie losging, konnte ich kaum noch einen ruhigen Schritt auf der Straße gehen, ohne erkannt zu werden. Ich wurde umringt. Omas wollten unbedingt meine goldenen Löckchen berühren. Und vor allem haben die Leute sich gewundert, wo meine Filmmutter und mein Vater sind, weil sie würden es wirklich für eine echte Familie gehalten haben. Tarek alias Tom im ZDF-Klassiker Ich heirate eine Familie. Die Kultserie über eine Patchwork-Familie mit ganz gewöhnlichen Alltagsproblemen. Tareks Fernsehkarriere als Tom ist ein großer Zufall. Er ist acht und geht in die dritte Klasse, als 1983 alles beginnt. Ich bin damals vor der Schule aus dem Schulbus ausgestiegen und eine Dame vom Casting hat mich da angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, beim Film mitzuspielen. Und ich hatte damals noch keinerlei Erfahrung, aber fand das natürlich super cool, diese Vorstellung. Heute ist Tarek übrigens selber Vater von zwei Kindern und Synchronsprecher. Und nach dem ganzen Chaos in der Serie steht für ihn fest. Also obwohl ein großer Teil meines Lebens ich heirate eine Familie war, habe ich meine eigene Familie doch lieber selber gemacht. Wenn du heute so auf deine Kindheit zurückblickst, war das ein Zugewinn für dich oder war das eine Belastung, also auch diese Bekanntheit? Nein, also wenn ich jetzt das alles betrachte, war das ein riesen Zugewinn. Ich hatte in meiner Pubertät, in meiner Jugend eine Phase, da war es mir peinlich darüber zu reden oder noch darauf angesprochen zu werden, aber heutzutage bin ich super stolz drauf. Gibt es noch Kontakt zur alten Familie, zu irgendjemandem von damals? Mit meinem Firmenbruder Timo bin ich nach wie vor sehr gut befreundet. Wie viele Folgen gab es da? Weil ich meine es werden unfassbar wenige. Für heute, aus heutiger Sicht sehr wenig. Ich glaube wir hatten 16, 17 Folgen, drei Staffeln. Heute guckt man ja irgendwie 2378 und jetzt geht es los. Aber damals haben dafür fünfmal so viele Menschen geguckt wie heute. Insofern war auf jeden Fall natürlich eine riesige Aufmerksamkeit. Und du warst danach Rapper? Ich war lange in der Musikindustrie unterwegs. War Rapper, Musikproduzent und solche Geschichten. Wollte man da auch so ein bisschen weg so von diesem süßen, blonden, locken Kinderstar? Ich denke heute, aus heutiger Sicht ja. Ich habe da ein bisschen rebelliert, aber es hat mir auch viel Freude gemacht. Und ich bin immer noch gerne in dieser Szene auch unterwegs. Tarek, vielen Dank. Danke schön. Alles Gute. 800 Euro sind es geworden. Tarek, Helge aus Berlin meine Damen und Herren. So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich war das nicht so. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Minuten. Gucken Sie mal. Gucken Sie mal, wie er sich freut, dass er die Geschichte hat. Wir haben mich. Finde ich auch. Ich habe ja nur eine Sache gesehen damals. Wir hatten ja nichts. Ich war überrascht, dass das in Farbe war. Aber vielleicht gelingt dir ja das Double. Und du knackst gleich die nächste Geschichte noch hinterher. Unser nächster Gast, Jan-Peter Malmstedt. Herzlich willkommen. Hallo. Reicht ich, wenn ich Ansage? Oder ist Jan-Peter gebreitig? Jan-Peter ist eigentlich mein Letztierer. Okay, dafür sagen wir jetzt mal gar nicht so viel mehr. So, hier ist. Was hat er gesagt? Ja, weil ihr was sappelt. Ja, zuhören. Was? Das war kurz. Das war direkt. Hier so. Ja, 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 ja. Das war was Intellektuelles. Ja, ja, muss er. Muss er. Muss er. Ja, 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 einer muss es mal. Jan, wir beginnen mit Hubertus. Und der Ratehinweis lautet. Jan, ein Mann mit Tiefgang. Schön, dass wir Ihnen eine Freude machen konnten. Bitte schön, auf geht's. Sind Sie Sportler? Nein. Suchen wir nach einem Beruf? Ja. Einen Lehrberuf? Nein. Ein Handwerk? Nein. Ein Dienstleistungsberuf? Ja. Komme ich zu Ihnen? Ja. In eine Praxis? Wirst du schon wieder krank oder was? Nein. Nein. In ein Büro? Nein. Wenn ich das hätte, wohin ich komme, wüsste ich, was Sie machen? Definitiv, ja. Üben diesen Beruf viele aus? Nein. Ähm, weniger als 10 in Deutschland? Ja. Oh. Ja. Ah. Geh mal Tiefe. Höhle Wasser. Jetzt Tiefe. Jetzt Tiefe. In die nächste Raterunde geht Stefanie. Hat das was mit Psychologie zu tun? Nein. Hat es was, gehen Sie in den Menschen tief rein? Ja? Nein. Nein. Gehen Sie irgendwo runter? Nein. Nein. Weil im aller 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 weitesten Sinne. Nur das ist, weil sonst... Also im räumlichen Sinne gehen Sie irgendwo in einen Keller? Nein. In eine Höhle? Nein. 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 Ist es dunkel? Nein. Danach ist man aber geheilt? Nein. Es kann helfen, aber es ist... Okay. Nur ja oder nein im Sinne. Also es haben wenige Menschen leiden an dieser, an diesem Bedürfnis, an dieser Krankheit? Nein. Es ist eine... Nein. 400. Habt ihr euch da jetzt ein bisschen verrannt, glaube ich gerade. Ich hab mich. Ja, hoffe ihr. Na ja, Hubertus ist in die Sackgasse rein und du bist weitergelaufen. So, Jörg. Also, hat es was mit Tauchen zu tun? Nein. Mit dem U-Boot? Nein. Schade. Tiefgang, meint das intellektuellen Tiefgang? Nein. Also ist der Hinweis vergessen? Gut. Nee, überhaupt nicht. Äh... Würde ich zu Ihnen kommen? Ja. Brauche ich das? Ja. Uh! Nein. Das braucht jeder. Bringt es Spaß? Ja. Lacht man? Ja. Ja. Du? Ja. Du? Du? Können Sie mich zum Lachen bringen? Nein. Das schafft keiner. Wie schade. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Wie kommt es denn? Aufrauen vielleicht nicht? Ah. So, 600 Euro. Bernhard. Sind Sie Akademiker? Nein. Äh, der Tiefgang. Reden wir von einem tiefen Gang? Also, ein Weg, der tiefer liegt? Nein. Gehen Sie tiefgebeugt? Nein. Es sieht nicht gut aus. Sind Sie in einer heruntergekommenen Gang? Früher. Nein. Okay. Okay. Ich hab auch keine Ahnung. Ähm. Gut so. Ja. Aber Sie können auch mir helfen? Nein. Helfen im klassischen Sinne ist der falsche Weg. Wohnen Sie in einem Bunker? Nein. Irgendwas? Unter der Erde? Nein. Nein. 800. Wenn wir zusammenfassen. Wenn wir zusammenfassen. Wir fassen mal zusammen. Wir wissen gar nichts. Er ist kein Akademiker. Es ist kein Handwerk. Es ist eine Dienstleistung. Es gibt sie weniger als zehnmal in Deutschland. Und es würde Jörg gut tun, wenn er mal hinginge. Das guckt mich nicht so erwartungsvoll an. Also gut tun im Sinne, man sollte es mal erlebt haben. Alle. Ihr alle. Auch zusammen? Ja, wir alle. Aber Steffi auch eine Frau. Ich war auch noch nicht da. Aber wir gehen da mal zusammen hin. Ernsthaft? Okay, abgemacht. Was immer es ist. Jeder darf noch einen Tipp abgeben. Sie sind der einzige Dienstleister, der eine rollende Schülerbibliothek hat und mit diesem munteren Gefährt durch Deutschland reist und sind im Bildungsauftrag unterwegs. Verbreitet Tiefgang. Verbreitet Tiefgang. Und verbreitet Tiefgang bei den Schülern. Dadurch. Ja. Sollte viel öfter geschehen. Ja. Leider nicht. Guter Ansatz. Aber nein. Wir wissen jetzt ein kleines Kompliment. Ja. Stephanie. Ich weiß nicht, ob das mit Gehen was zu tun hat. Also ich meine, ich hätte es wirklich nötig auf jeden Fall, dass mir mal jemand zeigt, wie man ordentlich läuft. Was du meinst? Ja, mit gerade Haltung. So eine Gangschule. Leider nicht. Jörg. Du solltest es wissen. Tiefgang. Tiefgang. Ähm. Sie sind. Kellerkind. Ein Mann mit Tiefgang. Halleluja. Tja. Ganz ehrlich, das habe ich selten. Ähm. Sie sind. Ah. Ja, aber ich verrat's nicht. Nein. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind Ur-Urenkel von Freud. Oh. Das wäre ja was. Sie schlecht. Und in der Vergangenheit. Ja. Tiefgang. Ein Mann. Psychologie. Sie sind mit Sigmund Freund, äh, nicht befreundet, aber verwandt. Das ist richtig, aber das ist nicht die Geschichte, die wir suchen. Schön. Schön, dass er mir das zu traut. Ja. Bernhard. Der Letzte. Sie sind einer der wenigen Kapitäne auf See, die eines der schwersten Schiffe und größten Schiffe der Welt fahren dürfen, mit dem größten Tiefgang, den Schiffe haben können. Und das kann Jörg dringend gebrauchen. Mal erleben. Mal mit so einem Frachter fahren, mit so einem Schiff mal fahren, mit so einem großen Tiefgang. Ah. Also, so dicht war noch keiner dran. Aber es ist falsch. Es ist falsch. Und damit, Jan, Glückwunsch zu 1.000 Euro. Jan, Peter oder Fiete. Fiete, ne? Fiete, ja. Fiete, sagen die in Hamburg hier. Der Mann hat Tiefgang. Der Mann hat ein besonderes Fortbewegungsmittel. Der Mann ist im Grunde genommen zwei Sachen in einer Person. Er ist Kapitän. Sag nicht der Busfahrer, der ins Wasser fährt. Ah! Jetzt auf einmal kommt er! Genau das ist er! Das ist wirklich ein Wunder. Hammer teil! Und das ist ganz wunderbar. Und das ist wirklich was ganz besonderes. Ja super. Und wir freuen uns, dass wir das heute hier mal vorführen können. Denn dann werden noch viel mehr Menschen in Zukunft damit fahren. Unter anderem ja auch wir alle gemeinsam. Wie geil ist das denn? Herzlich willkommen zu Hamburgs außergewöhnlichster Stadtrundfahrt. Rund 80 Minuten dauert die Tour. Aber was ist denn daran jetzt so besonders? Der HafenCity Riverbus ist ein ausgewachsener Reisebus, der etwas kann, was gar kein anderer Bus in Deutschland kann. Der kann nämlich schwimmen. Aha, also eine Stadtkreuzfahrt. Das Highlight, die Fahrt in und aus dem Wasser über eine Rampe. Gib Gummifiete! Ja, die Wasserung. Inzwischen bin ich da so routiniert, dass ich auch gerne im Rückspiegel die Menschen, die hinter mir sitzen, beobachte. Und das ist schon ein schöner Moment für mich. Ich weiß, was kommt. Die wissen nicht, was kommt. Es ist also wirklich ein großes Aha-Erlebnis für die meisten. Alle haben irgendwo ein Grinsen im Gesicht. Und wenn wir das verursachen, ist das nichts Schlimmes. Ne, schlimm ist das nun wirklich nicht. Heißt also, du machst gerne eine große Welle, oder was? Als Mensch jetzt nicht unbedingt. Mit dem Fahrzeug macht das natürlich schon Spaß. Man hat eine Menge Aufmerksamkeit. Es wird auf uns gezeigt. Kameras werden gezückt. Und es macht schon Spaß. Super. Fehlt eigentlich nur noch, dass der Bus fliegen kann. Dann wäre Vita auch noch Pilot. Das mit dem Fliegen kommt in der nächsten Ausbaustufe, ne? Wir arbeiten dran, ja. Habt ihr das Ding selber umgebaut? Das ist ein Prototyp, den wir insgesamt gebaut haben, ja. Was ist da das Schwierige überhaupt? Ich meine, Abdichtung wahrscheinlich? Nee, das Schwierige ist, einen Reisebus zugelassen zu bekommen, der gleichzeitig ein Passagierschiff ist und umgekehrt. Oh, ich wollte gerade sagen, ja. Wir sind in Europa, da gibt es Bauverordnungen, die sind so dick für beides. Und das miteinander zu kombinieren, technisch ist eine echte Herausforderung. Und das hat lange gedauert, Blutschweiß und Tränen gekostet. Und am Ende, nach vierjähriger Vorbereitungs- und Bauzeit, dann schlussendlich hier und haben wir euch tatsächlich zugelassen worden. Das war dann die allergrößte Hürde zu guter Letzt. Also du hast einen Personenbeförderungsschein, also bist Busfahrer und hast auch ein Kapitänspatent. Ja, ich bin von Haus Kapitän, mein Leben lang Yachten geführt auf allen sieben Weltenmeeren. Und dies ist dann letztlich entstanden mit meinem Geschäftspartner zusammen. Ging einher mit meinem Wunsch, heimatverbunden mal zu arbeiten. Und nicht mehr als Zigeuner der See unterwegs zu sein. Und dann ist diese Idee, das ist nicht unsere Idee gewesen, das ist nicht exklusiv. Es gibt drei Stück davon, die wirklich als Reisebusse schwimmfähig sind. Einen Budapest, einen Rotterdam und wir sind die Dritten in Europa zumindest. Man darf ja üblicherweise im Bus während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Wie ist das in dem Moment, wo Sie zum Kapitän werden? In dem Moment darf man das dann tatsächlich. Aber das ist sehr gut, ich habe ein Schild über mir tatsächlich während der Fahrt. Nicht mit dem Fahrer sprechen. Wir haben auch Haltestellenknöpfe, wo man also klingeln kann, um eine Haltestelle anzusteuern. Aber ich halte nicht an. Das sind aber alles Dinge, die den Vorschriften entsprechen müssen. Da muss ein Halteknopf drin sein? Ja, einen Klingelknöpfe, den jeder kennt. Und all so ein Quatsch. Und solange Fiete im Wasser ist, darf er auch Trauungen vornehmen, meine Damen und Herren. Also, falls Sie sich mal spontan entschließen auf einer besonderen Stadtrundfahrt. Vielleicht meine eigene mal. Ja. 1.000 Euro sind es geworden. Sehr schön. Viel Erfolg weiterhin. Aber machen wir da wenig Sorgen. Herzlichen Dank für den Besuch. Jan-Peter Fiete Malstedt. So, wir müssen gleich mal in den Kalender gucken, wann wir Bus fahren gehen. Das machen wir. Hallo Jenny. Hallo Kai. Ja, schaut sie euch an. Um was könnte es gehen? Um eine hübsche Frau. Es geht um folgendes. Oh, das ist was langes. Oh, das ist ja ewig lang. Ah ja, das scheint ja was ganz spektakuläres. Ja. Wow. Wow. Das ist so. Oh. Stefanie beginnt. Mit dem Hinweis, bei Jenny weiß man nie, woran man gerade ist. Du kannst wann immer du willst. Okay. Bist du ein Chamäleon? Im übertragenen Sinne ja. Ja. Du kannst dich verändern? Ja. Ähm äußerlich? Ja logisch. Nein. Hä? Wie innerlich? Nein. Kannst du deine Stimme verstellen? Ja. Kannst du... Hast du was mit Synchronsprechen zu tun? Nein. Trittst du auf Volksfesten auf? Nein. Nutzt du es einfach privat? Ja. Auch? Auch. Hast du eine bestimmte Werbung gesprochen? Nein. Hast du aber was mit Fernsehen zu tun? Nein. Bist du nicht die Tagesschau-Stimme? Ähm... Naja, die sind manchmal so redet oder... Die ersten 200. Okay. Also es hat mit der Stimme zu tun. Du kannst deine Stimme verstellen? Ja. Du bist aber hoffentlich nicht die furchtbare Stimme aus dem Navigationssystem. Nein. Hast Glück gehabt jetzt. Kannst du Stimmen nachmachen? Ja. Und dein Talent besteht darin, dass du viele Stimmen nachmachen kannst? Ja. Ja. Von Menschen, die wir kennen? Ja. Du machst also prominente Stimmen nach? Hier ist der Mann, der alles weiß, aber nichts verrät. Und das ist Kaum zu Glauben. Hier ist Kai Pflaume. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Kaum zu Glauben XXL. Eine besondere Sendung, besonders viele Geschichten, besonders unglaubliche Geschichten. Ich würde mir ja mal wünschen, dass man mich am Anfang der Sendung vorstellt mit einem Mann, der vieles kann, aber nichts richtig. Das wäre treffender, als das, was wir gerade gehört haben. Ja. Ihr wisst auch sehr viel. Und wir werden sehen, ob es euch heute Abend weiterhilft. Unser Ratteteam, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie Bernhard Hohecker. Ein wunderschönen guten Abend. Kurt Akkus, Meier-Burkhardt. Stephanie Stumm. Und einen herzlichen Applaus für Jocky Laura. Guten Abend. Jeder von euch hat sich natürlich heute Abend wieder viel vorgenommen. Ihr wollt natürlich die Geschichten unbedingt herausfinden. Ihr wollt euch feiern lassen mit Halleluja. Aber wir wissen noch nicht, ob es euch gelingen wird. Herzlich willkommen unserem ersten Gast. Hier ist Andi Holzer. Andi, grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Bein, dass ich hier sein darf. Ja. Und wir werden als allererstes Andis Geschichte einblenden, damit sie zu Hause und auch unser Publikum im Studio weiß, worum es geht. Diese Geschichte gilt es zu erraten. Das ist eine Möwentröte. Achtung. Bitte deutlich lesen. Ja, das war, finde ich, Informationsgehalt gleich 0%. Ich glaube, wir haben was Falsches eingeblendet. Das scheint aber sehr beeindruckend zu sein. Beeindruckend. Ich weiß nicht. Wie immer ist Bernhard der Erste, der in die Fragerunde einsteigt. 45 Sekunden hat jeder von euch Zeit. Für jeden, der es nicht schafft, deine Geschichte zu erraten, gibt es zu dich 200 Euro. Es könnten 1.000 werden. Am Ende dürfen ja alle nochmal beraten und einen letzten Tipp abgeben. Aber ihr bekommt natürlich auch heute wieder einen Ratehinweis, der euch vielleicht eine Hilfe ist, zur richtigen Lösung zu kommen. Der Ratehinweis lautet, Andi hat seine ganz eigene Sicht der Dinge. Bernhard, los geht's. Hat es etwas mit einer Eigenschaft zu tun, die du hast? Im Grunde schon, ja. Sicht wirklich im Sinne von sehen? Nicht unbedingt schon. Wir sagen ja oder nein, das ist immer schwer. Ja. Okay. Gehandelt es sich um ein Hobby? Nein. Und meinen Beruf? Ja. Du machst etwas beruflich und siehst die Dinge anders. Bist du blind? Ja. Aber du kannst trotzdem auf irgendeine Art sehen? Nein. Ist es ein Beruf, den man kennt? Ja. Würde ich sagen. Schon. Ja. Gute Nachricht. Ich habe hier das erste Säckchen mit den ersten 200 Euro. Und die kann dir keiner mehr nehmen. Auch Hubertus Meyer Burghardt nicht. Wird vor einiger Zeit eine blinde Drehbuchautorin gesagt, sie schreibt bessere Drehbücher, weil sie blind ist. Würden Sie sagen, Sie können Ihren Beruf besser ausüben, weil Sie nicht sehen können? Nein. Es ist ein Beruf, den viele ausüben? Nein. Es ist ein Lehrberuf? Nein. Es ist ein Beruf, wo ich zu Ihnen komme als Kunde? Nein. Kommen Sie zu mir? Schon eher, aber auch nein. Irgendwie müssen wir... Wo trefft ihr euch? Es ist ein Beruf, es ist ein Beruf... Grundsätzlich Jahre bei dir nein. Es ist ein Beruf, der mit einem Handwerk einhergeht? Nein. Eine Dienstleistung? Nein. Nein. Was machen Sie denn? Ja. Geld verdienen macht er. Hier. Ja, hier. Das mache ich. 100 Euro. Es gibt den Beruf kein Mal. Kein anderer macht den hat den Beruf. Jetzt kommt Stephanie Stumpf. Aber ich verstanden. Okay. Hat es was medizinisches? Nein. Bauen Sie etwas? Nein. Machen Sie etwas mit Ihren Händen? Ja. Benutzen Sie Werkzeug? Nicht klassisches Werkzeug, ne? Nein. Nein? Wenn er sagt nein, dann ist es nö. Hilfsmittel ja, aber nicht Werkzeug. Das, was Sie bauen, kann man das kaufen? Nö. Stellen Sie das aus? Nein. Wird das zu etwas verwendet? Er baut nichts, dann wird es auch zu nichts verwendet. Ich dachte... Logisch. Also okay. Hä? Ich dachte, er baut was. Machen Sie etwas an Menschen? An dem Körper? Nein. An was hast du mir gedacht? Wahrscheinlich ein völlig sinnloser Beruf. An den Schlusskong könnte sich der Andi im Übrigen gewöhnen. Jedes Mal, wenn der ertönt, gibt es wieder Kohle. Das geht jetzt so weiter. Komm ja. Leg los. Also, wenn Sie hier sitzen und als Blinder etwas machen, was außergewöhnlich ist, dann muss es ja etwas sein, was man normalerweise einem blinden Menschen nicht zutraut. Hat es was mit Sport zu tun? Ja. Fahren Sie Rad? Nein. Früher mal. Laufen Sie? Nein. Spielen Sie Tennis? Nein. Hat es mit einem Ball zu tun? Nein. Was gibt es noch? Eine Mannschaftssportart? Klassische Mannschaftssportart? Nein. Was gibt es noch? Oh. Hat es etwas mit Bergsteigen zu tun? Ja. Die sind Bergsteiger. Pass auf. Andi, eigentlich müssen wir Folgendes sagen, weil viel mehr gibt es nicht zu lösen. Also das war ja quasi eine Sekunde nach dem Schlussgong. Ich zahle die 200 Euro aus. Wir sind bei 800. Und ich muss sagen, Andi ist blind und professioneller Bergsteiger. Das heißt, das war richtig hier. Und Andi sagt gerade nochmal ganz richtig, einer von Zweien auf der Welt, die es gibt. Aber Bergsteigen, das konnte ich mir bis vor kurzem ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bis ich diese Bilder gesehen habe. Andi Holzer im und auf dem Berg. Andi Holzer auf dem Gipfel seiner Träume. Ach geil. Was mich in die Berge zieht, ist, dass ich mich selbst finde, ja. Dass ich selbst verstehe, wie groß ich bin, unter Anführungszeichen, aber in Wahrheit wie klein ich bin. Der Tiroler ist von Geburt an blind. Trotzdem besteigt er die höchsten Berge der Welt. Um sie zu erklimmen, hat er eine spezielle Methode entwickelt. Es läuft akustisch und es läuft taktil. Diese zwei Sinne sind für mich das Wichtigste. Schnalzlaute zum Beispiel. Dann höre ich einfach toll bis herant, was passiert rundum. Mit diesen Techniken macht mir das Wahrnehmungszentrum im Gehirn über alles Bilder. Also ich kletter eigentlich wirklich Bilder nach, die mein Gehirn für mich produziert. Die Sucht nach Bergen beginnt für Andi schon mit neun Jahren. Seine Eltern nehmen ihn mit auf Wander- und Bergsteigertouren. Und auch wenn er die Gipfel nicht sieht, er kann sie spüren. Wenn ich so eine Felswand hochklettere, in der senkrechten Wand hänge und quasi die Masse vor mir habe, wenn sie sich dann neigt Richtung Gipfel hin. Ein tolles Gefühl, ja. Freiheit nach oben, nach hinten, nach vorne, nach rechts und nach links. Es ist alles nur noch unter dir. Es ist spannend. Kaum zu glauben. Ein Blinder, der sich selbst in extremen Höhen orientieren kann. Naja, fast. Mein Mann traut sich sehr viel zu. Nur das Einkaufen. Das überlassen er noch mir. Das Einkaufen? In diesen Kaufhäusern sind doch diese Regale so hoch. Nö, das schaffe ich nicht. Das mache ich lieber nicht. Das ist mir zu gefährlich. Was ist denn schwieriger, der Aufstieg oder der Abstieg? Das Schwierigste ist, wenn man es gar nicht macht. Also du musst einfach die schwierige Route hochsteigen und die einfachere absteigen. Das ist eine Logistik. Ja, natürlich ist der Abstieg der halbe Weg und wahnsinnig anspruchsvoll auch. Speziell auf ganz hohen Bergen. Ich habe ja auf allen Kontinenten bis auf Asien die höchsten Berge jetzt schon erstiegen. Ich weiß schon, wovon ich spreche, wenn du nach 20 Stunden deinen Abstieg antreten musst. Absolut. Du hast ja auch noch verschiedene andere Sportarten, die du ausübst. Da frage ich mich natürlich auch, wenn ich Mountainbiken höre oder Surfen, wie orientierst du dich da? Mein Gehirn macht keinen Unterschied oder auch dein Gehirn macht keinen Unterschied, woher die Informationen von außen kommen. Es macht sich einfach Bilder von der Welt und meines eben auch so. In dem Fall nicht vom optischen Eindruck, sondern vom taktilen und vom akustischen. Und das habe ich von klein auf gelernt, mich so zu orientieren. Mountainbike, Fahrradfahren, um die Frage vorher richtig, ist ja gestellt worden, ob ich Fahrrad fahre. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist mir viel zu gefährlich. Also das waren Geschichten in meiner Jugendzeit. Du wolltest einfach ausprobieren. Ich habe 18 Jahre lang, ich habe 200 Kilometer lange Touren gemacht mit dem Rad. Teilweise allein. Für mich stellt es mir jetzt die Haare auf. Jetzt sind sie lang genug. Jetzt stellt sie nicht mehr auf. Ich würde mich das jetzt nicht mehr trauen. Jetzt zum Everest zu steigen, ist für mich wesentlich definierter und einfacher, wie Fahrrad zu fahren. Also wir wünschen dir viel Erfolg bei all den Projekten, die als nächstes für dich anstehen. Und es ist sehr spannend, dich kennenzulernen. Danke vielmals. Vielen Dank, dass du unser Gast bist. Andi ist in 800 Euro geworden. Andi Holzer, meine Damen und Herren aus Österreich. Die Sendung könnte auch unglaublich aber wahr heißen. Was ich so toll finde, es gibt die Extremsportlerin Verena Bentele, die auch blind ist. Und die hat gesagt, ich akzeptiere keine Grenzen, weil ich seit Kindesbeinen anhöre, dass es nur Grenzen gibt. Und dieser Mann, der eben da saß, das war, mich daran erinnert. Ich glaube, wir werden Andi Holzer irgendwann nochmal an der NDR Talkshow wiedersehen, oder? Von mir aus gerne. Ich finde diese Entscheidung, glücklich zu sein, so toll. Ich sage, ich könnte von solchen Leuten in die Knie gehen. Wirklich. Ja. Wir sind glücklich, dass wir einen nächsten Gast bei uns haben. Und ihr werdet euch auch über Sie freuen. Herzlich willkommen, Doris aus Mackenroth. Guten Abend, Doris. Und ich bin mir ziemlich sicher, Doris, auch unser Publikum wird seinen Spaß an deiner Geschichte haben. Hier ist sie eingeblendet. Das war aber, das war aber spontan. Das ist wieder bisschen Schweinkram. Ich bitte euch unseren Gästen nichts zu unterstellen. Nein, man kommt ja manchmal in Situationen, die wollte man gar nicht. Manche Dinge klingen ja nur nach Schweinkram, sind aber seriös. Hubertus Mayer Burkhardt beginnt. Er wird die ersten Fragen stellen, die ersten 45 Sekunden. Der Ratehinweis für euch, frag langsam. Er hat ein bisschen gedauert, aber er ist gut. Hubertus, bitte. Doris, suchen wir nach einem Ereignis. Ja. Ist Ihnen was widerfahren? Ja. Haben Sie das angestrebt? Nein. Es ist etwas, was Sie der Lächerlichkeit preisgegeben hat? Nein. Hat es eine, um Jörg Pilawa Rechnung, eine frivole Dimension? Hat es etwas mit einem Mann zu tun? Ja. Hat es etwas mit Ihrem Mann zu tun? Nein. Sie haben einen Mann kennengelernt? Ja. Ja. Das ist ja kaum zu glauben. Und war das bei Ihnen zu Hause? Ja. Wussten Sie, dass der Mann dort ist? Nein. Nein. Aha, ein Einbringling. Die ersten 200 Euro. Ein Einbringling. Stephanie. Hat ein Einbrecher was damit zu tun? Nein. Ist es wichtig zu fragen, wer dieser Mann war? Ja. Ist dieser Mann uns allen bekannt? Ja. Aus dem Bereich Politik? Nein. Aus dem Bereich Entertainment? Ja. Musik? Nein. Film? Ja. Ein Schauspieler? Ja. Ein Deutscher? Nein. Ein Amerikaner? Ja. Ein amerikanischer Schauspieler. War plötzlich bei Ihnen zu Hause? Ja. Ja. Ist dieser Schauspieler über 60? Ja. Ist der Schauspieler heute noch aktiv? Ja. Also ein Schauspieler oder ja. Ja. Ist der Schauspieler ein Oscar-Preisträger? Nein. Nein. Nein? Wie ist der erste Schauspieler? Ja, bitte. Okay, ein amerikanischer Schauspieler, der bei Ihnen zu Hause war? Ja. In Deutschland? Ja. Gut. Welcher amerikanischer Schauspieler war schon mal in Deutschland? Leonardo DiCaprio hat Wurzeln hier? War er das? Nein. Wer denn noch? Verdammt, wie heißt der? Warst du es? Ja. Nein, mir fehlt nur der Name. Ähm. Ich kenne keine amerikanischen Schauspieler. Ü60? Ü60. Ähm. Kenn ich nicht. Ähm. Wollten Sie den treffen? Ab, nein. Ab, 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 ab. Das war, das war eher zufällig. So. Hat er mehrere Filme hintereinander gemacht, wo ein Teil des Tipps drin vorkommen? Vielleicht kannst du die Frage nochmal wissen. Hat er Stipp langsam mitgemacht? Ja. Stark langsam. So, Bruce Willis war bei Ihnen zuhause? Ja. Und Sie wussten es nicht. Sind Sie mit Bruce Willis verwandt? Nein. Er war bei Ihnen zuhause? Und Sie wussten nicht warum. Ich wiederhole einfach, was wir schon wissen. Doch, doch. Und jetzt ist die Frage, was ist das Besondere daran? Ja, genau. Na ja. Ist schon besonders. Weil, haben Sie eine Gemeinsamkeit? Nein. Nein. Sie sind nicht verwandt, Sie haben keine Gemeinsamkeit. Kannte Bruce Willis Sie? Ja. Kannten Sie Bruce Willis? Also außer vom … Ja. Also später ja. So, 800 Euro. Ich meine zu erinnern, dass Bruce Willis aus Rot-Westen stammt bei Kassel. Das meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Der Vater war ein einfacher Soldat und hat seine Knochen. Vielleicht hat er bei ihr gewohnt. Und sie war vielleicht die Marketenderin. So, jetzt könnt ihr. Sie sind nicht verwandt. Jeder darf noch einen Tipp abgeben. Ja, vielleicht aber. Bruce Willis ist ja der Hasardeur der Herzen. Er hat gesagt, nach Mackenrod kommt man nicht so häufig. Ich gehe in das Haus, wo die schönste Frau von Mackenrod … So heißt doch der Ort Mackenrod, ne? Mackenrod, ja. Und hat dann angeklopft und hat gesagt, hier ist die schönste Frau von Mackenrod. Guten Tag. Ich bin Bruce Willis. Und er kam abends und ging morgens. Nein! Nein! Steffi? Ich glaube, der war da einfach unterwegs und musste mal auf Toilette und … Das war jetzt eine zufällige Begegnung. Phil! Und dann hat er geklingelt und … Nein, stimmt auch nicht. Jörg, dein letzter Tipp. Sie haben mit Bruce Willis zusammen im Sandkasten gespielt. Im Sandkasten. Nee, das nicht. Jetzt, oh Bernhard. Ich glaube, Sie wohnen einfach im Geburtshaus von Bruce Willis. Und Sie kamen nach Hause und der Kollege aus Amerika war etwas vorzeitig da und dachte, ich will doch mal sehen, wo ich das Licht der Welt erblickt habe. Und dann kamen Sie rein und dann stand er da. Ja, es war gut, aber … Einen hast du noch. Sie sind in dem Haus geboren, wo Bruce Willis wohnt. Nein, Sie … Bruce Willis hat Sie geboren! Nein! Nein! Jetzt müssen wir … Jetzt ist es vorbei. Jetzt hat sie deine Chance vertraut. Und das heißt 1.000 Euro für Doris aus Mackenziell. Es war so knapp, aber es hat nicht gestimmt. Wie denn jetzt? Die Eltern von Bruce Willis waren Untermieter bei Doris im Haus und haben da im Keller gewohnt. Und Bruce Willis ist bei Ihrem Haus im Keller zur Welt gekommen. Nee! Das stimmt! So ist die richtige Geschichte. Na, da habe ich ja komplett damit. Sehr gut! Unglaublich aber wahr, meine Damen und Herren. Bruce Willis ist in Deutschland geboren. Die Adresse klingt wenig exklusiv. Ida-Oberstein, Keltenstraße 41. Doch hier erblickte tatsächlich ein Hollywoodstar das Licht der Welt. Bruce Willis. Hautnah dabei Doris Benoit. Mit ihrer Familie lebte sie über der Kellerwohnung der Familie Willis. Als Bruce geboren wurde, war hier Aufregung im Haus. Die wurden als Kinder dann rausgeschickt. Und auf einmal schrie dann das Baby. Und da waren sie alle happy. Hier auf diesen 15 Quadratmetern im Keller ist der kleine Bruce auf die Welt gekommen. Und Doris mittendrin. Ich durfte den Bruce dann immer als Kind spazieren fahren. Er ist immer schnell eingeschlafen. Also von Action weit und breit keine Spur. Ich bin der Babycenter von der ganzen Stadt. Nach zwei Jahren zieht Familie Willis in die USA. Kontakt besteht nur noch sporadisch mit Bruce Mutter Marlene. Die Mutter hat uns zwei, dreimal hier besucht und wir haben auch gefragt, was ist aus Bruce geworden. Und sie sagte, der ist beim Film beschäftigt. Ich dachte, vielleicht ist er Kulissenschieber oder sowas. Aber nicht, dass er so ein Weltstar ist. Und durch Zufall haben wir eines Tages eine Zeitung gesehen, wo die Mutter mit abgebildet war. Und meine Mutter ganz erschrocken, das ist doch die Marlene. Die hat doch bei uns gewohnt. Und da kamen wir erst dahinter, dass das der berühmte Bruce Willis ist. Unser kleiner Bruce, der hier unten im Keller geboren wurde. Kaum zu glauben. Hier wuchs Bruce Willis auf und sprach seine ersten Worte. BIA, Schreiner Backe. Es gab ja dann später nochmal eine Begegnung. Ja, am Samstag stand er vor der Tür. Da wollte er dann tatsächlich mal sehen, wo er gewohnt hat, wo er zur Welt gekommen ist. Und wie war das? Er war ja wahrscheinlich ein Heidentrubel. Nee, eigentlich gar nicht. Das wusste ja niemand, als er kam. Geheimbesuch. Ja. Er hat an der Tür geklingelt. Das heißt, Sie wussten das auch nicht? Nein, nein. Also der hat wirklich irgendwann die Tür auf. Ja. Wir waren im Garten. Das stimmt. Das ist Tatsache. Das ist Tatsache. Meine Mutter rief in den Gartenkommas schnell hoch, der Bruce Willis steht vor der Tür. Ich dachte, Moment, das kann ja gar nicht sein. Liebe Doris, es war ein großer Spaß mit Ihnen. Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Danke. Eine wunderbare Geschichte. Doris aus Mattenroth und Gären Keller. Bruce Willis zur Weltkrieg. Ja, schauen Sie noch mal gut in die Fotoalben von früher, meine Damen und Herren, und gleichen Sie das mal mit den Bildern in der Zeitung ab. Wer weiß, worauf Sie da noch so kommen. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Geschichten. Sie können sich im Übrigen auch bei uns bewerben. Also wenn Sie glauben, eine unglaubliche Geschichte zu haben, dann schreiben Sie uns. Also jetzt darf ich euch unseren nächsten Gast vorstellen. Er ist 13 Jahre alt. Max. Herzlich Willkommen. Ja, Max. Alles gut? Ja. Alles cool. Dann schauen wir doch mal. Hier ist die Geschichte von Max. Sie wissen, wenn Sie mitraten wollen, schließen Sie jetzt die Augen. Ganz im Ernst. Ein Missgeschick. Also und das in dem Alter. So, ist wieder ausgeblendet. Sie können die Augen wieder aufmachen, meine Damen und Herren. Und Steffi beginnt. Der Ratehinweis, Stefanie, an Max kann man sich ein Beispiel nehmen. 45 Sekunden. Laufen ab jetzt. Hallo Max. Du machst also etwas sehr vorbildlich. Ja, also nein. Schule ja, sonst nein. Ah ja, okay. Aber wir sollten das auch tun. Nein. Du bist also kein Vorbild. Nein. Okay, du hast Mist gebaut. Nein. Ist dir etwas zugestoßen? Nein. Hast du was erfunden? Nein. Okay. Hat das was mit deinem Hobby zu tun? Nein. Hat das was, Beruf ja nicht, mit der Schule zu tun? Nein. Hast... Es läuft. Es ist total gut. Weiter. Kannst du was besser als andere? Nein. Wir hatten kein einziges Ja. Vielleicht... Da war kein einziges Ja dabei. Also, ich möchte das nur insofern konkretisieren, der Max kann bestimmt Dinge besser als andere, aber es hat nichts mit der Geschichte zu tun. Wir haben noch nie so wenig... Noch nie 45 Sekunden... ...so viele Sachen ausschließen können in 45 Sekunden. Du hast nicht alles gefragt, wir können nichts mehr fragen. Vielleicht gelingt dir jetzt der große Wurf. Hast du überhaupt was gemacht? Nein. Bist du vielleicht ein bis dato unbekannter Sohn von Bruce Willis? Nein. Ähm... Okay, hat das was mit Sport zu tun? Nein. Musst du, um das getan zu haben, dich bewegen? Nein. Was ist das denn? Hast du vielleicht einen bekannten Verwandten, für den du gar nichts kannst? Nein. Ja. Schön, dass du da warst, Max. Nimm das Geld und geh nach Hause. Was halt noch? Mit Wissen hat das auch nichts zu tun? Nein. Beispiel. Frag mal, ob er irgendwie für Model... Ja, bist du Model? Nein. 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 Ich finde dich toll, Max. Ich finde dich toll. Max. Eine Eigenschaft. Eine Eigenschaft. Eine Eigenschaft. Pass auf, wir machen eine Vereinbarung, Max. Wenn du es schaffst, ohne ein einziges Jahr durch die Runde zu kommen... Ja. Dann verdoppeln wir. Dann verdoppeln wir. Ey, wehe, du machst ihm das kaputt. Ja. Danke. Also, nicht jetzt irgendwie heißt du wirklich Max oder so. Okay. Ist das eine Eigenschaft von dir? Nein. Hat es mit deiner Person zu tun? Oh. Ja. Geht es um eine... Ja, entschuldigen bitte. Ich hab... Geht es um ein Verwandtschaftsverhältnis? Nein. Geht es um eine Fähigkeit, die du hast? Nein. Also, kannst du mit deinen Augen Eis zum Schmelzen bringen? Nein. Es geht um deine Person. Du hast nicht... Hast du was gemacht? Nein. Kannst du etwas? Nein. Ist an dir irgendwas Besonderes? Nein. Ja. An deinem Körper. An ihm ist irgendwas Besonderes. Ich war... Ich war... Ich war selten in der so desolaten Lage. Das ist kein Langzeit. Jetzt ist es kein Geschenk, als vierter Fragen zu lösen. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Nur auf der falschen Hälfte. Also, ich versuch's aber dennoch. Es ist eine Eigenschaft. Nein. Es ist ein Charakterzug. Nein. Es ist eine Gewohnheit. Nein. Es ist eine erworbene Fähigkeit. Nein. Hat es was mit dem Gehirn zu tun? Nein. Hat es was zu tun mit einer bestimmten Artistik, mit einer bestimmten... Nein. Hat es... Ja, wiederum eine Fähigkeit. Bist du insofern ein Beispiel für uns, weil du einfach nichts kannst? Und dann sollten wir uns... Und die Welt wäre einfach friedlicher. Wenn wir alle sagen können, wir sind wie Max. Wir wollen nichts. Wir können nichts. Aber wir sind nichts. Nein. Max, hier läuft bei dir. 800 Euro. Was kriegst du das Taschengeld? Ja, 700. 10 Euro. Die Woche. 10 Euro die Woche. Ja, dann kannst du... Es sind 80 Wochen. Kannste größere Sprüche machen. So, ihr dürft euch nochmal beraten. Ihr könnt ja nochmal zusammentragen, was ihr so alles rausgefunden habt. Also, es geht um eine Eigenschaft. Nein. 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 Es geht um gar nichts. Es geht um nichts. Es geht um nichts. Da sitzt auch niemand. Stopp, stopp, stopp. Ein einziges Jahr. Daran sollten wir uns erinnern. Das ist das einzige, an das wir uns halten können. Und das war wo? Das war nämlich die Frage, hat es etwas mit einer Person zu tun? Nein, hat es mit ihr zu tun? Ja, mit der Person. Mit der Person. Ja. Steffi. Ich habe das wie Vermutung, dass es etwas mit uns zu tun hat hier. Nein, Steffi. Es hat nichts mit euch zu tun. Jörg. Ein Beispiel nehmen. Max. Bevor ich etwas sage. Ja, ich glaube ich habe es. Ja, du bist doch nicht. Du bist doch nicht. Dein Nachname ist es. Du bist Max Mustermann. Das stimmt. Ja, das ist Max Mustermann und zwar der einzige, den es in Deutschland gibt. Max Mustermann. Ja. Max Mustermann. Ich dachte immer das wäre, das wäre eine Frau. Wie heißt die denn? Wie heißt die denn? Erika. Erika Mustermann. Seine Mutter. Seine Mutter. Aber Max. Jetzt sag mal, wie alt warst du, als du das erste Mal begriffen hast, was Max Mustermann bedeutet? Fünf glaube ich. Und das ist aber natürlich, das ist ja heute noch etwas ganz Besonderes. Ich kann mir vorstellen, es ist bestimmt ab und an etwas zu lachen und einige wollen das da nicht glauben. Und du hast einen Personalausweis dabei? Das kennst du ja wahrscheinlich schon, dass du schrecklich irgendwie. Ja, kontrollier das mal Kai. Ja, das ist der Personalausweis hier von Max. Ich habe auch so einen Personalausweis, wo Max Mustermann draufsteht zu Hause. Aber nicht mit meinem Bild drauf. Ja, also absolut, alles korrekt. Gab es da Probleme an der Grenze oder sowas? Nein, also ich hatte mal beim Snowboardfahren einen Unfall und dann waren wir im Krankenhaus und dann waren da schon so Formulare zum, also die waren schon fertig sozusagen. Nein, aber beim falschen Datum. Du hast dich gewundert, warum dein Name schon drinsteht. Also die Leute in deiner direkten Umgebung, die werden das ja alle wissen und kennen und so, aber wenn man irgendwo hinkommt oder wenn man irgendwo anruft, dann kann ich mir vorstellen, ist das manchmal komisch. Ja. Hast du noch Geschwister? Ja, ein Bruder. Wie heißt der? Tom. Das ist dann unverfänglich auf jeden Fall. Also Max, eine wunderbare Geschichte. Sie hat dir 800 Euro eingebracht und uns allen ganz viel Spaß gemacht. Hier hoffentlich auch. Ja. Der einzige Max Mustermann in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann hat man dann plötzlich, ne? Da ist wie so ein Kurzschluss. Ich hatte dann überlegt, dass es irgendetwas gibt, wofür er, dass wir ihn irgendwo meinten. Wofür er nichts kann. Wofür er nichts kann. Und plötzlich hast du Jörg damit angesteckt. Ja. So geht's. Wir haben da eine Verbindung hier zwei. Ja. Ich glaube bei unserem nächsten Gast wird's nicht einfacher für euch. Hier ist Sadiel aus Berlin. Willkommen bei Kaum zu Glauben. Hallo. Achtung für alle Mitratewilligen. Hier wird die Geschichte eingeblendet. Tiefes Erschrecken im Publikum. So, Jörg beginnt. In diesem Falle lautet der Ratehinweis, Sadiel ist der Einzige im Swingerclub. Keine Reaktion bei ihm. Nein, nein, doch, doch. Ist schon, ist gut. Ich bin der Einzige im Swingerclub. So, Jörg, bitteschön. Sadiel, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Ich gucke neidvoll auf deinen Körper. Du siehst sehr durchtrainiert aus. Hat es was mit Sport zu tun? Ja. Wir müssen die Sportart erraten. Nein. Nein. Nicht. Gut, dann fang ich nochmal von vorne an. Ist es dein Beruf? Ja. Aha. Ist es ein Beruf, wo du sagen würdest, das könnte Hubertus auch? Achtung, Achtung, Achtung. Bei der Antwort. Doch, ja. Ja. Hubertus, was kannst du sportlich? Mach mit Federballball. Hat es was mit Bällen zu tun? Nein. Mit Gymnastik? Jein. Jein. Akrobatik? Jein. Ich muss nur überlegen, wie es dann weitergeht. Okay. Auch. Ja, aber. Mach weiter. Du bist Sportler. Nein, nicht klassisch. Tänzer. Ja. 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 So, was ist jetzt das Außergewöhnliche? Du kannst mehr als fünf Stimmen nachmachen. Ja. Muss ich jetzt was noch erraten? Die Anzahl. Die Zahl. Mehr als zehn. Ja. Elf. Zwölf. Mach weiter. Die Zahl reicht noch nicht. 400. Danke. Du bist deutsche Meisterin im Stimmenimitieren. Nein. Bist du eine Meisterin? Nein. Hast du einen Rekord damit geschaffen? Nein. Kannst du eine besondere Stimme nachmachen, die wir spannend finden? Ja. Bitte schön. Ist das eine von unseren Stimmen? Nein. Aber es ist eine besondere Stimme, die du nachmachen kannst? Mhm. Ich könnte der Stimme auch still wieder zuhören. Sprichst du eine bekannte Stimme? Nein. Nein. Aber wir müssen rausfinden, wir suchen die Person, deren Stimme du nachmachst. Und das ist was Besonderes. Wir suchen das Besondere. Ja. Aha. Das ist ja ein ganz neues Spielprinzip. Wir suchen was Besonderes. Was Unglaubliches. Ich habe was kaum zu glauben. Es geht um eine. Wir müssen suchen eine Person. Ja. Wir suchen wahrscheinlich mehr drauf. 600. Ich habe eine Idee. Das kann ja jeder. Ich habe eine Idee. Hat sich das schon gelohnt. Wir suchen. Guten Tag. Wir suchen eine Gruppe, die du nachmachen kannst. Zum Beispiel die Bundesregierung. Nein. Oder alle Stimmen der Fußball-Nationalmannschaft. Nein. Nein, das suchen wir nicht. Na gut. Eigentlich schade. Was suchen wir denn? Das Besondere ist, sind es Dialekte? Nein. Sind es, wir suchen die Eigenart der Prominenten. Also was haben die Prominenten gemeinsam, die du nachmachst? Ja. Sie kann alle Stimmen von. Sie kann alle Stimmen von. Serie. Von alle Stimmen von allen deutschen Serien-Hauptdarstellern, die gerade im Fernsehen eine Serie machen. Nein. Nein. Ah. Wahnsinn. So. 800. So kann das manchmal gehen. Ich hatte vorhin das Gefühl, wir sind schon ganz nah dran. Und jetzt kreist ihr immer schön drum herum und bewegt euch immer wieder auch ein Stück weg. Wir gönnen ja einfach das Geld. Ja. Auch das. So, ihr dürft jetzt nochmal in Klausur gehen. Das heißt, dass es eine bestimmte Gruppe von Menschen gibt, die alle kann, wie zum Beispiel. Politiker, das wäre was gewesen. Fußball. Säger. Schauspieler. Sie kann Schauspieler. Aber das reicht nicht. Also die Anzahl ist es nicht das Besondere. Sondern es ist die Gruppe. Letzter Tipp. Jetzt bist du als Erste dran. Ja, ja. Vielleicht kann sie alle Stimmen der Darsteller von Game of Thrones nachsprechen. Seine bekannte amerikanische Fernsehserie, meine Damen und Herren, die das nicht kennen. Sollen wir die Ferien durchgehen? Sie sind verstorbene deutsche Film- und Fernsehstars. Kaum sind sie, ist die Trauerfeier vorbei, sagt unsere wunderbare Kandidatin, die kommt jetzt in mein Repertoire und so bleiben sie immer lebendig. Deutsche Weltstars? Deutsche Weltstars? Aber da gibt's da mehr als nicht. Nein. Oder deutsche populäre Stars bleiben lebendig durch ihre wunderbare Stimme. Nein. Nein. Und damit gratulieren wir Jenny zu 1.000 Euro. Und jetzt sag ich euch erstmal, worauf ihr nicht gekommen seid. Und das wäre vielleicht noch zu erraten gewesen. Jenny ist Sängerin. Jenny ist Sängerin und sie kann in Perfektion die größten internationalen, aber auch nationalen Stars nachmachen, live gesungen und ist damit zu einem absoluten Hit im Internet geworden. Wie heißt das? Und wir werden euch das gleich mal zeigen. Hier erstmal im Film und dann live hier im Studio. Das ist ja toll. Jenny Masala aus Stuttgart. Das ist Jenny Masala aus Stuttgart. Und sie hat nur eines im Sinn. Musik, Musik, Musik. An ihrer Leidenschaft feilt sie täglich zu Hause in ihrem eigenen Tonstudio. Es war schon immer mein Traum, professionell Musik zu machen. Also seit ich denken kann, habe ich gesungen als kleines Kind mit meiner Schwester, habe mir auf Kassetten aufgenommen. Vom kleinen Mädchen mit Kassetten ist sie nun zum Internetstar avanciert. Denn dieses Video schlägt im Netz weltweit hohe Wellen. Dass es nicht nur durch ganz Deutschland geht, sondern sogar durch die ganze Welt, das hätte ich nicht gedacht, das ist einfach der Wahnsinn. So, hören Sie mal genau hin. Das ist alles Jenny. 13 Weltstars imitieren? Wie macht man das eigentlich genau? Zum einen braucht es schon eine gewisse Zeit, bis man sich in diesen Star hineinfühlt. Ich nehme das wirklich ernst und recherchiere den Star dann auch und schaue, was sagt dieser Star in Interviews, wie bewegt er sich, wie schaut er, wie klingt die Stimme, es ist eine helle, eine dunkle Farbe und so habe ich jeden Star als Charakter studiert. Wirklich kaum zu glauben. Und wer es immer noch nicht glaubt, den überzeuge ich jetzt live im Studio. Absolut. Okay. Hört euch das gut an und ich muss es natürlich dazu sagen, weil das so wichtig ist heutzutage im Fernsehen, absolut live gesungen. Ja. Und ich glaube, jetzt gibt es das von Shakira, oder? Ja. Ja. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fuck it up, oh, oh. If you fuck it up, eh, eh. This time for Africa. This time for Africa. This time for Africa. Wir haben ja gesagt, internationale Stars, aber natürlich auch die Großen aus unserem Lande. Das ist unsere Nacht, die für uns beide gemacht. Oh, oh, ich schließe meine Augen, lösche jedes Papu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, 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 oh. Was das Zwischenruf auch ist, Bilder, die man nie vergiss. Und ein Ding hat mir gezeigt, das ist unsere Zahl. Atemlos durch die Nacht, spüre ich Liebe mit uns mal. Atemlos einfach aus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos durch die Nacht, wir die rein gegen die Wunsch auf. Atemlos durch die Nacht, wir die rein gegen uns mal. Atemlos durch die Nacht, wir die in uns doch mal, wir die einen du in uns mal. Dankeschön. Das ist ein unglaublich, so ein wirklich besonderes Talent. Denn du traust dich an die ganz, ganz großen Stimmen dran. Wir haben da eben auch Adele im Video gehört und so. Und man weiß ja, dass das außergewöhnliche Stimmen sind. Da frage ich mich natürlich, warum gibt es nichts Eigenes von dir? Warum hast du noch nicht The Voice gewonnen oder sonst irgendwas? Doch, doch, es gibt schon was Eigenes. Also ich schreibe mein eigenes Album auf Deutsch auch. Und ja, das ist natürlich total toll, dass so viele Menschen jetzt auf mich aufmerksam werden und ich so ein bisschen auch was Eigenes zeigen kann. Auch wenn die Leute natürlich erst mal herkommen und fragen, mach doch mal nochmal die Adele oder die Shakira. Aber doch, ich habe mein Album fertig geschrieben und warte jetzt nur noch auf das richtige Plattenlabel, das sich hoffentlich bald... Naja, sicher auch heute Abend, denke ich, werden Sie, wenn Sie nicht schon draußen vor der Tür stehen jetzt. Also vielleicht sind Sie direkt hierher gekommen. Das kann natürlich sein. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Das kam eigentlich so aus Spaß. Immer mal wieder mitgesummt und meine Family und Freunde dann so, ey cool, mach das nochmal, das klingt wirklich einfach genauso. Und dann dachte ich so, jetzt halte ich es mal fest und lade es aus Spaß hoch. Und wir haben es ja gesehen, also so ein paar Millionen Mal im Internet bereits geklickt, das Video, das ist unglaublich. Hast du irgendeine Ausbildung gemacht? Ja, ich studiere Jazz-Pop-Gesang an der Musikhochschule in Stuttgart und da lernt man das Imitieren nicht. Also da lernt man eben schön zu singen. Das ist dann schon was anderes, aber ja. Wie war das bei dir als so ein kleines, als so ein ganz kleines Mädchen was? Da wolltest du immer sein wie? Gab es da irgendjemanden, den du besonders toll fandst? Ja, als ich zehn Jahre alt war, wollte ich schon sein wie Britney Spears. Das war schon so... Das hat dich zum Glück geändert. Das hat sich geändert, ja, ja, genau. Also man hat natürlich so seine verschiedenen Idole und natürlich ganz, ganz alte Jazz-Stars auch. Gibt es ein neues Video irgendwann? Also arbeitest du an neuen Stimmen? Ich habe was in Planung, ja. Aber ich starte jetzt keine Imitationskarriere, also meine eigenen Songs stehen schon. Und ich hoffe, wenn du dann ganz oben angekommen bist, dann wirst du dich nochmal an den heutigen Abend erinnern und wirst sagen, Mensch, der Flowman, der hat schon mal bei mir im Background getanzt. Gleich holst du mich dann nochmal zurück. Danke. Herzlichen Glückwunsch zu 1000 Euro. Jenny Massa aus Stuttgart. Tolle Geschichte. Aber da geben sich die Gäste ja im Grunde genommen die Klinke in die Hand. Denn eine Geschichte ist unglaublicher als die andere. Fantastisch. So auch die von Friedhelm aus Bonn. Herzlich willkommen. Guten Abend. David, danke dir. Wir freuen uns sehr. Und ja, ich glaube, der eine oder andere wird was mit der Geschichte anzufangen wissen. Bitteschön, meine Damen und Herren. Du hast doch noch gar nicht gelesen gehabt. So stink. Na? Ich bin geschockt, dass du das gemacht hast. Entschuldigung. Das war der Stuhl. Friedhelm ist der Erfinder der Möwentröte. Ja. Erst mal, ich wollte das Wort verantwortlich, möchte ich gerne benutzen bei diesem Geräusch. Jörg beginnt. Ah, und der Ratehinweis lautet, Friedhelm hat eine Tippgemeinschaft ins Leben gerufen. Sehr Dank. Jörg, du darfst dich der Aufgabe stellen. Gut, ist es ein Beruf? Ja, schneller, schneller, schneller. Nicht das, was wir suchen. Eigentlich nicht. Nein, nicht das, was wir suchen. Ist es eine Begabung? Ja. Okay. Gehört dazu. Haben Sie was erfunden? Ja. Aha, den Lottoschein. Sie haben den Lottoschein erfunden? Nein. Tippgemeinschaft. Tippen mit auf etwas tippen? Ja. Worauf tippt man? Tipp. Haben Sie die Tastatur erfunden? Nein. Oh, Schreibmaschine. Das ist ab vor Ihrer Zeit. Friedhelm. Sie haben... Ich weiß es nicht. Die ersten 200 Euro. Ich kann Sie auch halten. Kommt auf an, wie viel noch dazu kommt. Aber Sie können das auch so machen. Das steht Ihnen gut. So, Bernhard. Sie kommen aus Bonn? Ja. Ich auch. Haben Sie im öffentlichen Dienst gearbeitet? Ja. Bei der Deutschen Telekom, bei der Bundespost damals noch? Ja. Haben Sie etwas mit Handys zu tun? Ja. Haben Sie die SMS erfunden? Ja. Ja. Ja, das ist los. Sie haben mit meinem Vater zusammen gearbeitet. Denn der war auch beim Postministerium. Allerdings war der Sachbearbeiter für Fahrzeugunfallbearbeitung. Wie hieß der? Hoäcker. Das ist aber aufgefallen, oder? Kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Kennen Sie den? Haben Sie den? Sie sind daran schuld, dass alle Leute hier durch die Gegend laufen. Sie sind... Ja, er hat zumindest den Grundstein gelegt, das muss man sagen. Friedhelm Hillebrandt, der Erfinder. Mit Erfinders waren auch ein paar andere Leute beteiligt. Der SMS mit 160 Zeichen. Eine Fußgängerzone irgendwo in Deutschland. Und was ist typisch? Richtig, wir schreiben gerne SMS. Wenn wir uns vermissen zum Beispiel, schreiben wir SMS hier. Nur so ganz kurz und knapp. Also okay, ja. Ja, okay, ich komme gleich ja. Die schönste SMS war, als mein Sohn geboren worden ist. SMS, Short Message Service. Und er hat's mit erfunden. Friedhelm Hillebrandt aus Bonn. Da war ein Buchstaben auf der Plastatur, ein Display war da. Und dann lag für mich nah, warum soll man denn mit den Dinger nicht Texte senden können? Und da musste ein Konzept her, wie das technisch ging. Und das habe ich dann entwickelt. Und dann haben wir das in die Standardisierung eingebracht. Da passt es gut, dass Ende der 80er Jahre ein Team aus Ingenieuren den Standard für den europäischen Mobilfunk festlegen möchte. Dieser Standard beinhaltet auch das Texteschreiben. Friedhelm ist mittendrin. Als die SMS dann in allen Netzen vorhanden war, wurde sie nicht benutzt, bis das dann die jungen Leute sie gefunden haben. Mittlerweile ist die SMS für viele wichtiger als Telefonieren. SMS, eine tolle Erfindung. Aber das Schreiben hat auch für Friedhelm seine Grenzen. Es gibt wohl eine SMS-Verwendung, die ich überhaupt nicht mag. Und das ist, wenn jemand seine Partnerschaft damit beendet, dass er eine SMS schreibt. So, ey, mit uns passt nicht, sondern ich habe eine neue. Das ist doch völlig damit. Wie war die erste Reaktion Ihrer Kollegen damals auf Ihre Idee? Es war ja ein Konzept, dass man mit dem Telefon jetzt auch Texte senden können sollte. Aber es war natürlich, weil das... Hier ist der Mann, der alles weiß, aber nichts verrät. Und das ist Kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Kaum zu glauben XXL. Eine besondere Sendung, besonders viele Geschichten, besonders unglaubliche Geschichten. Ich würde mir ja mal wünschen, dass man mich am Anfang der Sendung vorstellt, mit einem Mann, der vieles kann, aber nichts richtig. Das wäre treffender, als das, was wir gerade gehört haben. Ihr wisst auch sehr viel und wir werden sehen, ob es euch heute Abend weiterhilft. Unser Ratteteam, meine Damen und Herren, begrüßen Sie Bernhard Hohecker. Einen wunderschönen guten Abend. Kurt Markus, Maja Burkhardt. Stephanie Stum. Und einen herzlichen Applaus für Jocky Lava. Guten Abend. Jeder von euch hat sich natürlich für heute Abend wieder viel vorgenommen. Ihr wollt natürlich die Geschichten unbedingt herausfinden. Ihr wollt euch feiern lassen mit Halleluja. Aber wir wissen noch nicht, ob es euch gelingen wird. Herzlich willkommen, unserem ersten Gast. Hier ist Andi Holzer. Andi, grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ja. Und wir werden als allererstes Andis Geschichte einblenden, damit sie zu Hause und auch unser Publikum im Studio weiß, worum es geht. Diese Geschichte gilt es zu erraten. Das ist eine Möwentröte. Achtung. Bitte deutlich lesen. Ja, das war, finde ich, Evamationsgehalt gleich neun Prozent. Ich glaube, wir haben was Falsches eingeblendet. Das scheint aber sehr beeindruckend zu sein. Ja, beeindruckend. Wie immer ist Bernhard der Erste, der in die Fragerunde einsteigt. 45 Sekunden hat jeder von euch Zeit. Für jeden, der es nicht schafft, deine Geschichte zu erraten, gibt es zu dich 200 Euro. Es könnten 1.000 werden. Am Ende dürfen wir alle noch mal beraten und einen letzten Tipp abgeben. Aber ihr bekommt natürlich auch heute wieder einen Ratehinweis, der euch vielleicht eine Hilfe ist, zur richtigen Lösung zu kommen. Der Ratehinweis lautet, Andi hat seine ganz eigene Sicht der Dinge. Bernhard, los geht's. Hat es etwas mit einer Eigenschaft zu tun, die du hast? Im Grunde schon, ja. Sicht wirklich im Sinne von sehen? Nicht unbedingt schon. Wir sagen ja oder nein, das ist immer schwer. Ja, Sicht von ja. Okay, handelt es sich um ein Hobby? Nein. Um den Beruf? Ja. Du machst etwas beruflich und siehst die Dinge anders. Hast du, bist du blind? Ja. Aber du kannst trotzdem auf irgendeine Art sehen? Nein. Ist es ein Beruf, den man kennt? Ja. Ja, könnte ich sagen, schon. Gute Nachricht. Ich habe hier das erste Sektion mit den ersten 200 Euro. Und die kann dir keiner mehr nehmen. Auch Hubertus Mayer-Burg hat nicht. Mir hat vor einiger Zeit eine blinde Drehbuchautorin gesagt, sie schreibt bessere Drehbücher, weil sie blind ist. Würden Sie sagen, sie können ihren Beruf besser ausüben, weil sie nichts sehen können? Nein. Es ist ein Beruf, den viele ausüben? Nein. Es ist ein Lehrberuf? Nein. Es ist ein Beruf, wo ich zu Ihnen komme als Kunde? Nein. Kommen Sie zu mir? Schon eher, aber auch nein. Irgendwie müssen wir... Wo trefft ihr euch? Es ist ein Beruf, es ist ein Beruf... 75 Jahre bei dir, nein. Es ist ein Beruf, der mit einem Handwerk einhergeht? Nein. Eine Dienstleistung? Nein. Was machen Sie denn? Ja, Geld verdienen macht er. Hier, das mache ich. Wir haben 100 Euro. Es gibt den Beruf einmal, der macht den hat den Beruf. Jetzt kommt Stephanie Stumpf. Hat es was Medizinisches? Nein. Bauen Sie etwas? Nein. Machen Sie etwas mit Ihren Händen? Ja. Benutzen Sie Werkzeug? Nicht klassisches Werkzeug, ne? Nein. Nein? Wenn er sagt nein, dann ist es nö. Hilfsmittel, ja, aber nicht Werkzeug. Das, was Sie bauen, kann man das kaufen? Nö. Stellen Sie das aus? Nein. Wird das zu etwas verwendet? Er maut nichts, dann wird es auch zu nichts verwendet. Ich dachte... Logisch. Ach so, okay. Also, aber... Hä? Ich dachte, da baut was. Machen Sie etwas an Menschen, an einem Körper? Nein. An was hast du mir gedacht? Ja, an den... Wahrscheinlich... Siehst du das so? Wahrscheinlich hat er völlig sinnlos abgerufen. An den Schlusskommen könnte sich der Andi im Übrigen gewöhnen, ne? Jedes Mal, wenn der ertönt, gibt es wieder Kohle. Das geht jetzt so weiter. Komm ja, so, leg los. Also, wenn Sie hier sitzen und als Blinder etwas machen, was außergewöhnlich ist, dann muss es ja etwas sein, was man normalerweise einem blinden Menschen nicht zutraut. Hat es was mit Sport zu tun? Ja. Fahren Sie Rad. Nein. Früher mal. Laufen Sie. Nein. Spielen Sie Tennis. Nein. Hat es mit einem Ball zu tun? Nein. Was gibt es denn noch? Es ist eine Mannschaftssportart. Klassische Mannschaftssportart. Nein. Was gibt es denn noch? Puh. Oh. Hat es was mit Bergsteigen zu tun? Ja. Sie sind Bergsteiger. Ja. Und, ja. Pass auf. Pass auf. Andi, eigentlich müssen wir Folgendes sagen, weil viel mehr gibt es nicht zu lösen. Also, das war ja quasi eine Sekunde nach dem Schlussgong. Ich zahle die 200 Euro aus. Wir sind bei 800. Und ich muss sagen, Andi ist blind und professioneller Bergsteiger. Das heißt, das war richtig hier. Und Andi sagt gerade nochmal ganz richtig, einer von Zweien auf der Welt, die es gibt. Aber Bergsteigen, das konnte ich mir bis vor kurzem ehrlich gesagt nicht vorstellen, bis ich diese Bilder gesehen habe. Andi Holzer im und auf dem Berg. Andi Holzer auf dem Gipfel seiner Träume. Ach, geil. Was mich in die Berge zieht, ist, dass ich mich selbst finde. Dass ich selbst verstehe, wie groß ich bin, unter Anführungszeichen, aber in Wahrheit, wie klein ich bin. Der Tiroler ist von Geburt an blind. Trotzdem besteigt er die höchsten Berge der Welt. Um sie zu erklimmen, hat er eine spezielle Methode entwickelt. Es läuft akustisch und es läuft taktil. Diese zwei Sinne sind für mich das Wichtigste. Schnalzlaute zum Beispiel. Dann höre ich einfach doll bis herant, was passiert rundum. Mit diesen Techniken macht mir das Wahrnehmungszentrum im Gehirn über alles Bilder. Also ich kletter eigentlich wirklich Bilder nach, die mein Gehirn für mich produziert. Die Sucht nach Bergen beginnt für Andi schon mit neun Jahren. Seine Eltern nehmen ihn mit auf Wander- und Bergsteigertouren. Und auch wenn er die Gipfel nicht sieht, er kann sie spüren. Wenn ich so eine Felswand hochklettere, in der senkrechten Wand hänge und quasi die Masse vor mir habe, wenn sie sich dann neigt Richtung Gipfel hin. Tolles Gefühl, ja. Freiheit nach oben, nach hinten, nach vorne, nach rechts und nach links. Es ist alles nur noch unter dir. Es ist spannend. Kaum zu glauben. Ein Blinder, der sich selbst in extremen Höhen orientieren kann. Naja, fast. Mein Mann traut sich sehr viel zu. Nur das Einkaufen, das überlassen er noch mir. Das Einkaufen? Da schickt er mich, ja. In diesen Kaufhäusern sind doch diese Regale so hoch. Nö, das schaffe ich nicht. Das mache ich lieber nicht. Das ist mir zu gefährlich. Was ist denn schwieriger? Der Aufstieg oder der Abstieg? Das Schwierigste ist, wenn man es gar nicht macht. Also du musst einfach die schwierige Route hochsteigen und die einfachere absteigen. Das ist eine Logistik. Ja, natürlich ist der Abstieg der halbe Weg und wahnsinnig anspruchsvoll auch. Speziell auf ganz hohen Bergen. Ich habe ja auf allen Kontinenten bis auf Asien die höchsten Berge jetzt schon erstiegen. Ich weiß schon, wovon ich spreche, wenn du nach 20 Stunden deinen Abstieg antreten musst. Ja, absolut. Du hast ja auch noch verschiedene andere Sportarten, die du ausübst. Da frage ich mich natürlich auch, wenn ich Mountainbiken höre oder Surfen, wie orientierst du dich da? Mein Gehirn macht keinen Unterschied oder auch dein Gehirn macht keinen Unterschied, woher die Informationen von außen kommen. Es macht sich einfach Bilder von der Welt und meines eben auch so. In dem Fall nicht vom optischen Eindruck, sondern vom taktilen und vom akustischen. Und das habe ich von klein auf gelernt, mich so zu orientieren. Mountainbike, Fahrradfahren, um die Frage vorher richtig, ist ja gestellt worden, ob ich Fahrrad fahre. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist mir viel zu gefährlich. Also das waren Geschichten in meiner Jugendzeit. Die wolltest du einfach ausprobieren. Das wolltest du dir auch selber geworfen. Ich habe 18 Jahre lang, ich habe 200 Kilometer lange Touren gemacht mit dem Rad. Teilweise allein. Für mich stellt es mir jetzt die Haare auf. Jetzt sind sie lang genug, jetzt stellt sie nicht mehr auf. Ich würde mich das jetzt nicht mehr trauen. Jetzt zum Everest zu steigen, ist für mich wesentlich definierter und einfacher, wie Fahrrad zu fahren. Also wir wünschen dir viel Erfolg bei all den Projekten, die als nächstes für dich anstehen. Ja, und es ist sehr spannend, dich kennenzulernen. Danke vielmals. Vielen Dank, dass du unser Gast bist. Andi ist in 800 Euro geworden. Andi Holzer, meine Damen und Herren aus Österreich. Sendung könnte auch unglaublich aber wahr heißen. Was ich so toll finde, es gibt die Extremsportlerin Verena Bentele, die auch blind ist. Und die hat gesagt, ich akzeptiere keine Grenzen, weil ich seit Kindesbeinen anhöre, dass es nur Grenzen gibt. Und dieser Mann, der eben da saß, das war, mich daran erinnert. Ich glaube, wir werden Andi Holzer irgendwann nochmal an der NDR Talkshow wiedersehen, oder? Von mir aus gerne. Ich finde diese Entscheidung, glücklich zu sein, so toll. Ich sage, ich könnte von solchen Leuten in die Knie gehen. Wirklich. Ja, wir sind glücklich, dass wir einen nächsten Gast bei uns haben. Und ihr werdet euch auch über sie freuen. Herzlich willkommen, Doris aus Mackenroth. Und ich bin mir ziemlich sicher, Doris, auch unser Publikum wird seinen Spaß an deiner Geschichte haben. Hier ist sie eingeblendet. Das war aber, das war aber spontan. Das ist wieder ein bisschen Schweinkram. Ich bitte euch, unseren Gästen nichts zu unterstellen. Nein, man kommt ja manchmal in Situationen, die wollte man gar nicht. Manche Dinge klingen ja nur nach Schweinkram, sind aber seriös. Hubertus Mayer-Burghatt beginnt. Er wird die ersten Fragen stellen, die ersten 45 Sekunden. Der Ratehinweis für euch, frag langsam. Er hat ein bisschen gedauert, aber er ist gut. Hubertus, bitte. Doris, suchen wir nach einem Ereignis. Ja. Ist Ihnen was widerfahren? Ja. Haben Sie das angestrebt? Nein. Es ist etwas, was Sie der Lächerlichkeit preisgegeben hat? Nein. Hat es eine, um Jörg Pilawa-Rechnung, hat es eine frivole Dimension? Hat es was mit einem Mann zu tun? Ja. Hat es was mit Ihrem Mann zu tun? Nein. Sie haben einen Mann kennengelernt? Ja. Ja. Das ist ja kaum zu glauben. Und war das bei Ihnen zu Hause? Ja. Wussten Sie, dass der Mann dort ist? Nein. Aha, ein Einbringling. Die ersten 200 Euro. Hat ein Einbrecher was damit zu tun? Nein. Ist es wichtig zu fragen, wer dieser Mann war? Ja. Ist dieser Mann uns allen bekannt? Ja. Aus dem Bereich Politik? Nein. Aus dem Bereich Entertainment? Ja. Musik? Nein. Film? Ja. Ein Schauspieler? Ja. Ein Deutscher? Nein. Ein Amerikaner? Ja. Ein amerikanischer Schauspieler? War plötzlich bei Ihnen zu Hause? Ja. Ist dieser Schauspieler über 60? Ja. Ist der Schauspieler heute noch aktiv? Ja. Also Schauspielerei ja. Ja. Ist der Schauspieler ein Oscar-Preisträger? Nein. Nein? Nein. Ich habe das hier nicht so richtig. Ja, bitte. Ah! Okay, ein amerikanischer Schauspieler, der bei Ihnen zu Hause war? Ja. In Deutschland? Ja. Gut. Welcher amerikanischer Schauspieler war schon mal in Deutschland? Leonardo DiCaprio hat Wurzeln hier? War er das? Nein. Wer denn noch? Verdammt, wie heißt der? War ich zu? Ja, aber ich... Nein. Mir fehlt nur der Name. Ich kenne keine amerikanischen Schauspieler. Ü60. Ü60. Ähm, kenne ich nicht. Äh, wollten Sie den treffen? Ab, nein. Ab, 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 ab. Das war, das war eher zufällig. So. Hat er mehrere Filme hintereinander gemacht, wo ein Teil des Tipps drin vorkommen? Vielleicht kannst du die Frage nochmal... Stirb langsam. Hat er ja Stirb langsam mitgemacht? Ja. Stark langsam. Bruce Willis. So, Bruce Willis war bei Ihnen zu Hause. Ja. Und Sie wussten es nicht. Sind Sie mit Bruce Willis verwandt? Nein. Er war bei Ihnen zu Hause. Ja. Und Sie wussten nicht warum. Ich wiederhole einfach, was wir schon wissen. Doch, doch. Und jetzt ist die Frage, was ist das Besondere daran? Ja, genau. Ist schon besonders. Weil, haben Sie eine Gemeinsamkeit? Nein. Nein. Sie sind nicht verwandt, Sie haben keine Gemeinsamkeit. Kannte Bruce Willis Sie? Ja. Kannten Sie Bruce Willis? Also außer vom... Ja. Also später, ja. Ich meine zu erinnern, dass Bruce Willis aus Rotwesten stammt bei Kassel. Das meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Der Vater war ein einfacher Soldat und hat seine Knochen. Vielleicht hat er bei ihr gewohnt. Und sie war vielleicht die Marketenderin. Doch, jetzt könnt ihr. Sie sind nicht verwandt. Jeder darf noch einen Tipp abgeben. Ja, vielleicht aber... Bruce Willis ist ja der Hasardeur der Herzen. Er hat gesagt, nach Mackenrod kommt man nicht so häufig. Ich gehe in das Haus, wo die schönste Frau von Mackenrod... So heißt doch der Ort Mackenrod, ne? Mackenrod, ja. Und hat dann angeklopft und hat gesagt, hier ist die schönste Frau von Mackenrod. Guten Tag, ich bin Bruce Willis. Und er kam abends und ging morgens. Nein! Nein! Steffi? Ich glaube, der war da einfach unterwegs und musste mal auf Toilette. Das war jetzt eine zufällige Begegnung. Und dann hat er geklingelt und sie... Nein, stimmt auch nicht. Jörg, dein letzter Tipp? Sie haben mit Bruce Willis zusammen im Sandkasten gespielt. Im Sandkasten. Nee, das nicht. Jetzt, oh Bernhard. Ich glaube, Sie wohnen einfach im Geburtshaus von Bruce Willis. Und Sie kamen nach Hause und der Kollege aus Amerika war etwas vorzeitig da und dachte, ich will doch mal sehen, wo ich das Licht der Welt erblickt habe. Und dann kamen Sie rein und dann stand er da. Nein. Es war gut, aber... Einen hast du noch. Sie sind in dem Haus geboren, wo Bruce Willis wohnt. Nein, Sie, Bruce Willis hat Sie geboren. Nein, jetzt müssen wir... Jetzt ist es vorbei. Jetzt hast du deine Chance vertraut. Und das heißt 1,000 Euro für Doris aus Mockenburg. Es war so knapp, aber es hat nicht gestimmt. Wie denn jetzt? Die Eltern von Bruce Willis waren Untermieter bei Doris im Haus und haben da im Keller gewohnt. Und Bruce Willis ist bei ihr im Haus im Keller zur Welt gekommen. Das stimmt, so ist die richtige Geschichte. Na, da hab ich ja komplett damit. Da ist also... Hallo, sehr gut. Unglaublich aber wahr, meine Damen und Herren. Bruce Willis ist in Deutschland geboren. Die Adresse klingt wenig exklusiv. Ida-Oberstein, Keltenstraße 41. Doch hier erblickte tatsächlich ein Hollywood-Star das Licht der Welt. Bruce Willis. Hautnah dabei Doris Benoit. Mit ihrer Familie lebte sie über der Kellerwohnung der Familie Willis. Als Bruce geboren wurde, war hier Aufregung im Haus. Wir wurden als Kinder dann rausgeschickt und auf einmal schrie dann das Baby. Und da waren sie alle happy. Hier auf diesen 15 Quadratmetern im Keller ist der kleine Bruce auf die Welt gekommen und Doris mittendrin. Ich durfte den Bruce dann immer als Kind spazieren fahren. Er ist immer schnell eingeschlafen, also von Action weit und breit keine Spur. Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt. Nach zwei Jahren zieht Familie Willis in die USA. Kontakt besteht nur noch sporadisch mit Bruce Mutter Marlene. Die Mutter hat uns zwei, dreimal hier besucht und wir haben auch gefragt, was ist aus Bruce geworden. Und ich sagte, der ist beim Film beschäftigt. Ja, ich sagte, vielleicht ist er Kulissenschieber oder sowas, aber nicht, dass er so ein Weltstar ist. Und durch Zufall haben wir eines Tages eine Zeitung gesehen, wo die Mutter mit abgebildet war. Und meine Mutter ganz erschrocken, also das ist doch die Marlene, die hat doch bei uns gewohnt. Und da kamen wir erst dahinter, dass das der berühmte Bruce Willis ist. Unser kleiner Bruce, der hier unten im Keller geboren wurde. Kaum zu glauben, hier wuchs Bruce Willis auf und sprach seine ersten Worte. Ja, 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 Schweinebacke. Es gab ja dann später nochmal eine Begegnung, ne? Ja, am Samstag stand er vor der Tür. Da wollte er dann tatsächlich mal sehen, wo er früher gewohnt hat, wo er zur Welt gekommen ist. Und wie war das, als er dann plötzlich, ich meine, da wussten die, er war ja wahrscheinlich ein Heidentrubel, ne? Ne, eigentlich gar nicht, ne, das wusste ja niemand, als er kam, ne? Oh, Geheimbesuch. Ja, er hat an der Tür geklingelt. Das heißt, Sie wussten das auch nicht? Nein, nein. Also der hat wirklich irgendwann die Tür auf und auf den Bruder geschaffen. Ja, wir waren im Garten. Das stimmt. Wir kaufen nichts, wir kaufen nichts. Das ist Tatsache. Meine Mutter rief in den Garten, komm mal schnell hoch, der Bruce Willis steht vor der Tür. Ich dachte, Moment, ach, das kann ja gar nicht sein, ne? Fantastisch. Liebe Doris, es war ein großer Spaß mit Ihnen. Herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro, eine wunderbare Geschichte. Doris aus Mattenroth im Gärenkeller, Bruce Willis, der Weltkrieg. Ja, schauen Sie noch mal gut in die Fotoalben von früher, meine Damen und Herren. Und gleichen Sie das mal mit den Bildern in der Zeitung ab. Mit der Gala ab. Wer weiß, worauf Sie da noch so kommen. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Geschichten. Sie können sich im Übrigen auch bei uns bewerben. Also wenn Sie glauben, eine unglaubliche Geschichte zu haben, dann schreiben Sie uns. Also jetzt darf ich euch unseren nächsten Gast vorstellen. Er ist 13 Jahre alt. Max, herzlich willkommen. Grüß dich, Max. Ja, Max. Alles gut? Ja. Alles cool? Dann schauen wir doch mal. Hier ist die Geschichte von Max. Sie wissen, wenn Sie mitraten wollen, schließen Sie jetzt die Augen. Ganz im Ernst? Ein Missgeschick. Also, und das in dem Alter. So, ist wieder ausgeblendet. Sie können die Augen wieder aufmachen, meine Damen und Herren. Und Steffi beginnt. Der Ratehinweis, Stefanie. An Max kann man sich ein Beispiel nehmen. 45 Sekunden laufen ab jetzt. Hallo, Max. Du machst also etwas sehr vorbildlich. Ja, also nein. Schule ja, sonst nein. Oh ja, okay. Aber wir sollten das auch tun. Nein. Du bist also kein Vorbild. Nein. Okay, du hast Mist gebaut. Nein. Ist dir etwas zugestoßen? Nein. Hast du etwas erfunden? Nein. Okay. Hat das etwas mit deinem Hobby zu tun? Nein. Hat das etwas mit Beruf, ja nicht, mit der Schule zu tun? Nein. Hast, äh... Es läuft, es ist total gut. Weiter. Kannst du etwas besser als andere? Nein. Ihr habt ja kein einziges Ja. Da war kein einziges Ja dabei. Ich möchte das nur insofern konkretisieren. Der Max kann bestimmt Dinge besser als andere. Aber es hat nichts mit der Geschichte zu tun. Wir haben noch nie so wenig. Noch nie 45 Sekunden. So viele Sachen ausschließen können in 45 Sekunden. Du hast nicht alles gefragt. Wir können nichts mehr fragen. Vielleicht gelingt dir jetzt der große Wurf. Hast du überhaupt was gemacht? Nein. Bist du vielleicht ein bis dato unbekannter Sohn von Bruce Willis? Nein. Oki, hat das etwas mit Sport zu tun? Nein. Musst du, um das getan zu haben, dich bewegen? Nein. Was ist das denn? Hast du vielleicht einen bekannten Verwandten, für den du gar nichts kannst? Nein. Ja, schön, dass du da was magst. Nimm das Geld und geh nach Hause. Was hat er denn noch? Mit Wissen hat das auch nichts zu tun. Nein. Beispiel, frag mal, ob er irgendwie für ein Model als Beispiel... Nein. Nein. Ich finde dich toll, Max. Ich finde dich toll. Max? Nein, ähm... Eigenschaft. Eigenschaft. Pass auf, wir machen eine Vereinbarung, Max. Wenn du es schaffst, ohne ein einziges Jahr durch die Runde zu kommen, dann verdoppeln wir den Mittag. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ich bin ja der... Herr Kolb. Ey, wehe, du machst ihm das kaputt. Ja, danke. Also, nicht jetzt irgendwie heißt du wirklich Max oder so, ne? Okay. Ähm, ist das eine Eigenschaft von dir? Nein. Hat das mit deiner Person zu tun? Oh. Ja. Geht es um ein... Ja, entschuldige bitte. Geht es um ein Verwandtschaftsverhältnis? Nein. Geht es um eine Fähigkeit, die du hast? Nein. Also, kannst du mit deinen Augen Eis zum Schmelzen bringen? Nein. Ähm, es geht um deine Person. Du hast nicht... Hast du was gemacht? Nein. Kannst du etwas? Nein. Ist an dir irgendwas Besonderes? Ja. An deinem Körper? Ich war selten in der so desolaten Lage. Jetzt ist es kein Geschenk, als vierter Fragen zu müssen. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Nur auf der falschen Hälfte. Also, ich versuch's aber dennoch. Es ist eine Eigenschaft. Nein. Es ist ein Charakterzug. Nein. Es ist eine Gewohnheit. Nein. Es ist eine erworbene, eine erworbene Fähigkeit. Nein. Hat es was mit dem Gehirn zu tun? Nein. Hat es was zu tun? Hat es was zu tun mit einer bestimmten Artistik? Mit einer bestimmten... Nein. Hat es... Ich habe wiederum eine Fähigkeit. Ähm... Bist du insofern ein Beispiel für uns, weil du einfach nichts kannst? Oder was solltet ihr uns... Und die Welt wäre einfach friedlicher, wenn wir alle sagen können, wir sind wie Max, wir wollen nichts, wir können nichts und wir sind nichts oder nicht? Nein. Aber Max, hier, läuft bei dir. 800 Euro. Was kriegst du das Taschengeld? Ähm... Ja, genau. 10. Die Woche. 10 Euro die Woche. Ja, da kannst du... Das sind 80 Wochen. Kannst du größere Spiele machen. So, ihr dürft euch nochmal beraten. Ihr könnt ja nochmal zusammentragen, was ihr so alles rausgefunden habt. Also, es geht um eine Eigenschaft. Nein. 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 Es geht um gar nichts. Es geht um nichts. Da sitzt auch niemand. Moment, stopp, stopp, stopp. Was ist das bei uns? Ein einziges Ja. Daran sollten wir uns erinnern. Das ist das Einzige, an das wir uns halten können. Und das war wo? Das war nämlich die Frage, hat es etwas mit einer Person zu tun? Ja, mit der Person. Mit der Person. Ja. Mit ihm. Steffi? Also, ich habe das wie Vermutung, dass es etwas mit uns zu tun hat hier. Nein, Steffi, es hat nichts mit euch zu tun. Jörg? Ein Beispiel nehmen. Max. Bevor ich was sage. Ja, ich glaube, ich habe es. Ja, du bist doch nicht. Ich habe es. Dein Nachname ist es. Du bist Max Mustermann. Ja, stimmt. Nein, wie geil ist das? Das ist ja genial. Ja, das ist Max Mustermann. Und zwar der Einzige, den es in Deutschland gibt. Nein. Max Mustermann, ich glaube. Ich dachte immer, das wäre eine Frau. Wie heißt die denn? Die heißt es. Wie heißt die denn? Erika. Erika Mustermann. Ja, seine Mutter. Seine Mutter. Aber Max, jetzt sag mal, wie alt warst du, als du das erste Mal begriffen hast, was Max Mustermann bedeutet? Fünf, glaube ich. Und das ist aber natürlich, es ist ja heute noch was ganz Besonderes. Ich kann mir vorstellen, es ist bestimmt ab und an was zu lachen und einige wollen das da nicht glauben. Und du hast einen Personalausweis dabei? Ja. Ja, das kennst du ja wahrscheinlich schon, dass du ständig irgendwie. Ja, kontrollier das mal Kai. Ja, das ist der Personalausweis hier von Max. Ich habe auch so einen Personalausweis, wo Max Mustermann draufsteht zu Hause. Aber nicht mit meinem Bild drauf. Ja, also absolut, alles korrekt. Gab es da mal Probleme an der Grenze oder sowas? Nein, also ich hatte mal beim Snowboardfahren einen Unfall und dann waren wir im Krankenhaus und dann waren da schon so Formulare zum, also die waren schon fertig sozusagen. Da war eine falsche Datum. Also die Leute in deiner direkten Umgebung, die werden das ja alle wissen und kennen und so, aber wenn man irgendwo hinkommt oder wenn man irgendwo anruft, dann kann ich mir vorstellen, ist das manchmal komisch, oder? Hast du noch Geschwister? Ja, ein Bruder. Wie heißt der? Tom. Tom. Das ist dann unverfänglich auf jeden Fall. Also Max, eine wunderbare Geschichte. Sie hat dir 800 Euro eingebracht und uns allen ganz viel Spaß gemacht. Ja, hoffentlich auch. Der einzige Max Mustermann in Deutschland. Vielen Dank. Max Mustermann. Aber der Ratehinweis war natürlich tückisch. Ein Beispiel nehmen. Ja, ja, ja. Das war raffiniert. Das war sehr raffiniert. Das war super. Ja, richtig gut. Aber irgendwann hat man dann plötzlich, ne? Da ist wie so ein Kurzschluss. Ja, ich hatte dann überlegt, dass es irgendetwas gibt, wofür, dass wir ihn irgendwo meinten. Wofür nichts kam. Wofür nichts kam. Und plötzlich hast du Jörg damit angesteckt. So geht's. Wir haben da eine Verbindung, wir zwei. Ich glaube, bei unserem nächsten Gast wird's nicht einfacher für euch. Hier ist Serial aus Berlin. Willkommen bei Kaum zu glauben. Hallo. Achtung für alle Mitratewilligen. Hier wird die Geschichte eingeblendet. Tiefes Erschrecken im Publikum. So, Jörg beginnt. In diesem Falle lautet der Ratehinweis, Sadiel ist der Einzige im Swingerclub. Keine Reaktion bei ihm. Nein, nein, doch, doch, ist schon, ist gut. Ich bin der Einzige im Swingerclub. So, Jörg, bitteschön. Sadiel, erst mal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Ich gucke neidvoll auf deinen Körper. Du siehst sehr durchtrainiert aus. Hat es was mit Sport zu tun? Ja. Wir müssen die Sportart erraten. Nein. Nein. Gut, dann fange ich nochmal von vorne an. Ist es dein Beruf? Ja. Aha. Ist es ein Beruf, wo du sagen würdest, das könnte Hubertus auch? Achtung, Achtung, Achtung. Bei der Antwort. Doch, ja. Ja. Hubertus, was kannst du sportlich? Ist es, hat es was mit... Mach mit Federball. Hat es was mit Bällen zu tun? Nein. Mit Gymnastik? Jein. Jein. Akrobatik? Jein. Wir müssen ja nur überlegen, wie es dann weitergeht. Oh, ja, aber... Ich hoffe, man kann auch, was das genau ist. Dann auch noch weiter. Du bist Sportler? Nein, nicht klassisch, ne? Tänzer. Ja. Ja. Es hat was mit Swing zu tun. Nein. Ich frage nochmal, vielleicht hast du es auch verstanden. Es hat was mit Swing zu tun. Ich dachte, Swing, die Musik... Also du bist... Du hast eine besondere tänzerische Leistung. Ja. Du hast einen Weltrekord im Tanzen geschafft. Nein. Aber ein Rekord im Tanzen? Nein. Du tanzt etwas, was andere nicht machen. Ja. Ja. Du bist der Einzige, der im Swingerclub tanzt. Und die anderen nicht, was macht der Typ? Okay, also du bist der Einzige, der so tanzt, wie du tanzt. Ja. Du tanzt mit Tieren. Nein. So, wir sind schon bei 400 Euro. Mmh, gut, oder? So, Bertels, du könntest es auch. Tanzen Sie im Ballett. Nein. Tanzen Sie in einem Ort, wo es eine erotische Komponente gibt. Jetzt mal keine Selbstübersetzung, ja? Das musst du auch, ne? Hat es was mit Erotik zu tun? Jein. Tanzen Sie nackt. Okay, jein. Ja, ein bisschen schon. Tanzen Sie unbekleidet. Hallo, tanzen Sie unbekleidet. Ich hab das auch. Tanzen Sie mit Requisiten. Ja. Aber nicht mit lebenden Requisiten. Brennen die Requisiten. Arbeiten Sie mit Feuer. Sind Sie der Einzige Balletttanzer, der mit brennenden... Frauen. Frauen. Haben Sie das Ballett festgelegt? Ja, was getan. Das Ballett hat sich dann festgelegt. Nein. 600. Die Requisiten könnt ihr wieder vergessen. Das ist nicht das, worum es geht. Aber brennen war gut. Okay. Darf er nicht. Brennen Sie? Nein. Es brennt nichts. Aber es brennt um Sie herum? Nein. Und das nicht mehr vorhandene Requisit brennt auch nicht? Vergess die Requisiten. Andere Richtung. Aber es brennt. Ja, auch egal. Auch egal. Ja, auch egal. Tanzen Sie einen Paartanz aber alleine? Nein. Ja, das weiß ich. Aber okay. Nur Sie machen das alleine? Ja. Gibt es noch andere Menschen auf der Welt, die das machen? Gibt es, ja. Gibt es dafür Schulen, für die Ausbildung? Ja. Und ist es gefährlich? Nein. Sieht es schön aus? Ja. Sieht man das in einem Theaterhaus? Ja. In einem Musical? Gibt es. Geht überall. Hier, 800. 200 gehen noch, wenn Sie jetzt nicht drauf kommen. Also jetzt dürfen Sie nacheimern, dann darf ich wieder nach einem Tipper kommen. Wechseln und ich glaube, im Musical heißt es nicht so, dass er ersetzt andere Balletttänzer, die müde geworden sind. Er swingt, pass auf, er swingt, weil er den Damenpaar macht. Jörg, ich bin. Ja, du bist. Okay, ich versuch's mal. Also du swingst quasi das Geschlecht und tanzt. Ja, in der Rolle. Du swingst das Geschlecht. Nein. Swing, nicht schwingst. Was erzählst du? Was erzählst du? Ich habe einen Sprachfehler seit 25 Jahren, seitdem ich im Fernsehen mache. Du tanzt quasi in einer Formation den Part einer Frau. Und damit bist du ziemlich einzigartig auf dieser Welt. Ja, halleluja. Nee. 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 Ich bin mindestens genauso entsetzt wie du. Er ist entsetzt. Bernhard, du bist der beste Seil am Seiltänzer und tanzt die Rolle der Jane im Tarzan-Musical in einer Grazie, die ein weiblicher Körper auch nicht annähert, in der Lage ist zu erzielen. Nein. Nein. Hallo, Mann. Hallo. Ich probiere mal was. Ich habe mal vor einiger Zeit was gelesen. Vielleicht ist es das. Ich habe gelesen, dass in den großen Frankfurter, so in den großen alten Bahnhofshallen Seiltänzer und Artisten akrobatische, klassische Tänze machen, an Seilen selbstverständlich. Das ist selbstverständlich falsch, aber ich wollte es mal sagen, dass es mir Mühe gegeben hat. Und dass du mal was gelesen hast. Ja, genau. Das ist falsch. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Nein, das ist nicht so. Das ist falsch. Steffi, du hast den letzten Tipp in der Runde. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht der einzige Mann ist, der burlesque tanzt. Nein, das ist falsch. Und damit, Sadiel, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Und ihr werdet euch jetzt ärgern, weil man hätte vielleicht drauf kommen können. Es hat natürlich was mit Tanzen zu tun, mit einer speziellen Art von Tanz. Sadiel ist der einzige Mann in Deutschland, der Profi-Bauchtänzer ist. Und viele glauben immer, das können nur Frauen, aber es kann ganz mit Sicherheit auch ein Mann Bauchtanz machen. Nur ein Hüftschwung, aber was für einer. Wenn meine Hüfte los vibriert, dann brennt die Luft. Es ist ein Rhythmus, wo er mit muss. Sadiel Sasmas aus Berlin. Deutschlands einziger professioneller Bauchtänzer. Wie aber kommt man auf so einen Beruf? Meine Leidenschaft für den Tanz hat begonnen aus meiner Kindheit. Ich war 7, 8 Jahre alt, habe ein Video gesehen mit Bauchtanz und war total hin und weg. Ja, mittlerweile ist es mein Beruf. Und Sadiel setzt sich durch. Seine Shows sind mittlerweile absolute Publikumsrenner. Und seine Familie ist begeistert. Ich finde es cool, dass er es macht. Wir als Familie sind sehr stolz auf ihn. Egal, was die anderen Menschen sagen oder sich lustig machen. Ich finde es einfach gut. Es ist seine Sache, sein Ding. Das, was ich mache, ist tatsächlich ernste, harte Arbeit. Und sehr exotisch und sehr ästhetisch. Und das möchte ich auch so rüberbringen. Und wer glaubt, nach dem Training ist Schluss, der irrt gewaltig. Rhythmus ist nicht nur wichtig bei mir auf der Arbeit und in der Tanzschule, sondern auch in meinem Alltag. Die Hausarbeit wird dann einfach schnell zum zweiten Training. Ganz schön clever. Klar, der Bauchtanz kommt aus dem Orient. Aber kann man eigentlich auch zu anderer Musik die Hüften schwingen, Sadiel? Doch, du kannst auf jede Musik Bauch tanzen. Es ging ja auch, dass man das auf Hardrock und auf Heavy Metal tanzt. Ja klar, es sieht nur ein bisschen komisch aus. Echt? Komisch? Finden wir überhaupt nicht. Passt doch super. Ist das immer noch so, dass die Menschen komisch reagieren, wenn du als Mann Bauchtanz machst? Weil es ist ja doch eher noch ungewöhnlich. Ist halt sehr exotisch. Und wir haben ja vorhin gesehen, ich meine, du hast ja nun tatsächlich einen sehr durchtrainierten Körper. Man denkt natürlich bei Bauchtanz immer erstmal irgendwie daran, dass man irgendwie einen besonders dicken, breiten Bauch haben muss, den man schwingt. Aber das ist natürlich gar nicht so. Nee, es ist tatsächlich so, dass man möglichst schlank sein sollte, um die Akzente am Körper auch zu sehen. Allerdings kann es natürlich auch bei einer völligeren Frau auch sehr schön aussehen. Also man muss jetzt nicht ein bestimmtes Klischee erfüllen. Also vielleicht werdet ihr euch ja irgendwann nochmal wiedersehen, Hubertus. Dann kannst du schauen, ob da wirklich etwas in dir schlummert, was du noch nicht entdeckt hast. Ja, ich danke dir für das Vertrauen. Diese Fürsorge irritiert mich. Sanjel, herzlichen Dank für den Besuch. Viel Spaß mit den 1000 Euro. Alles Gute für die nächsten Hauptfritte. Danke, dass du uns der Gast bleibst. Danke schön. Aber du hast es auch raus. Bist du Tänzer? Ich bin totaler Tänzer. Aber eher Solist. Du tanzt doch gut. Du hast mich schon mal tanzen sehen? Nein, aber ich weiß es. Ich habe ja schon mal tanzen sehen. Woher hat es sich rumgesprochen bis in den Norden? Nein, aber du tanzt doch die Flure runter. Also wenn man die hinter dir her geht, hat man das Gefühl, man sieht es. Ich habe mich schon tanzen sehen. Doch, doch. Auf einer Aftershow-Party-Mann habe ich schon tanzt super. Ach, ja, doch. Spielt mal Musik an, wir wollen das nicht sehen. Aber der Aufsicht schon ganz schön erzählt. Nein, ich muss jetzt sofort ablenken, meine Damen und Herren. Und überleiten zu unserem nächsten Gast. Ganz wichtig. Ja, herzlich willkommen, Tarek Helmi. Hallo. So, es geht wieder bei Bernhard los. Und natürlich gibt es vorher Tareks Geschichte. Das haben Sie nicht verstanden, oder? Einige sind immer noch am Lesen, haben wir das Gefühl. Das ist ja schon unsere komplette Runde. Die brauchen 45 Sekunden zum Lesen. Okay, okay, okay. Ich bereite das mal vor. So, Bernhard beginnt und der Hinweis lautet, Tareks Kindheit hatte Folgen. Bei wem nicht, also. Und auf geht's. Geht es um ein Hobby? Nein. Um deinen Beruf? Nein. Ist es eine Eigenschaft? Eine Fähigkeit? Nein. Eine Fähigkeit, die du hast? Nein. Es ist etwas in deiner Kindheit passiert, wovon du heute noch profitierst? Ja. Ja. Ähm. Ist es etwas, was dir im Alltag hilft? Nein. Was du im Alltag nutzen kannst? Nein. Ähm. Er hatte Folgen, deine Kindheit, ja klar, hatte deine Kindheit Folgen. Ja, ich muss sagen. Ähm. Mit Kindheit ist, also nur so grob einordnen, ist damit gemeint, bis sieben Jahre, weil er gerade sieben Sekunden steckt? Nein. Generell deine, bist du, äh, bist du verwandt mit jemandem? Nein. Nein. Ja. 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 Bist du verwandt mit jemandem? Ja. 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 Geht es um ein besonderes Verwandtschaftsverhältnis? Nein, ja, aber er ist natürlich mit jemandem verwandt, aber darum geht es nicht. Die ersten 200, Tarek. Super. Hubertus. Was in der Kindheit passiert ist, war das ein Ereignis? Ja. Das war ein zufälliges Ereignis? Nein. Das war ein angestrebtes Ereignis? Nein. Ist es passiert durch eine günstige Konstellation der Eltern? Nein. Ist es passiert durch einen Schulfreund? Nein. Ist es passiert durch, mein Gott, woher soll es, durch eine, durch die Ausbildung, als Schule, in der Schule? Nein. Hat es was mit ihrem Körper zu tun? Nein. Hat es was mit ihrem Geist zu tun? Hat es was damit zu tun? Es war alles dabei, sagen wir mal so. Hat es was, gab es einen unglaublichen Lottogewinn? Nein. Materielle Folgen hat es nicht? Doch. Doch. Also sind Sie wohlhabender als andere? Nein. Sind Sie ärmer als andere? Auch nicht. Sind Sie begabter als andere? Nein. Das kennen wir, was der Kind hat. Ja. Das kennen wir, was der Kind hat. Stefanie. Hat es was mit Intelligenz zu tun? Nein. Hast du was entdeckt? Nein. Wir waren bei Ereignissen. Ja, ein Ereignis. Bist du jemandem begegnet? Ja. Einem Mann. Oh. Und dieser Mann hat dein Schicksal bestimmt? Nein. Ist dieser Mann in unserer Runde? Nein. Ist ja keiner. Ist der Mann neben dir? Nein. Dieser Mann, ist er bekannt? Ja. Hast du noch Kontakt mit dem Mann? Nein. Lebt der Mann noch? Ja. Dieser Mann hat was mit Kunst zu tun? Also, ja, weit ist der Sinne. Aber es geht auch nicht nur um den Mann. Jörg, ich versuche das ein bisschen einzuordnen, ob ich das Gesicht kenne. Kennt ihr das Gesicht? Bist du der Junge von der Tafel Schokolade? Nein. Ach, so was habe ich auch gedacht. Ach, so was habe ich auch gedacht. War es ein vergleichbares Ereignis, dass du als Kind etwas gemacht hast, was wir gesehen haben? Ja. Ist es Werbung? Nein. Musik? Nein. Schauspiel? Ja. Das ist Lessie. Kann man sagen, dass du dann ein Kinderstar warst, so wie Tommy Orner damals, ein Kinderstar? Ja. In einer Serie? Ja. Gut, ich durfte als Kind nicht fern gucken. Liebes in der ARD. Liebes im ZDF. Ja. Jep. Das ist alter. Komm rein. Nein, nicht steil. Nein, steil weiter. So, ich durfte ja noch einmal untereinander. Ich habe wirklich, ich habe keine Serie. Im ZDF. Im ZDF. Ich kenn keine ZDF-Serie. Komm, Bartos, das ist doch auch dein Mädchen. Ja, was hat man denn alles? Tim Thaler. Tammy, das Mädchen vom Hausboot. Das war ein Mädchen. Das war ein Mädchen. Das war ein Mädchen. Das war ein Mädchen. Das Erbe der Guldenburgs fällt mir ein, zum Beispiel. Schwarzwaldklinik, ich heirate eine Familie. Ich heirate an der Jüngste, aus der ich heirate eine Familie zum Beispiel. So, Bernhard. Du warst der jüngste Sohn aus, ich heirate eine Familie. Ja. Das ist richtig. Tim, der war ein Schuss ins Blauen, der wirklich mitten rein ins Tier getroffen hat. War echt wie geil. Das ist ja lustig. Tarek war das Nesthäkchen Tom aus, ich heirate eine Familie. Und in der Tat, eines muss man sagen, wirklich zu erkennen, ist Tarek heute nicht mehr, wenn man ihn von damals kennt. Ich will aber auch kein anderes Meerschweinchen. Ich will mein Bommel. Ach, ist er nicht süß, der Lockenkopf. Und so hat ihn ganz Deutschland geliebt. Da hast du nochmal Schwein gehabt, Werner. Als der Hype um mich hinter der Familie losging, konnte ich kaum noch einen ruhigen Schritt auf der Straße gehen, ohne erkannt zu werden. Ich wurde umringt. Omas wollten unbedingt meine goldenen Löckchen berühren. Und vor allem haben die Leute sich gewundert, wo meine Filmmutter, mein Vater sind, weil sie würden uns wirklich für eine echte Familie gehalten haben. Tarek alias Tom im ZDF-Klassiker Ich heirate eine Familie. Die Kultserie über eine Patchwork-Familie mit ganz gewöhnlichen Alltagsproblemen. Los, aufstehen! Nein, lasst mich, ich fühle mich gar nicht gut. Ich bin dran. Du hast ja keinen Schluck gar gemacht, was? Tareks Fernsehkarriere als Tom ist ein großer Zufall. Er ist acht und geht in die dritte Klasse, als 1983 alles beginnt. Ich bin damals vor der Schule aus dem Schulbus ausgestiegen und eine Dame vom Casting, hat mich da angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, beim Film mitzuspielen. Und ich hatte damals noch keinerlei Erfahrung, aber fand das natürlich super cool, diese Vorstellung. Heute ist Tarek übrigens selber Vater von zwei Kindern und Synchronsprecher. Und nach dem ganzen Chaos in der Serie steht für ihn fest. Also obwohl ein großer Teil meines Lebens, ich hatte eine Familie, war, habe ich meine eigene Familie doch lieber selber gemacht. Wenn du heute so auf deine Kindheit zurückblickst, war das ein Zugewinn für dich oder war das eine Belastung? Also auch diese Bekanntheit? Nein, also wenn ich jetzt das alles betrachte, war es ein riesen Zugewinn. Ich hatte in meiner Pubertät, in meiner Jugend eine Phase, da war es mir peinlich, darüber zu reden oder noch darauf angesprochen zu werden, aber heutzutage bin ich super stolz drauf. Gibt es noch Kontakt zur alten Familie, zu irgendjemandem von damals? Mit meinem Firmenbruder Timo bin ich nach wie vor sehr gut befreundet. Wie viele Folgen gab es da? Weil ich meine, es wären unfassbar wenige. Ja, für heute, aus heutiger Sicht sehr wenig. Ich glaube, wir hatten 16, 17 Folgen, drei Staffeln. Heute guckt man ja irgendwie 2378 und denkt so, und jetzt geht es los. Aber damals haben dafür fünfmal so viele Menschen geguckt wie heute. Ich habe sie alle gesehen. Insofern war auf jeden Fall natürlich eine riesige Aufmerksamkeit. Und du warst danach Rapper? Ich war lange in der Musikindustrie unterwegs, war Rapper, Musikproduzent und solche Geschichten. Wollte man da auch so ein bisschen weg so von diesem süßen, blonden, locken, Kinderstar? Ich denke heute, aus heutiger Sicht, ja. Ich habe da ein bisschen rebelliert, aber es hat mir auch viel Freude gemacht. Und ich bin immer noch gerne in dieser Szene auch unterwegs. Tarek, vielen Dank. Danke schön. Alles Gute. 800 Euro sind es geworden. Tarek, Heli aus Berlin, meine Damen und Herren. So weit gekommen, hab ich so viel gesehen. So viel passiert, es will ich verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich fahr es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Ich habe ja nur eine Sache gesehen damals. Wir hatten ja nichts. Ich war überrascht, dass das in Farbe war. Aber vielleicht gelingt dir ja das Double. Und du knackst gleich die nächste Geschichte noch hinterher. Unser nächster Gast, Jan-Peter Malstedt. Herzlich Willkommen. Peter Lektor. Hallo. Reicht es, wenn du Jan sagst? Oder ist Jan-Peter gebräuchlich? Peter ist eigentlich mein richtiger Name. Okay, dafür sagen wir jetzt mal gar nicht so viel mehr. So, hier ist... Was hat er gesagt? Ja, weil ihr was sagt. Ja, zuhören. Was? Das war kurz. Das war direkt. Hier so. Ja, 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 ja. Das war was Intellektuelles. Ja, ja, muss er, muss er, ja, 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 ja. Muss er, ja, ja, ja. Ja, einer muss es machen. Jan, wir beginnen mit Hubertus. Und der Ratehinweis lautet, Jan, ein Mann mit Tiefgang. Schön, dass wir Ihnen eine Freude machen konnten. Ja, bitteschön, auf geht's. Sind Sie Sportler? Nein. Suchen wir nach einem Beruf? Ja. Einen Lehrberuf? Nein. Ein Handwerk? Nein. Ein Dienstleistungsberuf? Ja. Komme ich zu Ihnen? Ja. In eine Praxis? Bist du schon wieder krank, oder? Nein. Nein. In einer, in einer, in einem Beruf?